. Herzlich willkommen, es ist Freitag, der 21. April, 19.30 Uhr. Wir sind quasi so pünktlich wie die Tagesschau. Da haben wir es etwas richtig gemacht heute Abend. Ihr auf jeden Fall eine ganze Menge, denn ihr seid dabei, euch einzustimmen mit uns auf den fantastischen Showabend, der uns ins Haus steht. Last been standing, Folge 2. Micha, hast du dich vom gestrigen Abend einigermaßen erholen können? Ja, es war martialisch, es war ein Schlachtfest, wie erwartet sozusagen. Sehr viele Leute sind gegangen, sehr viele Leute sind geblieben. Wir wissen jetzt, welche Mitarbeiter hier unter Drucksituationen noch performen. Und ja, nee, das war sehr spannend und sehr abwechslungsreich. Und ja, wer hätte gedacht, dass Becherschnippen so viel Finesse erfordert? Ja, also da haben wir wirklich, wir haben Not und Elend gesehen, wir haben eine ganze Menge gesehen. Und vor allem für alle, die es jetzt zum ersten Mal sind, wollen wir natürlich ein bisschen Aufklärungsarbeit machen. Denn wir sind heute quasi bei Teil 2 von insgesamt drei Folgen. Aber es ist überhaupt kein Problem. Wir sind im Gegensatz zu Herr der Ringe und Co. Muss man es nicht komplett gesehen haben, wenn ihr jetzt zum ersten Mal hier seid, um es zu verstehen. Denn das Konzept von Last been standing, was hier ab 20 Uhr dann live stattfinden wird, ist eigentlich ganz einfach. Wir haben extrem viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns freiwillig zwangsverpflichtet, in einer Show der Superlative gegeneinander anzutreten, um am Ende von Spieltag 3, der dann nächsten Freitag live hier über den Sender geht, mit nur einer Bohne zurückzubleiben. Die Last been standing. 40 sind gestern an den Start gegangen. Und jetzt sind es noch derer 24 insgesamt. Battle Royale im neumodischen Sprech. Ja, aber nicht ganz so schmerzhaft. Also unangenehm schon für die Verlierer, aber nicht ganz so schmerzhaft. Es geht um viel. Es geht eben um die Last been standing. Und wir haben Sensationelles gesehen gestern. Denn für alle, die die erste Staffel dieses Formats gesehen haben, die wissen natürlich noch, dass Walle, Valentin Herre... Oh ja, der König ist quasi über seinen eigenen Umhang direkt in Minute 1 gestürzt. Und es sah nicht gut aus. Aber er war nicht schlecht drauf danach oder so. Er hat gesagt, die Krone war schwer, hat schwer auf ihn gelastet, die Verantwortung und so. Und er hat sie gerne abgegeben. Ja, also echt keine Joffrey-Vibes, die bei ihm drauf haben. Ja, ein ganz sympathischer, gehängter König jetzt. Und es lag vielleicht auch daran, er hat dann natürlich seine Krone getragen und er kam mit vollem Plüschenherz um die Ecke geschwoben. Hat ihn vielleicht auch ein bisschen gehandicapt. Denn die Spiele, die wir gestern gespielt haben, um eben aus diesen 40 Startteilnehmenden mit 24 an Spieltag 2 weiterzumachen, die hatten es halt schon in sich. Ja, genau. Das muss man ja auch immer sagen, das geht ja nicht um Gaming, es geht ja nicht um irgendwelche sportlichen Höchstleistungen, sondern es geht sozusagen um Alltagsskills, so kann man es eigentlich sagen. So kann man es zusammenfassen. Alle Disziplinen hier sind eher so gewählt, dass jeder daran gut sein kann, dass es keinen Profi geben kann eigentlich, dass man möglichst kaum Vorteile haben kann. Also klar, Büschen geht immer und so. Aber letzten Endes kommt dabei eigentlich der beste Mensch heraus und nicht der beste Gamer oder irgendwas. Also in allem am besten sozusagen. Exakt. Und das ist eben der große Reiz, weil wir hier wirklich Menschen haben, die teilweise seit einer Woche in der Firma sozusagen Praktikum machen und potenziell, potenziell sag ich, könnten sie gegen den Geschäftsführer Arno Heinisch antreten. Potenziell sag ich noch ein weiteres Mal, weil leider auch in der zweiten Staffel Arno ist nicht, hast du da keinen Zugriff? Also du hast doch erstes Zugriffsrecht. Ich hab alles versucht. Ich hab wirklich, mit diesem Zugriffsrecht hab ich richtig, die Kralle hat gekniffen. Ja, okay. Aber es hat nicht geklappt. Okay, ja, schade. Ich weiß, wie weit ich knaschen muss, bevor es unangenehm wird. Nein, er ist leider nicht dabei. Aber natürlich haben wir, Etienne zum Beispiel ist noch im Rennen. Oh ja. Etienne Gardet ist tatsächlich noch am Start und genauso auch die beiden Haufen, die wir noch haben. Da gehen wir auch gleich mal durch. Es ist ein mutteres Teilnehmendenfeld, was wir hier haben. Und gestern haben wir eben Spiele gespielt, die verschiedenste Skills schon so ein bisschen angetestet haben. Aber das ist auch ganz wichtig zu sagen, die Teilnehmenden wissen halt nicht, was auf sie zukommt. Sie haben sich hier mit Zuckerbrot und Peitsche reinquatschen lassen, sagt man ja so im Mediensprech, um eine gute Zeit zu haben. Und ich glaube, eine gute Zeit hatten sie alle. Erstes Spiel war gestern Pong. Ach so, das sei vielleicht auch noch erwähnt an dieser Stelle. Wir haben zwei Teams aufgestellt. Ja, stimmt. Ja, genau, wir haben Novum dieses Mal, was heißt Novum, wir haben es ja erst zweimal gemacht, aber dieses Mal die Neuerung, es gibt zwei Teams. Es gibt Team Colin und Team Micha. Das heißt, wir haben die 44 Teilnehmer, die wir hatten, gleichfach gleich am Anfang zu ... 40, waren es 40? Mathematisch muss ich präzise sein. Okay, na gut. 40 Teilnehmer haben wir erst mal gespielt in 2x20 und haben die dann erst mal sich selbst zerfleischen lassen sozusagen, damit wir jeweils für uns Team Colin und Team Micha würdige Kandidaten und Kandidatinnen haben. Und die sind jetzt noch da. Aber nicht mal alle davon. Genau. Zwölf sind jeweils noch hier. Und wir können uns das auch mal angucken. Die Übersicht derer, die noch dabei sein sind, beziehungsweise nicht mehr, die sehen wir hinter uns. Und wir haben da wirklich ... Also, selbst ... Schauen wir mal ganz links. Ausgekraut. Oben. Gunnar. Mhm. Unter Finesse, Schummelei, Eloquenz und Flexibilität in der Auslegung von Spielregeln hat er es nicht geschafft, Spieltag 1 zu überstehen. Gunnar ist raus. Ja. Ja, das war für mich eher so die Gelassenheit, wo ich dachte, das wird ihm wieder Vorteile bringen. Diesmal vielleicht einen Tick zu weit zurückgelehnt. Weil Lukas war so ein richtiger Beißer. Der hat gesagt so, nee, komm, ich mach diese Bechernummer hier, mach den Deckel drauf auf den Becher. Und dann war er schon raus. Das ging flott. Genau. Und ja, muss man aufpassen. Ja, Becherflipp war das Spiel. Da ging es wirklich darum, einfach einen Becher zu flippen. Und das Ganze im Live-gegeneinander-Modus, das war echt hochgradig spannend. Und da haben wir viele Menschen gesehen, die wir sonst seltener sehen, die immer noch am Start sind. Aber es ist am Ende des Tages wirklich ein bunt gemischter Haufen, den wir noch am Start haben. Hier zum Beispiel. Natürlich immer noch dabei. Und das war denkwürdig. Falls ihr es nicht gesehen habt, holt das Video auf jeden Fall nach, den ersten Tag. Den findet ihr natürlich bei uns im On-Demand-Bereich. Teil 1, Last Bean Standing. Und die Schätzrunde. Es gab gestern noch eine Schätzrunde. Wir spoilern einfach so ein bisschen, falls ihr es nicht gesehen habt, um euch Appetit zu machen. Es bleibt noch genug zum Selbstentdecken natürlich übrig. Es ging darum, bei dir in deinem Team vielleicht noch mal ein Comeback zu schaffen. Obwohl man schon raus war, hatte man noch mal eine Chance reinzukommen. Zwei Leute hätten sich noch mal reingrooven können. Und es ging um Wiegen. Um Schätzen, was wiegt das Wasser. Jeder hatte ein Glas und man musste eine gewisse Grammzahl genau einschätzen sozusagen und sich das abfüllen. Und Andreas hat spontan irgendeine Grammzahl genannt, die man erreichen musste. Und da würde man ja meinen, dass die Leute so auf 4, 5, 10 Gramm sozusagen rankommen. Aber nein, es war tatsächlich so, dass drei Leute, und das ist jetzt im Grunde der Spoiler, genau die exakte 17 Gramm Wasser ins Glas geschenkt haben. Und das fand ich schon beeindruckend. Das war mega beeindruckend. Also, und das war eben so ein Moment, den schreibt wirklich, den kann dir Hollywood nicht schreiben. Das ist Live-TV, das gibt's nur bei uns. Das ist TV-Geschichte. Dass Florentin als wirklich, als der zweitbeste Schätzer, gilt ja ja wirklich im internationalen Vergleich, als zweitbester Schätzer der Welt, es geschafft hat, die geforderten 17 Gramm als erster exakt zu erraten. Und ich hab wirklich gedacht, Schatz, hol mich schon mal ab, das wird ein früherer Feierabend. Weil das wird niemand schaffen. Und dann ziehen noch zwei nach. Und nur zwei konnten aber weiterkommen. Und dann, ach, das war also wirklich spektakulär, falls ihr's verpasst habt, wie gesagt. Guckt euch's an. War richtig schön. Richtig schön, ja. Und die Menschen sind jetzt noch am Start. Und wir können ja mal kurz durchgehen, denn wir haben auch eine kleine Aufgabe für uns mitgebracht, eben hier. Wir stehen unmittelbar vor Tag 2 von Last Bean Standing. Und wir müssen diese Teams jetzt auch noch mal für uns ein bisschen sortieren und noch mal in Unterteams unterteilen, die nachher weiter in die fröhliche Dezimierung gehen. Wie man damals im alten Rom sagte. Also, mein Team beispielsweise besteht hier aus Bianca Köhler. Auf jeden Fall ein Gesicht. Sie hat beim ersten Mal auch schon mitgemacht. Haben wir aber sonst nicht standardmäßig hier auf dem Sender. Ebenfalls dabei, ich geh mal weiter hier, Lisa Handiak, die wirklich immer noch dabei ist und sich, glaub ich, sehr freut, heute weiter mitmachen zu dürfen. Weil wenn der Ehrgeiz erst mal rausgekistelt ist bei Lisa, dann legt er sich als letztes schlafen. Das kann man, glaub ich, sagen an dieser Stelle. Das ist sowieso ganz allgemein. Die sitzen da ja alle so zu 20 in diesem kleinen Räumchen. Man muss jetzt nicht denken, dass da so eine lockere Atmosphäre herrscht. Nein, da ist wirklich Angespanntes. Ich will das hier schaffen. Also, da ist Ehrgeiz zu spüren. Ja, absolut. Bei allen Leuten, so witzigerweise beim Wasser wiegen. Ja. Nee, das ist schon... Das nehmen alle sehr, sehr ernst. Genau, hier. Hier Leo aus der Showredaktion. Hier die Christina, die Praktikantin in der Aufnahmeleitung, ist noch bei mir im Spiel. Janina Hille, die natürlich was auszuwetzen hat. Ich sag mal, bei Beef Junior ist sie hinter ihren eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Vom Rest kann ich nicht sprechen. Und sie will natürlich schauen, dass sie da schon mehr kann als nur den vierten Platz. Wie wir es gerade erzählt haben, kann ich jetzt auch wieder auspaudern. Ja, bitte, ein Plauder aus. Sie hat sich extra die Szene angeguckt, um zu sehen, was wir über sie gesagt hätten, ob wir die Beef-Schmach noch mal ansprechen. Und es war dann ganz echauffiert, dass du es tatsächlich gewagt hast, diesen Schmutz noch mal hervorzukehren. Aber dass das an einem klebt, das hätte ja klar sein müssen. Ja, das darf ich aber auch ein bisschen sagen, denn im Gegensatz zu dir, der das nicht so sagt... Ach, guck, das ist ja Schause dir... Sie war übrigens vierte. Sie war vierte, ja. Vierte. Aber es ist gut. Ein sehr, sehr guter vierter Platz, wie man sagt. Ich darf das ja auch ein bisschen, weil ich ja selber auch mal da Blutschweiß und Tränen in diesem Format... Aber du warst ja ein Dritter, ne? Das weiß ich nicht mehr genau. Das ist auch Fake news vielleicht. Jetzt bei Wikimedia nachgucken, ehrlich gesagt. Die Platzierung. Wir haben Lars aus der Sales-Abteilung hier, ne? Mit guter Laune und einem gewinnbringenden Lächeln hat das weit gebracht. Er setzt sich große Worte drauf. Hier natürlich Bankrot. Hier hat immer ein bisschen Lötzin dabei. Der lebende Lötkolben. Also er... Ich weiß nicht, ob er so auf Löten reduziert werden möchte. Aber ja. Also er kann ja ganz vieles. Er kann im Grunde alles. Du gibst ihm Technik und sie kommt heile zurück. So ist es ja. Ein Magier. Aber ist das nicht genau das, wenn man sagt, Lötkolben... Es da Lötkolben bängt. Ja. Das ist einfach so. Du legst irgendwie Technik hin. Irgendwas, wo Metall oder Kabel oder irgendwas glänzt. Auf jeden Fall immer löten. Ja. Und das ist für mich so ein Synonym für Platinensäuberung. Menschen, die irgendwie diese Sachen verstehen. Die haben immer Lötkolben. Guck ihn dir mal an. Es geht ja auch immer um Sicherheit, ne? Also, brauche ich die Erdung wirklich? Oder kann das Kabel weg? So, ne? Dieses ganze Blau auf Braun. Da kommt Grün aus der Wand. Und da ist Benk natürlich auch mit einem findigen Gespür für Sicherheit. Mich guckt er immer manchmal ein bisschen skeptisch an, weil ich hab schon den zweiten Kopfhörer abgeliefert, wo ich diesen Klinkenanschluss so abgeknickt habe, weil ich zu abrupt von meinem Arbeitsplatz aufgestanden bin und den dann so mitgerissen habe. Und ich bin der Kopfhörerzerstörer hier. Und dann versucht er den immer zu flicken und gibt ihn so ganz sanft mir zurück. Aber es klappt. Manchmal. Ja, gut. Aber ich meine, auch ein Meister vollbringt mal nicht das Meisterwerk. Aber wir müssen hier ... Wir gehen noch mal weiter einmal durch die Runde hier. Alex, Praktikantin aus der Redaktion, ist ebenfalls mit am Start. Also wieder ein wirklich ein Kefellbuntes, wie Ex-Giga-Kollege Florian sagen würde. Sarah Kelberer, Team Ansage, ne? Also die Kika-Produktion, die wir gerade machen, ist sehr, sehr, sehr weit vorwärts gekommen. Einige haben wirklich richtig delivered, andere haben ... Enttäuscht ist ein großes Wort, aber ich meine, es passt halt, ne? Andere haben enttäuscht. Sarah war taff, ja. Die hat durchgezogen. Guck mal, ich mach meinen Sack noch zu. Gleich hab ich das dreckige Dutzend nämlich zusammen. Markus Jakob aus dem Hause Game 2. Ein Urgestein, Stein seit Folge 1. Der will es wissen. Der will gewinnen. Der hat auf jeden Fall Ehrgeiz und so weiter. Letztes Mal ist er so rausgeflogen, war zu ehrgeizig, war ein bisschen zu nervös. Diesmal hat er es geschafft, seine Nervosität zu überwinden. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel war er am Start? Auch bei Pong. Bei Pong, genau, ja. Dann haben wir noch dabei Laura Heumann. Sie ist Motion-Graphics-Designerin. Aber tatsächlich natürlich rettet sie Pflanzen, ist Game Jam-Überlebende und Isaac-Profi. Also mein Team wird nicht schlechter. Auch nicht mit der letzten Karte, die ich hier rauslege. Peter Neumann. Peter ist ebenfalls am Start für mein Team. Auch noch nicht so häufig in Erscheinung getreten. Aber als junger Redakteur im Team Ansage, jemand, auf den ich sehr, sehr, sehr große Hoffnung setze. Ja, das sind's in meine 12. Jetzt scheinbar, wie du kontern kannst. Ja, wie schnell muss ich denn? Muss man Gas geben? Ich weiß nicht. Nö, okay. Schön ausschweife ich hier. Benjamin Weigel haben wir hier. Oh, ich muss meinen Bauch einziehen. Das ist eine unglückliche Perspektive. So, genau. Oh, drehen. Sorry. So. Nee, andere Richtung kippen. Bayerische Gelassenheit, vorbildlicher Stoffwechsel und schöne Hände hat er. Ja, super Typ. Hat gestern geliefert, sonst wäre er nicht mehr hier. Ja, man muss aber vielleicht an dieser Stelle anmerken. Zeigt das Bild nochmal. Ihr werdet ihn vielleicht nicht erkennen. Vielleicht können wir mal in die Lounge schauen, weil natürlich stylebewusst, wie der gute Ben ist. Komm, wir machen mal den Vergleich da. Schau mal her. Ja, stimmt. Ja, das war das, also wie gesagt, das sagenumwobene Duell der Schnurrbärte gegen Anton. Wie kann man sich denn nur so einen dichten, bauschigen Kinnbart wegrasieren? Ich bin ganz neidisch. Ach du. Mag ich mich? Wer hat da hart? Kam die in die Verlegenheit. Und das werde ich noch nicht mehr. Ey, wie geil wird das denn aus, wenn du mal so einen gotischen Baden hast? Ich glaube, es wäre richtig cool aus. Ja, auf jeden Fall. Aber das sparst du dir auf, oder was? Ja, genau. Okay. Das spare ich mir auch. Habe ich mir fest vorgenommen. So, irgendwie das Letzte so. Weil ich weiß genau, irgendwann werde ich da niederliegen und sagen, ach, hättest du den mal mit dem Bad wachsen lassen lassen. Dann sprichst du dir so auf dem Sterbebett. Okay, Etienne Gardet haben wir natürlich noch. Immer mit, muss man immer mit rechnen. Hat gestern auch abgeliefert. Hat eine sehr gute Becher-Flip-Technik gehabt. Hat auch nochmal erklärt in der Nachbesprechung, worauf es ankommt. Ein ruhiger Finger und in der Mitte. So, hätte man nicht gedacht. Man muss ihn genau in der Mitte treffen. Damit er nicht wegkippt, ne? Ja, also man muss da weiter, ja. Waren mir nicht ganz klar. Und super Leistung abgeliefert. Und mal schauen, wie er heute performt. Ja, ich glaube, er war selber ein bisschen überrascht. Von seiner Leistung. Aber er ist auch sehr cool geblieben. Ich muss auch sagen, also er hätte das bei alten Beef-Staffeln sozusagen, das war ja wirklich knapp am Ende so, ne? Und eiskalt geblieben. Ja, ist vielleicht die Routine des Alters, die ihm da zugute kommt. So, dann haben wir hier Ole Gauss. Oh ja. Ole, auch jemand, der natürlich, das war eine fantastische Performance hier. Der war extrem ruhig. Das kann jemand, der sich mit IT auskennt, natürlich auch sein. Weil er weiß, mein Job ist safe. Ja, genau. Der war so ein ganz, auch eiskalder Typ. So, Miriam Tansky haben wir hier noch. Genau, aus dem Artist-Management-Team. Hat auch richtig, richtig gut abgeliefert gestern. Und das ist so eine, die kommt, oh, nö, ist doch alles so. Oh, ich hab schon wieder gewonnen. Oh, nö, wollt mir, tut mir leid. Oh, ich hab schon wieder gewonnen. So ein bisschen Gunnar, ne? So ein bisschen Gunnar war dabei. So dieses, oh, oh, oh. Ja, ja. Oh, hab ich voll gewonnen. Ist das gut, wenn ich ihn in die Mitte treffe? Äh, ne? Ja, ja, das ist so. Genau, dann haben wir hier noch Benni Koch. Ja. Der hat mir gerade gesagt, der hat den ganzen Tag Tischtennis gespielt. Wie hat er was anderes gesagt, weil das Wetter so schön war? Beides hat er gemacht. Ach so. Das Angenehme mit dem Angenehmen verbunden. Ja, genau. Da steht's so auf Trinkspiele. Aber ja, er spielt auch gern Tischtennis. So, Dominik Schlipper. Ja. Das ist auch. Das ist auch auf jeden Fall ein eisenharter Hund. Wer ein Bruder. Ja, kann man so sagen. Wer ein Bruder, stimmt. Darf man gespannt sein. Dann haben wir ja Henry Katschmarz. Der, ähm, unter den Top 8000 Veloid-Spielern der EU ist. Keine Ahnung, ob der Chat mal sagen kann, ob das krass ist oder ob das total lame ist. Vielleicht gibt's ja auch einfach nur 8000, keine Ahnung. Höchstwahrscheinlich. Aber Azubi ist er bei uns. Schau mal, wird da respektvoll ihm auf die Schulter geklopft? Ne, er schüttelt den Kopf selbst. Weiß nicht mehr, warum er's rauf... Doch, ja. Da fällt's ihm wieder ein, warum er's aufgeschrieben hat. Okay. Hey, ich mein, das ist dein Team. Ich darf ein bisschen frech sein. Ach stimmt, ach scheiße, ich muss die alle... Du musst da... Ja, psychologische Vorteile liegt eindeutig bei mir. Der ist einer der besten Top 8000-Spieler. So. Florentin Will, brauchen wir nix zu sagen, warme Augen hat er auf diesem Bild auf jeden Fall. Ich werd ganz sentimental, wenn ich das so sehe. Und hat gestern auch ein bisschen in der Mitleidsrunde dann ja auch nochmal die Wildcard sich geholt. Ja. Beim Schätzen nochmal zurückgekommen, obwohl er auch gut geflippt hat. Ja, er hat gekämpft. Ja. Das muss man an dieser Stelle sagen. Aber es kann natürlich sein, dass die Power dann irgendwie schon raus ist aus den warmen Augen. Genau, dann haben wir Lukas, der, ähm, glaube ich, Florentin gekickt hat, ne? Das war doch das Match gegen Florentin, ne? Ja, genau. Gegen Gunnar. Ach, der hat Gunnar, wir hören gerade. Das ist der Gunnar-Zerstörer, okay. Genau, auch immer mit zu rechnen, sehr ehrgeizig und Kampfsport im Notfall kann er auch mal ausrasten. Aber der war richtig durch. Das muss man sagen, am Ende des Matches stand er da eher wie so ein Lappen, also ein Waschlappen. Also, nein, im Sinne von ausgewrungen. Okay. Weißt du, weil die Power raus war. Die Leute haben auch alle sehr geschwitzt. Ja, guckt er schon wieder so böse. In Wirklichkeit wissen wir, der ist jetzt ganz, ganz lieber. Und naja, der muss halt mit seinen Kräften haushalten. Ja. Wie wir natürlich auch hier. Ja, exakt, exakt. Ähm, und dann haben wir noch Sarah Linke. Ja. Die, ähm, ja, als hätte sie einfach, da steht's auch, unangenehme Situationen, kann sie gut ertragen. Unangenehm war das Match jetzt nicht gegen, äh, Florentin. Ähm, aber sie ist auf jeden Fall sehr cool geblieben. Also, sie zeigt Nerven und, ähm, zeigt keine Nerven. Und, ähm, damit ist auch immer, ähm, gut für so ein Turnier. Das war extrem beeindruckend. Also, das ist, glaub ich, so eine, die Idee im Poker. Das könnte, könnte was. Mhm. Auf jeden Fall. Weil du wirklich überhaupt nicht weißt, ob sie dich gleich knallhart abzieht oder sagt, doch, ich geh vom Tisch, bin stinksauer, aber ich zeig's euch nicht. Richtig. Und dann haben wir noch Tuddel, den kennt ihr alle. Übrigens hab ich gestern nochmal, äh, guckt euch nochmal Game 2 Folge 58 an. Er ist auch Kickboxer. Ja, das stimmt. Eindrucksvolle Skills, die er da legt. Aber das war auch, das war, glaub ich, äh, eins der Comebacks gestern. Er lag 0 zu 2 hinten. Ja. Und dann hat er es zu einem 3 zu 2 umgedreht. Also, das war schon absolut inspektvoll. Ja, stimmt, das war dieses krasse Comeback. Ja, ja, auf jeden Fall. Wo man schon dachte, das wird nix hier. Paul hier, ne, Regie Paul, war richtig, richtig weit vorne. Der war ja ganz erschüttert, ne, wo dieser alte Seebär nochmal diese Power herholt, ne. Ja, ich glaube, das war sein Fehler. Kam der Veteran durch. Wenn du da einfach denkst, kurz vorm Ziel bist du safe, bist du nicht, wenn da Tuddel steht, der überrascht dich nochmal so richtig. Ja. Und jetzt wollte ich grad nochmal Tuddel sagen. Wir haben noch Luisa Pohl übrig. Die natürlich nicht, last but not least, zuletzt genannt werden muss, sondern auch sehr gut performt hat, Kaffeeschnabuliererin. Sehr viele Leute schreiben darauf, dass sie sehr viel Kaffee trinkt. Ja, ist Designerin bei uns. Also, in der Grafikabteilung wird ja gerne viel gemeinsamen Kaffee oder allgemein trinkbares konsumiert. Das hat sie ja gestern auf jeden Fall anekdotenhaft mitgebracht. Und ich glaube, Ben, der aus derselben Abteilung, ihr werdet es gleich selber erleben. Was soll ich denn sagen? So, und jetzt haben wir aber hier den Job, diese Leute in kleine Grüppchen zu packen. Genau. Und das ist ja eigentlich das Spannende jetzt. Und die, wir haben nur geringfügige Informationen, auf Basis dieser Informationen müssen wir jetzt Gruppen bilden. Du kannst anfangen. Ja, wir haben zwei Schlagworte bekommen von Johanna, der Spiele-Mistress. Übrigens Grüße gehen raus, Johanna in die Regie. Da sitzt sie auch heute wieder, versorgt uns und koordiniert alles, was da passiert. Unter anderem natürlich den Andreas, der nachher die Spiele leiten will. Ich schweife ab, denn die Informationen, die wir bekommen haben, sind tatsächlich das Schlagwort Geschick bei mir, also bei meinen zwölf Leuten. Und bei dir ist das Schlagwort Gaming. Gaming, ja. Das kann natürlich jetzt alles sein, ne? Ja, also wir hatten ja letztes Mal mit Last Beans Selling auch Videospiele dabei, aber es war immer so, Marke Moorhuhn, Marke Flappy Bird war es beim letzten Mal, ja, und so weiter, also nix, wo man jetzt wirklich irgendwie, wie sagt man nochmal, dieses Gedächtnis da, Muskeldächtnis und so weiter, irgendwie davon zehren könnte, dass man Gamer ist oder Gamerin, so. Ich schätze, so wird es auch diesmal wieder sein, trotzdem wird es ein Videospiel sein. Ja gut, also Valorant wird es wahrscheinlich nicht sein. Nee, genau, es ist kein Valorant, es wird irgendwas sehr, sehr Einfaches sein und so und ich hoffe auch, dass sie sich dann ein bisschen warm spielen können und so. Aber ja, trotzdem hat man vielleicht einen kleinen Vorteil, wenn man Gamer ist. Es hört sich aber auch so ein bisschen an, ich will jetzt nicht in diese Dschungelcamp-Falle tappen. Weißt du, im Finale, wenn dann immer, ähm, Ehrgeiz, Durchhaltevermögen, gute Nerven und du denkst, okay, was verbirgt sich, wer kriegt die Augen zu essen, das ist die einzig relevante Frage und am Ende des Tages wird es eh zugeschaffelt, aber man versucht zu interpretieren und man versucht eine Strategie und am Ende des Tages sitzt da einfach nur jemand wie Johanna, der mit einem leicht boshaften Schalk im Nacken sagt, egal was ihr denkt, ja, lasst uns ruhig teilhaben, aber ich werde das genauso servieren, wie ihr es nicht wollt. Also schauen wir mal, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, ähm, genau, damit, denn, ähm, du hast es schon gesagt, mein Team Geschick und ich muss jetzt drei Viererteams bilden. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil ich kann das, also geschicktechnisch natürlich ganz schlecht einschätzen, aber ich versuche mich vielleicht mal so ein bisschen über, vielleicht über die Professionen auch ran zu. Ja, wer könnte denn da besorgen? Also, pass mal auf. Und jetzt muss ich noch die zweite Strategie machen. Ich denke laut mit, damit du es gar nicht tun musst. Mhm. Was bedeutet das nun? Also will ich jetzt die super krassen S-Geschick-Menschen in ein Team packen und die Leute, die vielleicht nicht ganz so gekonnt mit dem Lötkolben umgehen, in ein anderes Team? Oder sollte man die Teams besser gut durchmischen, also den professionellen Lötkolben und das Einmal-Angebot auf dem Wochenmarkt in ein Team, damit der gute Lötkolben weiterkommt? Verstehst du, wie ich meine? Also meine Bildsprache ist heute ein bisschen flexibel, ich bin noch nicht eingesprochen. Mhm, doch, doch. Ja. Also ich würde, äh, ganz klar, ich würde, äh, die Menschen, die aussehen, als wenn sie gleich, äh, auf die Fresse fliegen in eine Gruppe und die Menschen, die aussehen wie Pianisten in die andere und die mittelguten, mittelgeschickten in die mittlere. Äh, sag mal. Und das alles nur an oberflächlichen Gesichtsmerkmalen bitte abgelesen. Ja, ich wollte gerade sagen, können wir ja nochmal kurz in die, pass mal auf, können wir nochmal einmal bitte in die, in die Spieler, ähm, und Spielerinnen-Lounge schalten? So, da sind sie nämlich alle versammelt. Jetzt muss ich mir das mal ganz kurz angucken. Also, ist der Peter schon da? Sehe ich den Peter irgendwo? Peter, sag mal ganz kurz, versuch mir mal irgendwie so ein Gefühl dafür zu geben. Also du kannst es nicht sagen, aber mir so ein bisschen zeigen. Geschick. Ist das jetzt so, sagst du, ja klar. Oh. Das ist aber überlebensgroß quasi. Also, okay, Peter, du bist schon mal Gruppe 1, Geschick, Profi. Damit hat er sich jetzt im Grunde ja noch selbst in die Profi-Liga gesteckt. Ja, hab ich schon nicht mehr hingeguckt. So, pass mal auf. Also, wenn du schlau seid, hat er alle unge... Na, egal. Was sagst du? Du hast Peter gesehen? Wo würdest du dich jetzt im Verhältnis, so wie geschickt bist du, auch... Das will sie natürlich möglichst nicht mit Peter in eine Gruppe. Das war jetzt schon strategisch, weil sie vielleicht rausfliegt. Ich weiß nicht, das ist, die Gefahr ist natürlich da. Du kriegst eine eigene Gruppe. Ist das nicht toll, aber, Spoiler, du wirst nicht lange alleine bleiben. Wir machen weiter. Markus. Der liebe Markus ist noch nicht da. Wunderbar, da kann ich ja ganz frei aufspielen. Also, ich habe ihn als einen durchaus konzentrierten, smarten, ja, Geschick gestern bei Pong. Da hat er ja schon ganz gut gespielt, aber ich habe auch durchaus seine zittrigen Fingerchen wahrgenommen. Also, wie gesagt, hier, I like Mario, oder wie heißt das Spiel nochmal, wo man auf dieses Mario-Glas klicken muss, das kann ja ganz gut. Da brauchst du ja also zumindest einen Finger, der sich schnell bewegt. Ich weiß nicht, ob da so Geschick läuft, wenn man das hier gut kann. Ja, das ist doch klar, so ein Schnappfinger ist auch Geschick. Ja, genau. Also, er hat einen schnellen, flotten Finger. Ja. Und, ähm, ja. Pass mal auf, das ist gut und deswegen schicke ich ihm... Er kriegt auch ein eigenes Team, so. Ich bilde jetzt erstmal so die Grundteams. Sarah. Hm. Sarah. Ja, Sarah, ich weiß nicht. Was, wer war bei den Schlümpfen dein Lieblingsschlumpf? Klamsi? Ja, gut, ihr müsst ja natürlich googeln, falls ihr, ähm, naja, ähm, Sarah, wo, wo, pass mal auf. Weißt du was? Ich muss diese Dominanz, diese Ansagedominanz. Ja. Da muss vielleicht, da will ich, da will ich die Welt brennen sehen. Du willst die Ansage Menschen in eine Gruppe stecken, damit sie sich gegenseitig zerfleifeln. Ja, warum denn nicht? Ausgezeichnet. Die sind mir viel zu gut gelaunt. Also, ja, das ist ja auch total dumm, weil das eigentlich dein Plan sein müsste, Zwietracht zu sänen. Ja. Aber pass mal auf, Sarah und Pitta. Ich glaub, das wird auch ne gute Geschichte. So, die Alex. Die Alex kann ich gar nicht einschätzen, muss ich sagen. Deswegen kriegst sie ne eigene Gruppe. Dann kriegst du doch ne 3, also in der Mitte, wie in der Schule auch. Wenn man nicht aufgepasst hat als Lehrer, kriegt also ne 3. Ja, oder ne 5, je nachdem, ob der Lehrer deine langen Haare mochte oder nicht. Ja, richtig. Also, es kann auch sein. Bang, so, jetzt ist der Lötkolben hier. Und hier, doch, pass mal auf, Lötkolben und Alex. Die schick ich mal in eine Gruppe, das find ich spannend. Da kommt so vieles zusammen, viele Geschichten, die später dann natürlich auch bei OKDE, bei Gala.de, also, die können jetzt schon die Headlines schreiben, weil einfach diese Paarungen es schon hergeben. Lötkolben deklassiert Praktikantin. Oder umgekehrt. Man weiß es ja nicht, das hängt ja vom Ergebnis ab. Lars Seifert, der muss gegen Laura ran. Also, oder mit Laura, auf jeden Fall wird er in ein Team gesteckt. Janina. So, das ist jetzt die Frage natürlich. Weißt du was, der kommt, Janina, du kommst zu Markus und ich glaub, du findest das sehr, sehr, sehr gut. Ja, ihr habt doch auch mal zusammengearbeitet. Guck mal, dieses empörte Gesicht. Markus kenn ich nicht. Doch, doch, doch. Das ist so ein bisschen Ansage-Vibes hier, ne? Ja. So, so machen wir das jetzt. Dann, Christina. Ja, so, haben wir denn irgendwo, ach, Christina, das wird schwierig jetzt. Wir müssen aber drei Gruppen machen, nicht vier, ne? Ja, genau. Drei mal vier, nicht vier mal drei. Das ist absolut korrekt. Deswegen wollte ich ja die Spannung bis zum letzten aufgreifen. Um mit flexiblen Regeln hier nochmal alles durcheinander zu wirbeln. Pass mal auf, wir machen das jetzt so. Also, Alex und Bengt, die liegen da ja schon in der Gruppe und werden jetzt zu einer Vierer-Gruppe aufgestockt. Also, Laura, Lars, Alex und Bengt in einer Gruppe. Ja, ich hab einen sehr, sehr großen, ich hab tatsächlich deutlich mehr weibliche Kandidaten bei mir. Da muss ich jetzt natürlich auch so ein bisschen geschickt gucken, weil man weiß ja nicht, welche Skills und wie, ob das alles total, ne, 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 ne. Pass mal auf, Christina und Janina und Markus, das sind drei schöne Anfangsbuchstaben, die mir sehr gut gefallen. MCJ, sagt man ja auch, ne, danach so ein Argument zu teilen. Bianca kommt nochmal da rein. So, und dann stecken wir nochmal den Leo in die Redaktions- ja, komm, das ist doch super. Und Lisa darf sich mit Markus, Janina und Christina. Also, ich hab mein erstes Team hier. Hier, mein erstes Team, was gleich zum Thema Geschick antreten wird, besteht aus Leo, Bianca, Sarah und Peter. So, eingelockt. Das zweite Team besteht aus Lötkolbenbängt, Rothaar-Alex. Äh, Smiley Lars. Smiley Lars. Und natürlich, ähm, Laura. Nein, das ist, ich hab gedacht, es wäre eine gute Idee, so Attribute, damit man es sich besser merken kann, die aber natürlich völlig äußerlich und oberflächlich sind. Und dann bin ich noch abgebogen auf die Spur der Vernunft im letzten Moment. So, mein letztes Team, da sind wir bei dir, besteht aus, ich mach's jetzt richtig schnell, Lisa Handierk, die Meisterin der Buchstaben. Ähm, Christina, die Meisterin in allem. Janina Hille ist ebenfalls in diesem Team. Und natürlich Markus, Pokémon-Meister. Freu mich drauf. So, das sind meine, jetzt bin ich gespannt. Du hast das Thema Gaming und du hast dir bestimmt schon Gedanken gemacht, damit es nicht so lange dauert, wie bei dir. Ne, ich hab Schnitt, aber ich bei mich mal hier so. Also, wir haben hier Taddel, den würde ich jetzt mal in die, ähm, kann nicht so gut zocken, Schrägstrich, hat selten gezockt im Leben. Mhm. Ähm, Luisa, Luisa Pohl, äh, kann bestimmt nicht zocken. Die sieht aus, als hätte sie bessere Dinge zu tun. Oh, da würde ich jetzt natürlich gerne ihr Gesicht sehen, wenn sie das hört. Äh, Sarah Linke. Ähm, so, ich bin ja einfach mal oberflächlich, ne, ich weiß das ja alles nicht. Lukas schreibt bei sich selbst drauf, er ist Elden Ring, äh, PvP, MVP. Mhm, also. Kriegt eine eigene Gruppe? Der kommt in die, der spielt mit sich selbst. So. Florian will, wissen wir jetzt, hat sich verraten, ist ein sehr guter Gamer, kann dieses Klischee nicht mehr aufrechterhalten, diese Schublade, da ist er rausgeflogen. Kommt in die Profiliga mit. Aber du willst wirklich, die Skill Lords sollen sich gegenseitig zerfleischen und die vermeintlich nicht so erfahrenen Gamer und Gamerinnen genauso. Das ist dein strategischer Problem. Genau, damit am Ende alle Spaß haben und sich nicht unfair behandelt fühlen. Mein Gott, so kenn ich dich. Hast du irgendwie eine Weiterbildung in Teamführung? Ja, na klar, muss ja jetzt sein, ne, ich muss ja, ich bin ja genötigt. Ja, ja, das fände ich schon. Ich bin genötigt, nett zu sein. So, ähm, Hendrik Katschmar zieht aus, ist ja, Top Valorant-Spieler, komm. Das, du willst aber wirklich, ne, du willst so richtig, das ist WEM-Auslosung. Ja, der ist im Team Lukas, Florentin und Henry sind wir jetzt. Ich kann auch gleich nochmal kurz switchen, liebe Regie. Ähm, so viel Zeit haben wir, ne, bevor ich, das ist jetzt sehr flapsig hier hingelegt. So, Benjamin Weigel. Ah, schwierig. Mit so einem krassen Stoffwechsel vielleicht. Der macht doch eine Bartgruppe noch auf. Bayerischer Gelassenheit. Ja, dann ist das jetzt halt ein mittelmäßiger Spieler. So. Eddie ist auch ein mittelmäßiger, nein, ist natürlich enorm, ähm, gut in allem, schreibt er, aber, ähm, wir packen ihn mal in die, ähm, zweite Bundesliga. So, ähm, Ole Gauss. Der kann das wahrscheinlich ziemlich gut, behauptet ihr aber mal, ne? So. Du meinst, weil er als, 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 die Ler viel Zeit hat. Okay, wir haben einen Kandidaten auch für die Profiliga. Welchen nehmen wir für die Profiliga? Ole oder Dominik? Ich kann Ole gar nicht einschätzen, aber Bärenbruder, äh, Doom ist natürlich. Ja, ne? Also, wir entschuldigen uns natürlich, weil wir komplett auf Oberflächlichkeiten und mit vermeintlichem Wissen alles kaschieren, was wir nicht haben, nämlich Tiefgang und Wissen. Also, Benni kann auch zocken, weiß ich. So, der kommt in Eddies Gruppe. Ja, aber der hat den ganzen Tischtennis in der Sonne gespielt, ne? Hm, genau. Ja. So, dann haben wir noch Miri. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Kommt also in die mittlere Gruppe. Und Ole landet jetzt deswegen in der schlechtesten Gruppe. Also, ich weiß nicht, der kann bestimmt auch zocken, wenn er programmieren kann, oder? Ja, man sollte es, äh, ich seh zockende Beine. Ja, guck mal, da geht der Daumen hoch. Wunderbar. Damit ist er in die mittlere Liga aufgestiegen und wir haben jetzt folgende Gruppen. Gruppe, äh, also Kreisliga. Äh, wertfrei. Ähm, sind diese vier Personen, wir haben, das kann ich selbst nicht mehr lesen, das war dumm. Miriam Tansky, Sarah Linke, äh, das ist spiegelverkehrt, ich krieg das nicht hin. Luisa Pohl. Luisa Pohl und, pff, Taddel. Diese vier Menschen sind, äh, ein Team. Dann haben wir noch, äh, diese vier Leute, äh, Benni, Eddy, Benni, Bohle. Und dann, äh, haben wir noch folgende vier Personen in der Profilie. Benni Bohle, das klingt so ein Kindergetränk, hab ich gerade gesagt. Ja, stimmt. Oh, Benni Bohle. Ich trink nur Erdbeer. Na gut, ja. Okay, äh, Lukas, Florentin, Henry und Dominik. Ein fantastisches Team. Also, 24 Teilnehmende haben wir noch. Last Bean Standing Turniertag 2 geht gleich los. Wir schnaufen noch einmal durch und dann sehen wir uns und dann sehen wir vor allem einige nicht mehr, denn es wird knallhart durchdezimiert, äh, was passiert, wie es passiert und wer übrig bleibt, das seht ihr im Laufe des Abends. Also, bleibt dran, wir sehen uns gleich bei Last Bean Standing. Und herzlich willkommen zu Last Bean Standing. Teil 2, die letzten Teilnehmer trudeln hier noch ein. Was für ein Abend, ein Abend voller Action, Spannung und Spiel steht bevor. Es ist der 21. April, das heißt zum einen, Happy Birthday an meine Schwester an der Stelle. War nur für Sympathie, ich bin ein Einzelkind. Das zum einen zum anderen Tag 2 von Last Bean Standing. Tag 2 im Dschungel der Minispiele, sozusagen. Wir haben zwei Teams am Start, Team Colin und Team Micha, benannt nach den Kommentatoren, die hier durch den Abend führen. Und auch heute gibt es Chancen, ins Finale einzuziehen. Es sind teilweise dornige Chancen, aber ihr habt alle mehrere Chancen, euch zu qualifizieren für das Finale, das dann nächsten Freitag stattfindet, am 28. April. Allerdings nur acht Personen werden diesen Tag hier heute überleben. 24 sind da, ihr habt gestern euch durch den ersten Tag gekämpft, aber heute müsst ihr nochmal zeigen, was ihr wirklich drauf habt, um euch hier zu qualifizieren für den Finaltag. Wie sieht es denn bei euch aus, Florentin? Wie lief dein Abend? Du hast zum einen beim Becherflippen ein bisschen unglücklich abgeschnitten, dann aber beim Schätzen wirklich die perfekte Schätzung geholt. Wie konntest du schlafen? Es waren auf und ab, ich habe mich quasi schon draußen gesehen in der Badewanne und den Rest der Sendung im Schaumbad verfolgend, aber nein, dann kam tatsächlich nochmal Schätzen, was ich glücklicherweise seit acht Jahren hauptberuflich mache und das hat dann auch erwartbar gut geklappt. Sehr gut, hast du toll gemacht und hat dir auf jeden Fall hier einen Platz heute im sozusagen Halbfinale beschert. Janina, wie sah es bei dir aus? Du hast gerade eben schon gesagt, du wolltest auch nochmal bei den Kommentatoren reinhören, was sie denn da so gesagt haben, während du dein Spiel gespielt hast. Was gibt es da noch, was zu klären heute? Das haben wir vorhin schon geklärt. Okay, wie ist es ausgegangen? Also habt ihr euch freundlich zusammengesetzt und geredet? Kann man so nennen, ja. Ah ja, cool. Ist gut ausgegangen für mich. Okay, gut. Ja, du bist ja immer noch hier. Ob das am Ende des Tages auch noch so ist, werden wir rausfinden. Aber vorher hatten Colin und Micha schon eine Aufgabe, mein Kommentatoren-Duo des Traums. Übrigens bin ich gestern nach Hause gegangen nach der Show und dachte, oh, jetzt würde ich gerne eigentlich nochmal den Colin und Micha Podcast anmachen. Hatte gar nichts zum Hören. Heute ändert sich das wieder, denn ich habe die beiden auf dem Ohr und ihr hattet schon eine Aufgabe, nämlich eure Teams in Vierer-Teams zu unterteilen. Erzählt mal ein bisschen, was habt ihr da getan? Ja, wir haben schmerzhaft da weitergemacht, wo wir gestern begonnen haben. Denn Last Meant Standing, es wird knallhart rasiert. Gestern hatten wir zwei Teams mit jeweils 20 Leuten, 40 Teilnehmende waren am Start. Jetzt sind nur noch 24 da. Das heißt, für jedes Team noch zwölf am Start, die die Chance auf den Sieg haben. Ja, und wir hatten eben die Aufgabe in der Pre-Show bekommen, diese Teams nochmal aufzuteilen. Und zwar, das nächste Spiel steht für mein Team unter dem nebulösen Namen Geschick. Und ich hatte die Aufgabe, zwölf Menschen zu drei Vierer-Teams zusammenzustellen. Und das können wir uns mal angucken. Ich habe es wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, weil wir alle nicht genau wissen, was auf uns zukommt. Aber im ersten Team von Team Colin sind Leo, Bianca, Sarah K. und Peter dran. Dann werden Lötkolben, Bengt, Alex, Lars und Laura antreten. Lisa, Christina, Janina und Markus treten gegeneinander oder miteinander an. Und genaueres weiß man ja an dieser Stelle noch nicht. Ich habe mich letztendlich bemüht, eine gewisse Geschlechter-Ausgeglichenheit zu haben, Erfahrene mit weniger Erfahrenen zusammenzubringen, um am Ende des Tages einfach beste Chancen zu haben, dass jemand aus meinem Team hier als Last Bean Standing rausgeht. Wie war es bei dir? Ich habe mich an den Gesichtszügen orientiert und daran abgelesen, wie leistungsfähig diese Leute sind. Nein, ich habe zwölf Kinder und ich habe sie alle lieb. Aber wie das so ist mit Kindern, die haben alle verschiedenste Talente. Und danach habe ich sie dann sozusagen in Gruppen eingeteilt. Bei mir geht es ja um das Thema Gaming. Wer kann denn jetzt gut gamen? Das ist ja immer so eine weiche Frage eigentlich. Aber ich habe mich jetzt dazu durchgerungen, Leute zu Profis und zu Versagern zu kategorisieren. Nein, ist natürlich übermäßig hart gesprochen. Aber entspricht, ich erinnere mich ganz gut an deine Worte von vor zehn Minuten. Ja, stimmt. Nein, aber sie sind jetzt grob eingeteilt. Und damit es halbwegs innerhalb der Gruppen, falls sie denn gegeneinander spielen, ja, fair zugeht und sie nicht das Gefühl haben, sie treten gegen Superprofi Eten oder sowas an. Ja, ich bin gespannt, ob auch die Teilnehmer natürlich zufrieden sind mit dem. Und ich muss noch mal ganz kurz sagen, Andreas, wenn ich das eben richtig verstanden habe, dann wurde Taddel im Supermarkt angesprochen, weil man ihn da gesehen hätte. Gestern bei Last Bean Standing, er ist ja noch in deinem Team. Stimmt das? Magst du Taddel darauf mal anhauen? Das sind ja Breaking News. Dann bräuchte ich doch noch mal das Mikrofon. Gar kein Problem. Ist das so, Thaddeus? Ist das so, dass du inzwischen erkannt wirst und Autogramme schreiben musst im Edeka? Vielleicht, weiß ich nicht genau, aber vermutlich ja. Vermutlich ja. Das ist das Beste, was ich hier gerade holen kann. Gut, alles klar. Okay, haben wir das auch? Also, der Edeka in der Heinrichstraße ist ja bekannt inzwischen für Rocket Beans. Gut, ich verabschiede mich aber erst mal von Team Taddel, würde ich an der Stelle sagen, denn ihr könnt euch noch ein bisschen entspannen. Vielen, vielen Dank, denn wir starten wie immer mit Team Colin. Ihr kennt eure Vierergruppen. Ihr wollt aber vielleicht auch wissen, was euer Spiel ist. Vorher aber einmal, einmal den Saal leeren. Bitteschön. Und ihr könnt euch hinter mir ein bisschen verteilen. Und dann sage ich euch, was wir spielen. Der Überbegriff war ja Geschick. Und wir spielen ein Spiel, das ich schon länger mal in eine unserer Shows einbauen wollte. Das Ganze nennt sich Klask. Ja, es geht um Klask von unseren Freunden von Game Factory. So sieht das Ganze aus, wenn ihr morgen in den Spielwarenladen rennt und sagt, ja, ich hätte mir gerne mal Klask geholt. Das gibt es in der traditionellen Zweier-Variante, eins gegen eins. Das allerdings, was wir hier haben, ist Klask 4, die Special Halligalli-Variante, hätte ich fast gesagt, für vier Personen. Und das heißt ja in den meisten Fällen, vier Personen immer mehr Spaß als bei zwei Personen. Wie funktioniert das Ganze? Das Ganze ist ein Mix aus Kickern, vielleicht auch ein bisschen Flippern und meiner Lieblingskomponente von Gesellschaftsspielen, Magnetismus. Wie sieht das Ganze aus? Ihr seht hier diese vier Spielfiguren, von denen jeder von euch gleich eine bekommt. Die steuert ihr aber nicht etwa langweilig hier oben, sondern hier unten, geil, mit einem Magneten von unten. In dieser Range, die ihr hier habt, genau unter dem Tisch. Da könnt ihr euch in diesem Bereich bewegen. Das seht ihr immer so eine kleine Dings. Da führt ihr eure Figur aber, ob acht, zum einen habt ihr hier diese kleinen Tore. Wenn ihr also ein Tor bekommt, müsst ihr einen Punkt abziehen. Alle von euch starten gleich mit fünf Punkten. Ich fühle mich ein bisschen wie die, hinten die Notausgänge, können aber auch hinter ihnen liegen. Diese fünf Punkte geht es zu verteidigen, denn es ist so ein bisschen ein taktisches, etwas eher defensives Spiel, weil ihr müsst wirklich aufpassen, nicht zu viele Punkte zu verlieren. Wie verliert ihr Punkte? Ihr verliert Punkte. Zum einen natürlich, wenn ihr den Ball reingeschossen bekommt in euer eigenes Tor. Das ist ein Punktverlust. Zum anderen, wenn ihr mit eurer Figur im eigenen Tor landet, verliert ihr auch einen Punkt. Das soll verhindern, dass ihr nicht einfach Torhüter spielt und eure Figur reinstellt. Ihr verliert ebenso einen Punkt, wenn ihr zwei dieser kleinen Magnetpubbel, das ist der offizielle Name, ne, hab ich mir ausgedacht, einsammelt. Und das geht recht fix, wenn ihr nämlich in die Nähe kommt, ja, und zwei davon sammelt, dann gibt es einen Punktverlust. Und die vierte Art, einen Punkt zu verlieren, ist, wenn ihr die Kontrolle über eure Figur verlegt. Da geht's nicht etwa um Ernährungsplan, sondern tatsächlich darum, dass eure Figur, wenn ihr mit eurem Pümpel zu weit nach vorne geht, die vielleicht umkippt und ihr die nicht mehr steuern könnt. Soll also ein bisschen verhindern, dass ihr nicht einfach so ruckartig versucht zu spielen, sondern euch hier wirklich strategisch clever auch bewegt auf dem Spielfeld, um zwar den Ball zu schießen, aber nicht so viele von diesen Pümpeln einzusammeln und so weiter. Also, Geschick at its best. Und ich würde sagen, ja, kommen erst mal die ersten vier bitte einmal nach vorne, die erste Gruppe schon. So, genau, also ihr steht hier dran. Achso, das ist dein Magnet. Ihr könnt schon mal ein bisschen mit der Figur umspielen. Nein, die Mod-Karten, die musst du halten währenddessen. Eins gegen eins gegen eins gegen eins. Wir spielen eine Elimination-Variante. Sprich, wenn einer von euch die fünf Leben verliert, ihr könnt auch mal ein bisschen mit rumspielen, ein bisschen mit dem Ball spielen, dann ist er raus. Wenn der nächste rausfliegt bei null Punkten, dann wechseln wir einmal, dass ihr euch gegenübersteht. Eins gegen eins. Und spielen so lange, bis nur noch einer da ist und die drei anderen ihre Punkte verloren haben. Ja? Fünf hat jeder. Sage noch ein bisschen zu Bianca, wenn es geht vom Spiel her. Ja, genau, ja, so weit muss gar nicht. Okay, habt ihr vier noch Fragen? Nee, aber ich würde gerne Lars mal gehören. Lars, hast du noch eine Frage? Ja, was ist, wenn der Ball durchs Tor rollt? Genau, super richtige Frage. Wenn der, das ist wirklich eine starke Frage. Genau, das ist nämlich, wenn er wirklich drin bleibt, ja, klar, Minuspunkt. Wenn er aber nur so kurz rein und wieder rausflutscht, dann ist es kein Fehlerpunkt. Ja? Noch Fragen? Wie geht der Anstoß? Sind wir set? Den mache ich gleich. Sind wir set? Sonst? Dann würde ich sagen, können wir beginnen. Den ersten Anstoß mache ich noch so. Genau. Ach so. Ja, dann frag doch. Was ist denn, wenn der Kumpel hier so kurz rein und wieder rausgeht? Ist das schon ein Minuspunkt? Wenn er im Tor ist, ist es ein Minuspunkt. Das wäre ein Minuspunkt. Und du siehst, du kriegst ihn auch nicht so schnell wieder raus, ja? Also vermeidet das eigene Tor. Okay? Gut, dann geht Klask los. Und bitteschön, zum zweiten Punkt fällt, unterbreche ich. Das ist jetzt ein Spiel, man hat es an den Reaktionen schon gesehen, als es enthüllt wurde. Ich glaube, da ist noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung am Spiel gerät, ne? Da ist mal Skepsis im Spiel, ähm, ist ein komplett neues Ding, äh, beziehungsweise nicht komplett neu, aber, ähm, erst mal ungewohnt. Erinnert ein bisschen an Tischfußball, finde ich, so ein bisschen, ne, logischerweise, durch die Tore, aber, ähm. Ja, ja. Genau. Man muss es natürlich erst mal jetzt quasi on the fly lernen, so, ne? Und das ist natürlich, oi, das ist schon mal das erste Vordergrund. Ja, das ist die Frage, ne? Genau, erst mal reinkommen, wie will man direkt so offensiv sein und selber Tore machen? Oder einfach mal gucken, so wie das jetzt gerade von Sarah natürlich bärenstark reingehauen. Gut, haben ja auch die Fragen von Sarah und Lars gefallen, die natürlich berechtigt waren, aber immer das Gefühl geben, dass sie anhand der Antwort ihrer Strategie in einem Spiel, das sie noch nie gespielt haben, maßgeblich ändern werden. Was sicherlich nicht der Fall ist. Also, ich hab's vorhin mal ein bisschen zugeguckt beim, beim, ähm, Aufbau und, ähm, da ist der erste Punkt. Man darf die echt nicht so schnell bewegen, die Figuren, das ist im Grunde der Trick, dann ist die weg, dann hast du sofort einen Minuspunkt, ne? Ja. Also, das geht flott, dass die, ähm, unter, außer Kontrolle, äh, gerät. Und dann hat man ja schon, ähm, das heißt, man muss ja, ich, vor... Tor! Genau. So, und da verliert die Bianca jetzt ein Leben, das sehen wir, das ist der Pömpel, denn es geht eben darum, nicht, ähm, Punkte zu machen im Sinne von Tore, sondern die fünf Leben zu verteidigen. Und da geht das nächste, gerade beim Peter auch, weg. Diese schwarzen Pömpel werden also umgesteckt, jeder startet mit fünf Leben und entsprechend wird sie dann hier reduziert. Und übrigens, ähm, ich glaube, es ist Sarah, ne, ähm, hat jetzt schon so ein Klebedings an sich dran. Wenn sie noch einen sich einfängt, hat sie auch einen Punkt verloren. Ja, und das scheint so ein bisschen gerade provoziert zu werden. Da hat sie nicht mitgerechnet, ne? Beziehungsweise der Leo, dass jetzt über Bande hier den Konflikt, den Sarah und Peter unter sich ausmachen, diese vermeintlichen, oh, wir sind Team Ansage, wir haben uns ja so unglaublich lieb, die behaken sich aufs Härteste. Und Leo dachte, er könne sich raushalten. Pustekuchen. So, und da geht auch bei Leo und wir sehen, der Einzige, der hier mit vieren noch zu Buche schlägt, äh, die beiden sind Sarah und Leo. Oh, und jetzt muss Bianca aufpassen. Zwei Leben hat sie noch. Und es geht eben darum, hier einen Sieger, eine Siegerin zu klüren. So, da stand gerade jemand, das war wieder Sarah, ne, stand im Tor. Das heißt, wenn das im laufenden Spiel gewesen wäre, hätte sie jetzt auch einen Punktabzug, soweit ich weiß. Du darfst dich nicht ins Tor reinstellen, logischerweise, sonst würdest du es ja blockieren. Genau, darum geht es nämlich, also, Ball im Tor, in dem Loch ist ein Abzugspunkt, wenn deine Figur umfällt, ist ein Abzugspunkt, wenn deine Figur ins Tor geht, ist ein Abzugspunkt. Und wenn sie zwei von diesen magnetischen Pömpeln aufsammelt, ist ein Abzugspunkt. Also, man muss in diesem Spielfeld bleiben, mit dem Magnet und das ja erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, ne? Also, wie, wie weit kann ich denn gehen? Und man sieht es eben nicht genau, ne, wie diese Figur reagiert auf das, was die Hand unter dem Tisch macht. Das ist schon eine Herausforderung, an der sich hier... Ich warst die ganze Zeit auf den Hand unter dem Tisch, Gag von dir, und wenn du nicht machst, mal richtig... Ja, muss ich zugeben, ich denke nicht in diesen Niederungen des Humors, also ich bin da eher fasziniert von... Es geht ja auch um mein Team, ne? Ja, das ist richtig. Ja, aber sie haben alle nur eine Hand unterm Tisch und, äh, ich denke, was sie damit machen, das sehen wir hier. Peter ist raus. Peter ist raus, verlässt als erstes den Tisch. Aber es gibt ja noch eine zweite Chance, so. Ach, jetzt wird sein Tor blockiert, verstehe. Jetzt wird auf, damit hier nichts passiert. Ja. Genau, und ihr seid noch zu dritt, alles auf Anfang. Dann mach ich den einmal wieder in die Mitte, damit's fair ist und bitteschön. Ich kann's wirklich null einschätzen, was hier die beste Strategie ist, aber grundsätzlich erst ein bisschen zu verteidigen mag durchaus ein valider Punkt sein, aber auf Dauer... Oh, und da war er zu wild, da wollte der Leo zu viel und konnte zu wenig und kriegt dafür direkt einen Punkt Abzug. Ich meine, wenn es bis dann ist, wie beim Tischfußball, die Lernkurve entsprechend ist, wenn die Lernkurve ist, wie beim Tischfußball, dann, ähm... Oh, oh, das war natürlich das Stopft, ja. Da drehen ja auch die Leute die Blöde, kennst du, dieses Kurbeln, 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 das ist dann einfach die Notlösung und sowas gibt's wahrscheinlich hier auch, ne? Dieses, äh, umgeeierter. Hat mich in der Grundschulliga aber weit gebracht, da war's noch nicht tabu, da galt das noch als, ja, wieso, wenn der doch so gewinnen kann, dann lass ihn doch. Und fast letztes Leben, also Bianca pfeift hier quasi auf der letzten Rille, ein Leben noch, Sarah hat noch drei und jetzt hat auch Leo nur noch eins. Also, sieht sehr, sehr gut aus gerade für Sarah, zumal sie eben auch in der Eckposition ist, ne? Das ist legit, können wir das spielen, sammeln wir gleich auf. Das wird jetzt spannend werden. Oh, das ist genau das, was dann natürlich, diese Anspannung nennt man es dann ja auch. Ich glaube, hier kann man sich auch so ein bisschen verstecken, so ein bisschen passiv sein. Ja, ein bisschen, aber... Du willst dann einfach nicht viel machen, dann ziehst du den Ärger nicht auf dich, weil es ist der Fehler an deinem Tisch und dann bist du sozusagen weniger Attacken ausgesetzt. Au, aber das ist genau das Problem, wenn du zu sehr einen auf Schweiz machst, irgendwann bist du dann doch im Blick der, der, der Bankenaufsichtsbehörde. Und genau das passiert jetzt hier gerade, denn alle haben jetzt eins, das heißt, es ist für alle am Tisch gerade das letzte Leben. Hier, mein Lieber. Und das ist natürlich eine maximale Sparung. Oh, sehr gut geil, aber leider jetzt, boah, damit ist Bianca raus. Genau. Soll ich das noch drehen, liebe Regie, dass wir jetzt eins gegen eins machen? Ja, ne? Ja, dann drehe ich das mit den Untersätzen, müssen wir gucken. Einmal drehe ich das ein bisschen. Genau das passiert natürlich jetzt. Damit die nicht über Eck spielen müssen, werden sie sich jetzt gegenüber voneinander positionieren. Hm. Achso. Ne, so machen wir. Ich habe es zumindest, ja, verstanden. Der Pömpel geht raus. Wie viele Punkte hast du? Einen, ne? So, jeder hat einen Punkt. Also, der nächste Punkt, respektive Punktverlust, entscheidet, wer hier sicher eine Runde weiter ist. Leo oder Sarah. Und diese Entspannung, Sarahs Hand in der Tasche, ist entweder ein Zeichen für Nervosität eindämmen oder ich bin so cool, wie ich wirke. So. Jetzt kommt er nicht mehr ran. Ja. Ja, das war, oh, er ist kurz umgekehrt. Hast du es gesehen? Das war eine gefährliche Aktion. Ja, ja. Und Sarah hat sich direkt dazu gebildet und passagiert. Hat er den Manuel Neuer gemacht? Ja. Der läuft auch immer so weit raus, weil er denkt, er ist Fußballer, aber eigentlich soll er mal lieber ein Tor stehen. Ja, gut, aber das hat ihn ja auch durchaus, also ich sag mal, zu angemessenen Qualitäten gebracht. Aber natürlich, Sarah wiederum hat sich in dieser hektischen Aktion, hat sie sich einen Begleiter eingefangen, den sie gerne wieder loswerden möchte. Ne? Achso, ne. Das ist hier. Wollen wir mal fair? Ja. Ja, genau. Wir haben, ihr müsst euch das unter dem Tisch wie so eine Art Pizzastücke vorstellen, was eben den Wirkungsgrad sehr einschränkt. Oh, das war natürlich nicht schlecht. Oh, da holt er sich auch. Oh, nein. Und damit ist Leo ein weiteres Mal an seinen Qualitäten. Der Klapp, Sarah, danke schön. Einmal weiter, aber auch Leo hat später noch die Chance und gerne die nächste Rasselbande. Kann schon einmal zu mir kommen. Die nächsten vier. Genau, war das so? Gerne. Benk kommt einmal zu mir. Alex einmal nach vorne. Und Laura, genau. Ist das so richtig? So, dann gebe ich, wer hat noch keine Figur? Einmal die Figur für dich. Achso, du hast noch ein Dings. Das habe ich auch noch. Daran soll es nicht mangeln. Figur für dich, Benk. Unten dein Magnet. Und die Tore machen wir einmal frei. Dann nimm noch den hier so lange. Okay, dann sind wir wieder set. Ja, genau. Netter Versuch, Alex. So. Ihr seid alle bereit? Habt ihr noch zusätzliche Fragen? Nö. Habt ihr alles gesehen nach dem Spiel, ne? Genau, die Punkte auf fünf einmal. Benk hat das auch. Und dann geht es hier los mit Runde zwei. Von Klass 4. Bitteschön. Für alle, die das räumliches Vorstellungsvermögen ein bisschen abgeht. Oben links in der Ecke steht Benk. Unten links Laura. Unten rechts Alex. Und der, der gerade so ein bisschen zuckt nach vorne und wieder zurückgeht. Mr. Nasser, das ist nichts. Aber auch alle charismatische Ärmel, ne? Also bei Benk ziehst du sofort das Holzfälle hemmen. Ja, sehr, sehr gut. Aber das hat ihm nicht viel Glück gebracht, denn er verliert den ersten Punkt. Und jetzt kommt der fünfte aufs Spiel. Ne, Ball dahin. Denn Benk hat Anstoß. Und Balle geht's. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das war natürlich auch ein bisschen Glück, ne? Das ist da hinter Laura sozusagen herflutschte das Bell. Oh, das war knapp. Ja, fast getunnelt worden. Und es ist wirklich so, diese kleinen Huppeln, die ihr da am Außenring seht, die lenken den Ball, der vielleicht in so einer Kreisbewegung sich befindet. Wunderbar ab, unter Umständen mit genug Schwung, natürlich direkt ins Tor. Und auf jeden Fall ins Spielfeld. Also so richtige, so runde Rotationsbälle gibt es nicht. Benk hat den Punkt verloren. Das ist das Glück von Lars, denn es wird eben nach jedem Punktverlust genullt. Und alle Fehler, die nachdem... Das hat ihn jetzt vom Tor beschützt, ne? Genau. Sonst wäre jetzt gerade ebenfalls mit einem Punkt weniger gegangen. Ohoho. Ja, gut abgewehrt. Nicht so gut. Nicht gut abgewehrt, aber Glück gehabt. Das ist auch okay. Und da siehst du, dass dieses Ablenken des Balls durch diese Außen-Nupsis... Ich würde Eisenhardt diese unkontrollierbaren Flipperbälle versuchen, ne? Das ist halt, irgendwo geht er schon rein, so. Nicht so dieses gezielte Schießen. Ja, genau. Das war doch keine Absicht. Stimmt. Ist, glaube ich, eine gute Technik. Also schön wild, aber nicht zu wilde. Ja. Vor allem, weißt du, die anderen dominieren durch Panikerzeugung. Kann ja auch wiederum. Oh, und da ist Benk, ne? Das ist natürlich... Das ist das Problem. Das ist sozusagen wie Blindlöten. Hm. Das ist ein Problem für ihn. Und dann weiß er halt nicht, ob er die Erde gerade mit der Phase verbindet. Das will er nicht. Und ich glaube, deswegen fühlt er sich ein bisschen gehemmt gerade hier. So, da ist ein Tor für Alex. Gut, wartet kurz, sonst schiebe ich das einmal ein bisschen mehr nach unten. Genau. Und wer hat denn den Punkt gerade? Hallo? So, dann hat Sarah den, äh, Entschuldigung, Alex den Anstoß. Alle Pämpel sind wieder da. Genau. Und bitteschön. So, der Anstoß läuft. Und die Einzige, die er noch ganz entspannt sein kann, ist natürlich Leibhardt. Die hat auch gar nichts verloren. Benk sollte schon so ein bisschen zitteren. Ja, komm, ja. Da hab ich ruhig. Es ist... Ne, komm mal, er bewegt. Der Ball hat auch einen Magneten. Ich hol ihn ja. Alex hat natürlich ein bisschen Angst vor dem Ballfang. Muss man jetzt... Oh, da ist der Ballfang. Das ist ja gemein. Das ist ja gemein, ja. Oh. Das war ein direkter Schuss. Das war... Das hat sie gut gemacht. Hat sie gut gemacht. Das war aus der Absicht. Super gut. Oh, nee. Oh, ein Doppelfail. Dreifach-Fail. Ja. Du kriegst die Pocke. Ja. Du gehst ins Loch. Und du hast den Ballstuhl drin. Ein Punkt noch abziehen, bitte, Laura. Ja, das kann immer schnell vergessen werden. Aber natürlich Adlerauge Andreas, der macht über das Regelwerk. Und die korrekte Einhaltung. So, weiter geht's da oben. Der sich jetzt bekriegt. Benk versucht, sich so ein bisschen rauszuhalten. Habe ich das Gefühl. Sollte er vielleicht auch. Aber die von dir angesprochenen Panikbälle einfach mal ein bisschen reinballern. Aber auch nicht zu doll. Dann rutscht er vielleicht um, fällt um. Oh, das war schön gemacht. Und Niese soll weg vom Loch, ne? Bleiben. Ja. Ja. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Sollte ich dir beherzigen. So. Zwei Punkte noch bei Lars, zwei Punkte bei Bengt, vier Punkte bei Laura links und ebenfalls noch drei Punkte bei Alex. Da hat er schon wieder so einen gelben Gefängnis. Ja. Ja, das ist ja wirklich jährlich. So einen weißen Tömpel am Hintern. Jetzt ist schlecht mit Steuern. Das ist aber wirklich so, ne? Du warst doch gerade erst in der Inspektion und dann ist da schon wieder irgend so. Oh, ja, 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 ja. Sehr, sehr gut hat er das gemacht. Super. Es gehen die aber auch alle auf Lars. Was soll das denn? Ja, die warst du nicht. Er ist doch quasi schon gehandicapt jetzt. Aber er könnte ja Lars-Mein-Standing werden. Das ist natürlich, das gilt es zu vermeiden. Aus Sicht der Konkurrenz. Oh, den hätte aber kommen sehen können. Und damit ist er im Club der Einser, aber nicht Schüler, sondern, ja. Es kann ja auch so eine Dynamik geben, ne? Dass man sich vorübergehend mal kurz zusammentut, um den mit dem meisten Leben mal runterzustellen. Ja, kann man machen. Aber ich glaube, so weit sind sie nicht, weil sie spielen sehr verhalten, ne? Also es ist weder panisch noch hektisch. Es ist das Gefühl, was sich mir vermittelt, alle schmieren ihr eigenes Brot. Und ja, klar, warum auch nicht? Denn das ist ja manchmal am leckersten. So, ne? Da will man nichts verlieren. Aber vor allem hier die beiden Rillen. Oh, da hat sie gesagt. So. Aber hat natürlich, hat der Bank gut gemacht. Hat nicht nur abgewehrt, sondern hat eben auch direkt Laura einen eingeschüttet. Obwohl sie gar keinen Nachschlag wollte. Eieieiei. Lars, ein Leben hat er noch. Bankt eins. Wir wollen so ein ... Jetzt will man lieber jemanden eliminieren oder gleichmäßig runterballern. Das ist jetzt das ... Oh, oh, oh. Sehr gut. Lars ist natürlich jetzt wirklich sehr zögerlich. Verstehe ich auch. Eieiei. Schön, die Pocke in die Mitte gefördert so. Geh weg. Wird abgelenkt, rollt rüber. Ja, Alex Kiles. Die beherrschen das jetzt alle ein bisschen besser, ne? Die verteidigen alle besser. Also es ist gezielter, ne? Hat sich eingegroovt jetzt hier. Das ist ja nicht so eine hektische 90er-Holland-Disco hier. Sondern das ist eher so der, wie so der Club der Pfeifenraucher. Also ... Und damit ist Bankt raus! Bankt ist raus! Bankt ist raus. Er hat aber, er hat's lang rausgezögert. Er wollte nicht dran glauben. Und dann hat der Sensenmann doch noch die richtige Tür gefunden. Genau, ich mach wieder einen ordentlichen Anstoß in der Mitte. Ich hab nur noch ein? Ein Leben. Drei sind da noch. Ich hab Bankt nebenbei gemacht. Ich hab's ganz genau gesehen. Okay, und bitteschön. Lars spielt glaubwürdig den Überraschten. Aber er sollte lieber dieses Spiel. Kann man sich die eine Pocke eigentlich abschütteln sozusagen? So, dass sie liegen bleibt und den anderen ein Hindernis wird? Das wär natürlich ... Das ist eine sehr gute Frage, dass man die so mit einem gezielten Schüttel-Move abstreift. Genau. Das wär natürlich schön. Also quasi du schickst den Ball und der schiebt die Pocken vor sich her. Ja, richtig. Auf den Tor. Ja, das Bild würd ich gerne sehen. Das war Lars. Das ist eigentlich so. Du hast ihm seinen Finger. Und jetzt wird's spannend. Da ist nämlich ein Punkt verloren. Nicht ... Ich hab gerade Pocke. Und Ball verwechselt. Oh! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. So. Und damit wird es auch für die Alex immer knapper. Alex, 2, Laura, 2, Lars, 1. Ja, wir erinnern uns Lars hier, der gerade versucht, Laura emotional sozusagen aus dem Konzept zu bringen. Sie sagt ja, sie haben mal einen Anflug von Langeweile, eine Pomme, aber es geht nicht auf. Lars, kämpfischer Plan, bringt nichts als ein Minuspunkt. Und mal rum, so machen wir das Ganze, du hattest zwei Punkte, ne Alex? Und bei dir sind es sogar, das ist deiner, ne, mit den drei Punkten? Genau, dann, da gerne an, hier müssen wir noch einen Dienst rein. Also man sieht auch natürlich so ein bisschen, man hört. Dann geht's jetzt los. Bitteschön. An der Schweigsamkeit, wie ernst beide das hier nehmen, ne? Ja, und an diesem angestreckten Quietschen unterm Tisch, ne, die machen das richtig mit Druck. Ja. Mit, äh, Qualität. Oh, das war ein schöner Schuss, aber auch genauso schön abgewehrt. Oh, das war, was du meinst, jetzt guck dir das mal an. Da hat sie direkt die Pocke vor dem Tor gefördert. Ja, und sie hat schon eine Pocke sich eingefangen. Mhm. Das ist dann die Doppelpocke. Ja, ja, jetzt kann die sich nicht mehr bewegen vor dem Tor. Ja, jetzt kann sie wirklich nur noch in sehr eingeschränkten Bereich, aber guck dir das an, das kann natürlich auch hier. Gerade diese sogenannten Roulette-Kugeln. Aber jetzt würde ich versuchen, von rechts das Tor zu machen, weil da kann, ähm, da kann ja Laura gar nicht hin. Ja, das sollte man versuchen, die Frage ist ja, die wir uns alle stellen, als Nicht-Kenner oder, ähm, praktisch, äh, spielen. Da hat sie die Pocke, da hat sie schon gezuckt, aber ja, schwierig. Konnte nichts machen. Also, jetzt der letzte Punkt für Laura. Oh, der war noch dritt. Oh, da ist er. Figur im Tor. Ja, ja, ja. Minuspunkt. Und jetzt gilt es, der nächste Punkt entscheidet eins zu eins bei dem verbleibenden Restleben. Sehr schön von der Seite weg verteidigt. Oh, auch natürlich so ein bisschen durchgelackt, aber ja, warum denn auch nicht? Laura hat noch zwei Leben, oder? Sehe ich das falsch? Ähm, Laura hat noch zwei Leben? Habe ich tatsächlich die ganze Zeit offenkundig falsch moderiert. Ne, sie hat sich doch eben eine Pocke eingefangen, sie hat doch mit zwei Leben ... Oh, hast du ein Tor gewonnen. Hat sie sich drei Leben zu Beginn? Offenkundig ... Also da links, links die, äh, die Lübckes da, die zeigen noch die Leben an. Und das ist doch dann ... Ja. Aber sie hatte doch eben eine Doppelpocke. Aber möglicherweise habe ich mich vertan, ich kann es jetzt leider nicht im Chat verifizieren, ob, ähm, der Nupsi nicht gesteckt wurde oder wir es einfach nur falsch gesehen haben. Ähm, Andreas im Zweifelsfall ... Aber ich finde es schön, wie wir hier die Begriffe auch etablieren. Pocke und Nupsi und, ähm, so ist das. Kann schon auch ein bisschen gegen Dings sein. Jetzt kann sie nicht mal an ihr Tor, siehste? Liegt da jetzt schon wieder so, die Pocke mitten im Tor. Meinst du, die hüpft aus der Kugel? Aus der Kugel? Achso, du meinst, da kann sie nicht raus. Da hast du sich wieder in den Pocke eingefangen? Ja, genau. Ja, und wir hören gerade, ähm, danke, lieber Chat, dass ihr das hier, die ihr live dabei seid, noch mal bestätigt, wir haben uns vertan. Laura 2 ist korrekt, ähm, ich habe falsch gelegen. Ich war auch das letzte Mal, dass ich das zugehe. So, oh, das ist jetzt der Mut der Verzweiflung natürlich, denn, ja, Alex kämpft mit dem letzten Leben, hat sich aber auch schon eine Pocke eingefangen. Und das ist wieder hier, ja, in die Pokkenzone. Und das war's. Das ist der Zweite. Und damit holt sich hier die Laura den Sieg bei Klass 4. Wahnsinn, vielen, vielen Dank an euch beide. Und dann haben wir ja noch ein Quartett da, auch für euch einmal das Ganze resetten. Genau, so, äh, Markus und Christina bitte einmal tauschen und Janina, Lisa, das passt. So, okay. Hier ist noch so ein Tüppel. Janina ein bisschen weiter nach rechts. Oh, und nimmt mal die Tordänger raus. Was? Das Tording bei dir? Achso. Oh, das haben unsere Leute so gut gemacht, dass er jetzt gar nicht mehr rausgeht. Na gut, Markus, danke. Hier ist schon mal der Ball. Ich bin nicht mehr in der Mitte. Das haben unsere Requisiteure extra gebaut. Gut, alle wieder auf fünf mit den Punkten. Okay. Ja, ihr könnt auch mal, bewegt euch mal ein bisschen. So, warte mal. Oh, ist schon. Genau, dass ihr so ein Gefühl kriegt für das Ding. Und dann, der Nina auch mal ein bisschen. Ja, geht, ne? Okay. Dann stehen alle auf fünf Punkte. Ihr seid bereit. Ich nehme einmal hier meine Mod-Karten und dann geht's los. Letzte Runde für mein Team. Ja, Markus, fürs Wissen, der haut richtig ein aus. Ja, Markus, der weiß halt, Offensive ist manchmal die beste Defensive. Das ist hier, du. Da, zack. Aber eingeschenkt. Ja? Eingeschenkt, ja. Da lag der Deckel schon auf dem Kölschglas und trotzdem kommt der Kürbis. Trotzdem gut von ihm. Das war reines Glück, dass da nichts reingegangen ist. Ich würde es genauso machen. Immer fest. Oh. Da wird sich Janina ärgern. Das sind so die Punkte, die man dann sehr, sehr ungern kann. Ja. Kann ich mal hin? Ja. Oh. Da war noch nicht freigegeben. Du hast Anstoß, weil du den Punkt nicht schoben hast. Genau. Jetzt ist es. Oh. Und das wiederum können wir nicht hinlassen. Ja. Punktabzug. Ja, das ist natürlich ... Genau. Du darfst einmal deinen Pipus abgeben. Also du kannst dich nicht drauf verlassen, dass der Airbag zweimal auslöst. Das war gerade Janinas ... Oh, aber auch die Lisa. Da hat die Lisa vergessen, dass man nicht im Vorstehen darf. Das ist so wie ein besagtes Pizzastück. Also unten drunten da sind so Markierungen, respektive so Grenzen, mit denen man nicht weiterkommt. Und da denkt man halt, man hat doch so ein schönes, saftiges Stück Pizza und du bist wirklich schon beim Rante angekommen. Das ist gerade Lisa zu Bengals gewonnen. Und hat sie einen Punkt verlieren lassen. Alle haben bereits ... Oh, da fliegt die nächste Pocke zu Markus. Kriegt er sie? Oh ja, der hat sie jetzt wieder eine Tor-Pocke. Oh, da hat er sie. Ja. Lisa darf auch einmal den abstreifen und Markus hat gleich den Anstoß. Ist egal. Und bei Christine hat man das Gefühl, die fliegt so ein bisschen unterm Radar, ne? Das ist immer die Taktik, die ich vorhin meinte. Ja. Was du ein bisschen in Bescheidenheit üben, nicht groß auffallen. So kenn ich. Kriegst du keinen ab. Oh, aber die Bescheidenheit bringt ihr nichts. Das hatte so ein bisschen Kaninchen vor der Schlange, ne? Der kam so langsam angezogen, also wirklich wie so eine durchschnittliche S-Bahn. In der Rush-Hour kommt sie an getuddelt und trotzdem schaffst du's nicht. Oh mein Gott! Ah, da ärgert sie sich. Ja, das ist ja ... Mein Kopf, ey. So, kurz mal durchatmen. Okay, gut, dann nicht. Okay. Ja, ja, ja. Hatte Janina nicht jugendliche Reflexe auf ihre Karte geschrieben? Ja, sie hatte Mindset eines Adlers. Aber das Mindset ist natürlich eine schöne Sache, wenn du nicht die Reaktion eines Adlers ... Junge Reaktionsgeschwindigkeit ist die drauf verschieben. Naja. Vielleicht hat sie auch beim Alter einfach geschummelt. Und sie ist schon längst einfach 43 oder so. Also ich glaube einfach, Janina ist mit wenig Erwartung hier reingekommen und das hat sich nicht geändert. Oh, aber da verliert. Ja, es ist halt so, ne? Wie sagt man so schön im, 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 äh, vor Gericht sagt man, äh, also ... Ähm ... Ja, guck mal hier. Zwei, zwei, vier, zweimal. Ich weiß nicht mehr, wie man vor Gericht sagt. Ja, ja. Ist schwach angefangen und dann stark nachgelassen. Nee, das war ein anderer Spiel. Das wollte ich sagen. Ah, guck, du bist nicht dumm. Wieso bin ich so dumm? Ja, die Frage kann dir nur der Spiegel beantworten. Ja, das ist ärgerlich. Janina, jetzt mit dem letzten Leben muss noch mal alles geben und das ist natürlich unmotivierend, wenn dann neben die Christina steht und noch derer vier hat, aber in dem Moment, wo ich sage, noch drei. Jetzt drei Punkte Abzug für Christina, bitte. Also ich an der Stelle würde, ich würde jetzt voll auf, ähm, Christina und, ähm, Lisa gehen, einfach um deren Leben zu reduzieren. Man muss sich am Ende mit ihnen ja abgeben. So, ne? Zack. Wir sind alle so mega vorsichtig. Das war das letzte Leben bei Janina. Da ist er raus, ja. Wir sehen uns noch mal gleich. Wer kriegt denn jetzt den Ball? Na, na, na. Wer der Andreas meint. Gut. So, drei noch im Rennen. Janinas Karte kann ich umdrehen. Wir machen uns einmal genau die Figur runter, danke. Und den leg ich jetzt wieder in die Mitte, ihr seid bereit. Und der eine weiße kommt raus? Der kommt gleich erst wieder rein, wenn der, wenn ich den Ball dann nicht brauche. So. Und weiter geht es. Da sind es nur noch drei. Lisa hat noch zwei Leben. Markus ebenfalls noch zwei. Und drei bei Christina. Diesmal hab ich's richtig interpretiert. Jetzt wird hier aber gelauert, ne? Ja, ja. Jetzt wird nur noch so ein bisschen touchiert. Ja. Oh. Oh. Noch eins für Lisa. Das heißt. Und Lisa hat aber dafür Anstoß. Markus noch zwei Leben. Bitteschön. Und Christina noch drei. Oh, ja. Das ist das Schwierige beim Verteidigen. Der war schon wieder drin. Ja. Christina hatte nicht viel zu tun bisher hier, ne? Nee, nee, nee. Ich sag ja, im Grunde, wenn man sie mal fordert, stellst du sich hinten rein. Ja. Und dann ist die Chance durchaus, haben wir es ein, zwei Mal schon gesehen, dass da eben nicht die Adlerreflexes rächen. Sondern eher so ein bisschen dieses, ja, da hab ich was vor. Da schlägt man auch ein bisschen ein, wenn man sich nicht beteiligt am Spiel, ne? Ja. Oh, damit ist Lisa raus. Wir sind quasi ein Spiel voller Torwartfehler hier. Lisa raus. Wir wechseln einmal. Dankeschön. Lisa. Genau. Wir drehen das Spiel einmal. So, machen wir das Ganze. Und du hattest zwei Punkte, ne, Markus? Ne, ach so. Das ist meins, ja. Ja, zwei Punkte, zwei Leben hast du noch. Du kannst so bleiben. Das lösen wir hier einmal auf. Ja, nimmst du den, hast du deinen Magneten. Ja, ne? Und du bist auch set. Sonst weiß ich nicht mehr, was ich... Ach ja, wir spielen einfach weiter. Genau. Ihr seid bereit? Ja. Dann ist hier das Finale. Ganz schön. Zwei gegen zwei. Oh, da wird ohne Not die erste Poka aufgesammelt. Ich trau, da vorne komm ich ran. Kann so ne Poka auch überspringen, wenn man sich so nahe kommt? Das wär geil, ne? Auf Knopfdruck. Oh, ja, und dann musst du nicht in die Pockenzone rein. Und das ist genau die Bälle! Die Christina siegessicher mit den Reflexen einer durchaus gereiften Schildkröte. Es nicht gelingt, das nahende Elend abzuwehren. Und die nächste Pocke ist da. Also, ja, das war natürlich gut. Hat sie den Manuel erreicht, ja. Ja, mit ner Looping-Bewegung. Ist auch ne ganz eigene Technik. Sieht wenig zielgerichtet aus, ja. Das stimmt so. Guck mal, sie zieht schon wieder Richtung. Ne. Ja. Guck mal, da ist die zweite Borde! Das war's. Hat sie sich selbst mal... Geduld! Also, steht wirklich auf deiner Karte. Ja, steht wirklich auf deiner Karte. Und Positivität, ne? Optimismus. Und es hat sich hier beides heute ausgezahlt. Markus, gratuliere. Du gewinnst hier diese Runde Klass 4. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn. So. Also, mal gucken, wie ich das mal in die U-Bahn kriege, um das hier mitzunehmen. Naja, überlege ich mir gleich. Nach einem Spot geht's hier weiter. Unser Partner Clark begleitet uns schon seit einigen Jahren. In Zeiten von Inflation und Energiekrise wollen wir euch die Clark App aber nochmal besonders ans Herz legen. Gerade jetzt ist es wichtig, unnötige Kosten zu vermeiden und smart zu sparen. Clark hilft euch, den Überblick zu behalten. Welche meiner Versicherungen ist zu teuer? Wo könnte sich ein Wechsel lohnen? Wie kann ich schon heute in meine Altersvorsorge investieren? Und bin ich versichert, wenn ich mal nicht mehr arbeiten kann? Das Team von Clark kennt sich mit jeder Lebenslage aus. Fragt einfach einen Termin an und lasst euch kostenlos und individuell beraten. Wenn ihr euch mit dem Code BEANS anmeldet, erhaltet ihr außerdem Best-Choice-Gutscheine im Wert von bis zu 45 Euro. Leg jetzt los und spar dein Geld smart mit Clark. Und dann sind wir auch schon wieder zurück mit Last Beans Standing Wettbewerbstag. Zwei 24 Teilnehmende werden weiter reduziert. Und damit wir das machen können, haben wir natürlich mit Golden Toast einen ebenso schmackhaften wie netten Partner am Start, die uns dabei helfen, diese Show heute und auch die anderen Showtage so schön über die Bühne zu bringen und auch volle Mägen zu haben. Darf man ja auch mal sagen, ne? Hast du das schon naschi naschi gemacht? Ich hab noch nicht naschi naschi gemacht, weil ich wusste, bevor wir diesen köstlichen Haufen anrühren, müssen wir erstmal die Pflicht erfüllen. Das haben wir gerade getan. Also, vielen, vielen Dank, Golden Toast, dass ihr mit uns dieses Ding hier möglich macht. Möglich ist es auf jeden Fall für die drei Sieger und Siegerinnen aus dem Spiel Klask, was wir gerade gesehen haben, sich zurückzulehnen. Denn, ich zeige sie hier nochmal einmal, Markus, Sarah und Laura, die sind sicher weiter. Die haben gerade die Partie Klask jeweils in ihrer Gruppe für sich entscheiden können, was aber nicht viel bedeutet. Denn, clever wie wir sind, wollen wir nicht nur kübelweise Enttäuschung, sondern auch so diese Hoffnung bis zuletzt lodern lassen. Richtig, ja. Wir wollen die Leute langsam den Motivation rauben und denen immer wieder kleine Möglichkeiten hinliefern, die sie dann vielleicht nicht nutzen oder auch doch. Ja. Also, sie haben nochmal eine Chance alle, die sie da eben gespielt haben, kann man sagen. Ja. Und eine große Chance, denn man muss sagen, also hier ist der Loserstapel, ich gehe ihn jetzt nicht durch. Neun Menschen, die mich doch sehr enttäuscht haben, muss ich sagen, aus meinem Team. Fünf von ihnen haben gleich noch die Möglichkeit, zurück ins Game zu kommen und weiter am Turnier teilzuhaben. Das sind natürlich so diese kleinen Regelkniffe, die uns alle sozusagen wirklich, wie sagt man, die Engländer, wir sagen, edge of your seat, ne, halten, weil man wirklich denkt, das gibt's doch gar nicht, was haben sich denn jetzt schon wieder einfallen? Das haben wir eigentlich vom Trash TV vorgelernt, da muss man mal so deutlich sagen, dass man immer wieder nochmal eine kleine Brücke baut und dann kommt doch nochmal alles anders, als man gedacht hat. Das ist ja eigentlich das Raffinierte daran. Ich habe ja auch gerade einen Umschlag bekommen, in dem steht, oh, liebes Team, Motto des Spiels ist, erfinde dich neu. Das ist doch die Drohne, hätte das reinfliegen müssen. Stimmt. Ah, der ist er. Das bedeutet, Sarah, Markus und Laura, ihr habt euch sicher geglaubt, doch Arroganz kommt vor dem Fall. Ihr werdet zu Verlierern erklärt, seid raus aus der Schul-Show und werdet getauscht gegen Dominik Schlippe aus dem anderen Team. Was ist das denn für ein Turnierverlauf? Das ist doch der Wahnsinn. Jetzt müsste man aber Gegenschnitt auf die Kandidaten, die sich zerfleischen, für diesen Satz wiederum, ne? Ja. Aber ich habe doch gewonnen, ich habe doch so gut gespielt. Du bist sowieso, was für ein Assi, ey, was für ein Assi. Aber das ist eben kein Trash-TV, was wir haben, sondern das ist Edelunterhaltung vom Feinsten heute Abend live. Last been standing. Mein Team ist einmal durchrasiert worden. Jetzt gucken wir nochmal so ein bisschen, wo die schnippige Haut ist und wo wir nochmal nachschieben. Andreas hat sie nämlich jetzt beisammen, diese Verlierer aus meinem Team, neun, von denen fünf jetzt doch nochmal die Chance haben, sich ein Ticket fürs Weiterkommen zu sichern. Genau so ist das. Für Team Colin gibt es noch eine Hoffnung. Keine Angst. Klask war natürlich das Spiel, um mal ein bisschen rauszufinden, wer sind vielleicht die Besten in deinem Team. Aber wir haben trotzdem noch fünf Plätze. Fünf Leute aus deinem Team haben jetzt noch eine zweite Chance einzuziehen in das nächste Spiel und das ist Chrome Dino und ein Dings, was sich öffnet. Also, das ist das, was häufig passiert bei Rocket Beans, wenn man sagt, ah, ich möchte mal kurz ins Internet, dann ist nix da und dann beschäftigt man sich mit diesem kleinen Dinosaurier. Wie funktioniert das Ganze? Super simpel. Ihr habt gleich zwei Minuten Zeit, einen Highscore zu erstellen. Mit diesem Dino werdet ihr Hindernisse überwinden müssen. Im Wesentlichen müsst ihr nur zwei Tasten drücken. Zum einen die Leertaste, um zu springen und später, wenn ihr ein bisschen weiterkommt, gibt es auch Vögel. Da könnt ihr euch vorducken mit der Pfeiltaste nach unten. Das ist im Wesentlichen alles. Wenn ihr an einem Hindernis scheitert, ist es sofort vorbei. Ihr könnt mit Leertaste direkt den nächsten Run starten und innerhalb der zwei Minuten könnt ihr so oft versuchen, wie nötig und möglich. Ja? Also, die besten fünf von euch, neun, gemessen an ihrem Highscore, die kommen weiter in die nächste Runde und kompletieren die Magnificent Eight von Colin an der Stelle. Wollen wir loslegen? Traut sich irgendwer? Wer möchte? Möchte jemand anfangen? Sagt jemand, ich will es hinter mir haben schnell. Okay? Janina, alles klar. Janina, gestern habe ich es nicht gefragt, jetzt frage ich es. Schon mal gespielt, Chrome Dino? Nein! Wie nein? Jetzt muss ich ja keinen Konkurrenten anlügen. Äh, nee. Ich habe immer ein gutes Internet bei mir zu Hause. Ja? Kaufe immer teures, schnelles, gutes Internet. Dementsprechend habe ich das noch nie gespielt. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass ich es schnell lerne. Innerhalb von zwei Minuten weiß ich nicht. Das würde ich dir raten, dass du das schnell lernst. Ähm, du kriegst auch gleich deinen Zwei-Minuten-Timer und legst vor. Ja. Für alle anderen, ähm, hast du noch irgendwelche Fragen? Genau, Leertaste und... Pfeil runter. Pfeil runter, ja. Vögel. Wann kommt Vögel? Ja, er ist sehr spät. Und nach was geht das so? Nach Meter zurückgelegen? Ja. Ja. Das ist, äh, ja, das kann genauso passieren. Ich bin noch, ich analysiere doch, wenn jemand vorher schon gespielt hat und nicht jetzt so, okay. Ja, ist okay. Du kriegst das hin, Janina. Ich glaub an dich. Ich bin der Einzige hier, aber ich glaub an dich. Ja? Ja. Okay, dann haben wir den Timer ready und dann geht es los mit Leertaste. Und bitte. Boah, ist jetzt auch schnell! Glaub auch an Janina. Hä? Glauben heißt nicht wissen. Das ist der feine Unterschied. Aber sie macht's ganz gut hier. Das ist natürlich zufallsgeneriert, was hier passiert. So richtig die Abwege kann man sich da nicht angucken. Obwohl ich sag das so einfach so, ich hab's noch nie gespielt. Du kennst das doch bestimmt, oder? Nee. Also ich hab's schon mal gesehen. Ich hab's doch sicherlich mal zum Chrome-Dino gegriffen. Ich hatte doch nie Zeit dafür. Hast keine Zeit. Ich musste doch die ganze Zeit ... Weiß doch, wie viele Peitschen hab ich ... Das hat sie gut gemacht. Ja, 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 richtig. Aber das machst du nicht schlecht. Das ist natürlich jetzt einfach ... Janina, Streamerin, Gamerin, das kann hier schon von Vorteil sein. Ja. Ich kenn's nicht, das Spiel wird immer schneller jetzt. Ja. Und ich glaube, die kommen mal dichter, mal weiter. Gleich kommen irgendwann die Vögel ... Oh ja, jetzt ist es schneller geworden, mal auf einen Schlag. Oh! Oh! Oh, der hat Vögel hochgeduckt. Zu früh und hab wieder hochgerissen. Aber ich hatte gesagt, da kommen Vögel. 492. Und bevor ihr euch potenziell ärgert, natürlich ist es so, dass dieses Overlay mit den Sekunden ... Die Teilnehmer haben das nicht. Die haben den vollen Blick auf das Spielgeschehen. So. Weiß ich nicht. Ja. 492 ist der Highscore von Janina. Sie hat, wie gesagt, jetzt ... Ich hab gefragt, ob du noch Fragen hast. War keine ... Noch ein paar Sekunden. Aber irgendwann ist natürlich das Problem, wenn du jetzt stirbst, ist die Frage, ob der Timer dir überhaupt noch zulässt, dich zu verbessern. 300 Punkte hat sie gerade gemacht. Oh je. Oh! Oh! Voll in den Busch da ran. Jetzt aber ganz schnell weitermachen. Aber ich sag's dir, wie es ist. 492, glaube ich, ist nicht so schlecht. 30 Sekunden. Ah, da kommt sie nicht noch mal hin, glaube ich. Ja. Ohne jetzt die ... Naja. Genau. Genau. Obwohl, naja, vielleicht. Auf den letzten Meter. Vielleicht schaffst du noch einen Vogel oder so. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier gut reden. Das ist die erste Leistung. Das allererste Mal, dass jemand das hier spielt. Ja. Zehn Sekunden. Kannst du noch weitermachen? Ja, das ist natürlich ... Aber wir können auch erst diskutieren, wie du magst. Ja. Darf sie diesen Run zu Ende machen? Das ist die Frage, weil das wäre ja durchaus fair, dass sie das vielleicht noch darf, weil sonst ist das die letzte Chance, die sie hat. Ja, darf es. So machen wir das. Also, innerhalb der Zeit, wie bei einer gezeiteten Formel-1-Runde im Qualifying, wenn du innerhalb des Timers die Runde noch beginnst, darfst du sie zu Ende fahren respektive laufen. Also, im Grunde wie bei Flappy Bird letztes Jahr, wo es auch so war, dass die Leute dann auf den letzten Metern plötzlich noch mal so eine richtige krasse Runde rausgehauen haben. Ja, genau. Und jetzt hat sie ein bisschen mehr Glück. Es kam dieser Doppelstängel. Nicht in dieser unangenehmen Abfolge. Gleich könnte sie es schaffen. Jetzt kommt bestimmt gleich der Vogel. Da ist er. Sie duckt. Was macht sie denn? Kann reichen, kann reichen. 492. Danke, Alina. Bleibt bei uns. Genau. Bleibt bei uns. 492. Was das hier wert ist, das werden wir natürlich noch sehen müssen. Wer traut sich denn als nächstes? Christina, komm. Zwei Minuten Zeit auch für dich. Bist du bereit? Hast du es schon mal gespielt? Chrome Dino? Noch gar nicht? Was habt ihr denn da drüben alle für Internet? Na gut. Dann würde ich sagen, deine Zeit läuft wie immer aufs Stichwort. Bitteschön. Aufs Stichwort muss ich husten, weil ich mich verschlucke. Nun muss man sagen, vielleicht hätte Janina das mit dem Ducken mal üben sollen. Es wirkte so, als ob sie dachte, ich drucke einmal und dann geht der runter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab das Gefühl, der hält die Rübe nur für ein paar Sekunden und nicht für ewig, weißt du. Sonst kann ich es mir nicht vorstellen, dass sie zweimal so doof ist, sich unterm Vogel wieder durchzurecken. Das wäre natürlich super schwierig, aber schwierig. Mach du mal. Hast du dir ein Sandwich eingeatmet hier? Ja, sie macht das super, sie hat einen guten Rhythmus. Aber man muss frühzeitig springen. Man muss knapp hinter den Dingselbobensitz hier, ich glaub Kakteen soll es sein, landen. Sonst hat man nicht genug Luft, um wieder zu hüpfen. So, um das Spiel mal kurz für euch zu analysieren. 139 besitzt ihr Highscore, das ist weniger als 492. Ja, denn, und das sei noch mal kurz erinnert für alle, die gerade einschalten, hier bei Last Bean Standing aus 40 Bohnen Mach am Ende nur noch eine. Es geht darum, sich von diesen neun Teilnehmenden hier unter den besten fünf Scores zu befinden. Dann ist man weiter. Und vor dem Hintergrund, dass Christina gerade mit 139 nicht wahnsinnig gut ist, sag ich jetzt mal neutral, sind die 492 von Janina halt schon richtig amtliche Leistung. Es ist halt einfach nur so, dass nicht mehr als vier Leute mehr als 492 Punkte bekommen dürfen. Das stimmt, wir konnten es gerade nicht einschätzen, haben direkt einfach aus Gewohnheit gelästert. Aber offenbar war es eine großartige Leistung von Janina. Und das gilt es jetzt wohl zu schlagen. Oh, da verlässt sie der Mut, sie rennt direkt in den Busch, stürzt sich in den Tod. Ja, also da ist direkt der haarige Bengel, der ihr Einhalten bietet. Und da würde ich, ich würde mich halt mal ducken zwischendurch, um mal dieses Gefühl dafür zu bekommen. Genau das. 168 ist dein Highscore. Ja, was das wert ist, wieso kommt denn hier immer noch mal diese englische Nummer? Naja, gut. Wer traut sich als nächstes? Leo, danke. Okay, auch so, warte noch kurz auf mein Signal vielleicht. Ja, stirb einmal. Stimmt. So, dann bist du bereit? Offensichtlich ja. Dann geht's wie immer los auf Vajamos Compañeros. Also Leo tippt viel, kennt sich mit Tastaturen aus, aber ob er sich quasi auch im spielerischen Kontext damit auskennt, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber es sieht gut aus. Sieht nicht schlecht aus, er macht einfach so den Meisterhüpfer, aber es sind auch viele Hüpfer, die er machen muss. Ja. Und er hat in diesem Moment, hat er schon die Leistung von Christina überflügelt und ist damit schon mal in der Liste auf Platz zwei. Aktuell führend Janina mit 492 Punkten. Macht er gut. Macht er sehr gut, ja. Ja, es wirkt so ein bisschen zu routiniert, fast schon. Das ist schwierig. Da haben wir den Dreierkolben, der da viel zu plötzlich kommt. Ja, vor allem wenn die nächste Geschwindigkeitsstufe mitten in der Luft kommt. Und du bist im Flug, plötzlich scrollt die Landschaft schneller unter deinen Füßen weg. Ja. Ja, das bruscht dann so richtig, ne? Aber was soll man sagen, 328 ist erst mal vor, ah, ist erst mal vor Christina und darum geht's. Hälfte der Zeit hast du noch. Ja, das ist ja auch eine schwierige Abfolge hier, ne? Ja, man kann ein bisschen Glück haben. Das ist wie bei Flappy Bird, das ist nicht immer gleich und manche Abfolgen sind gemeiner. Ja. Vor allem diese hier, die hat er aber diesmal wunderbar gemeistert, diese zu eng stehen. Auch hier, das sieht aber gut aus, weil es nur kleine Zwergbängel waren. Und da hat er den Dreiersprung auch fantastisch hinbekommen. Sehr, sehr gut. So, 300 Punkte und er stellt in diesem Moment seinen Score ein. Und gleich so bei 450, glaube ich, so kommt ungefähr der Vogel geflogen, ne? Bin ich mal gespannt, wenn er den nämlich kriegt. Er hat's gleich, er hat's gleich. Jetzt kommt der Vogel, jetzt... Jetzt kommt der Vogel. Ah, da kommt er noch nicht. Da ist er. Siehst du, okay, du kannst gedrückt haben. Man kann auch den Ball. Ja, ja. Okay, routiniert, guck dir das mal an, du spielst das doch zum ersten Mal! Wenn du magst, sonst... 520 Punkte. Aktuell der Spitzenreiter hier. Ja, in so einer, ähm, Spielewelt kann man sich verlieren bei der Arbeit. Ja. Ich zieh den voll rein. Die Grenzen zwischen Pause und Arbeit sind bei uns ja auch fließend. Ja. 572 Punkte. Herr Peter, komm, gerne. Entschuldige mich bei den Leuten, die die ganze Zeit nur auf die Maustaste geguckt haben. Bei dem Run, ich versuche die Taste wieder zu verstecken. Du bist bereit? Mhm. Dann... Bleiben wir doch mal auf Deutsch. Kann ich das nicht einfach mal eingeben? Ach, nee. Ah, guck mal, jetzt geht's auf Deutsch. Du bist bereit? Mhm. Dann läuft. Und bitteschön. Ach so, warte, 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 wir stoppen noch mal. Jetzt, okay. Kann spielen, kann spielen. Sehr gut. Oh, das ist natürlich... Ja, das ist direkt mit dem Reptilienhintern auf die Spitze gehockt. Und das hat ihm nicht geschmeckt, dem kleinen Dino. Ist irgendwie sein Tyrannosaurus Rex. Ja, ist erbärmlich, der kann doch so ein paar Stacheln ab. Das ist ja voll unlogisch. Ja, aber das wissen wir auch, warum sie ausgestorben sind. Boah. Bist du schon mal gegen den Kaktus gelaufen? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, zum Glück nicht. Ich lege auch keinen Wert drauf. Ich hab grade kurz diverse Urlaubssituationen versucht abzugleichen. Äh, und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Geht das Bild nach unten, wenn ich runterdrücke? Zack. Oh, und dann macht er natürlich, er springt mehr als er müsste. Und das hat schon so manches Rennpferd letztendlich vor Arroganz im Graben sterben lassen. Und das wollen wir natürlich nicht, dass das dem Peter hier passiert. Jetzt hat er den Dreier, da hat er den Einser, Hochmichel, Kleinmichel, Dreikleinmichel, Hochmeier, Hochmeier, Zweiermichel, Zweiermichel, Hochmeier, Kleinmichel, Doppelmichel, Dreiermichel mit einem Kleinmichel in der Mitte. Diese Viererabfolge ist natürlich ein ganz tückisches Unterfangen, ein Hindernis der Superlative, was selten gezeigt, aber noch seltener übersprungen wurde. Ja. Ist auch ein bisschen dieser Weihnachtsfeier-Effekt hier. Man möchte nicht zu gut sein im Dings, weil glaubt man ja vielleicht Gefahr, dass man kein richtiger, kein fleißiger Mitarbeiter ist. Weißt du, was ich meine? Wenn man sich da einen über den Durst trinkt und so, man muss es in Maßen machen. Und hier darfst du auch nicht der Beste sein, weil da denkt ja jeder okay. Ja, das stimmt. Das sind, glaub ich, auch die Momente, wo ich meistens dann Weihnachtsfeiern verlassen habe. Wir sehen, was ihr auch seht, was wir nicht sehen. Wir sehen grad den Score, das werden wir natürlich gleich ändern. Da wurde wohl ein bisschen gerutscht am Mausrad. Wir klingen genauso wenig wie ihr eingeblendet, aber das ist überhaupt kein Problem. Wir werden natürlich trotzdem präzise nachhalten. Denn wir haben den Notar auf der Kurzwahl. Und ich sage mal, Janine hat da schon einen Übersprung. Ja, guck mal, es gibt auch Spreiten. Ja, 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 das ist schon die nächste ... Das macht das sehr gut. Okay. Ja, das hat einen richtigen Rhythmus. Ja, das ist verdächtig gut. Okay, wenn man da erstmal die Schwelle geschafft hat, der läuft jetzt ja immer weiter. Natürlich darf er das, weil der Run läuft ja noch, der Timer ist weg. Das ist ... Es wird halt auch nicht bedeutend schwerer. Das heißt, da kann man offenbar jetzt noch hätte was reißen. Ja, oder du bist halt so im Flow dann auch, ne? Ab so einem gewissen Punkt. Und ich glaube, in diesem Flow ist er ... 945, Wahnsinn. Auch eine ganz interessante Technik so überkreuzt. Wieso hast du so gerade gespielt? Zeig das nochmal. Ich bin Rechtshänder. Ich brauche dann die rechte Hand zum Springen und zum Ducken die Linke. Na gut, ey. 945. Never change a running. Hände vertauschen. Wer macht's als nächstes? Lisa kommt jetzt mehr. Das sind mir zu viele Kommentare hier aus dem Off. Hier ... Das stimmt nicht. So. Du bist bereit? Hast dir jetzt ein bisschen was abschauen können? Dann geht's auch für dich los. Und bitte! Ja. Aber das Gefühl muss man natürlich auch erstmal bekommen, ne? Also ... Wann springt man los? Wie springt das kleine Äffchen? Ei, ei, ei. Mit den Schuppen? Ja, ist ein bisschen ... ähm ... träge bis jetzt. Ja. Ein träger. Ein vollgefutterter Saurier. Drei ... Oh, da hast du die ... Oh, das seh ich ja gerade erst. Dieses Detail, wie dieses kleine Euklein. Weißt du? Beim Sammuck war auch ... Oh, au, das tut immer ... Wieder auf. Ja, ja, klar. Haben wir auch was niedliches, ne? Mit ihren kleinen Ärmchen vorne. Total. Tyrannosauren. Wie viele Krallen haben Tyrannosauren? Äh, vier an jeder Hand. Ne. Nein? Wirst du noch lernen, wenn dein Nachwuchs mal in das Alter kommt, die obligatorische Dino-Zeit kommt. Wie viele haben sie denn? Das sind natürlich nur zwei Krallen. Zwei Krallen? Ja. Ja, ja, ja. Hast du noch eine gute Minute. Und was haben die denn für eine Funktion gehabt? Waren die einfach nur da vorne, um ... äh ... damit's die albern aussehen? Also mein Sohn könnte dir das jetzt in Detail sagen. Von anderen Vieren gemobbt werden können? Ich glaube letztendlich nur, um sich das Essen sozusagen mundgerecht ... Richtung Schnauze. Das reicht doch nicht, um das bis zur Schnauze hochzuschieben mit den Ärmchen. Nö, aber das sind ja auch wahrscheinlich ... Ach, das weiß ich so. Schlitzfunktion, Kratzfunktion wahrscheinlich nicht. Vielleicht aber auch einfach nur so, um sich so ein bisschen die Fleischfetzen zwischen den Schneidezähnen irgendwie rauszuholen. Oh, da kommst du auch schlecht dran, ne? Ja. Wir werden's nie erfahren, denn ... Dinosaurier, gab es sie wirklich oder sind sie eine Erfindung der Neuzeit? Wir werden's nie, äh, nie erfahren. Mh. Lisa versucht sich schon wieder bei den Programmierern zu beschweren, weil sie einen, ein ... wie sagen wir so, einen Nachteil wittert. Ich kenn sie gut genug. Also man kann ja ... Das ist Anwaltsgen, dass irgendwas nicht so läuft, wie eigentlich es müsste, ähm, um abzulenken. Das ist bei ihr auf jeden Fall tief verarbeitet. Kann man denn die, die Sprunghöhe beeinflussen durch langes Drücken der Taste? Eindruck hab ich. Das ist eine gute Frage, ja. Auf jeden Fall hab ich den Eindruck, dass sie jetzt ... Sie springt nur so flach. Ja, ja. Ja, das kann man, das kann man. Das ist ein ganz müdes Pferd hier. Das ist auch der letzte Versuch. Jetzt muss sie wirklich alles geben. Also, in welchen Club wird sie eintreten? Aktuell ... Oh! Okay. Lass. Komm. Deutsch, Englisch? Wie willst du spielen? Englisch, gerne. Ich bin ein native speaker. Passt das für die Regie von der Höhe des Spiels? Dann ... warten wir. Regie ist bereit. Dann geht es ... Oh, ich zitter. Los! Deine zwei Minuten laufen. ... schlechter sind als man selbst. Ist selten das Rezept zu großem Erfolg und Höchstleistung in der Menschheitsgeschichte gewesen. Und Lars ist auch jemand, der, glaube ich, aus eigener Kraft hier es schaffen möchte. Und nicht, weil er darauf setzt, dass nachher noch Loser kommen. Also, nochmal. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben hier bei Last Bean Standing. Was wir hier gerade sehen, ist die Chance, im Turnierverlauf doch nochmal weiterzukommen. Das ist hier das Losers Bracket. Insgesamt neun Menschen aus meinem Team treten hier gerade in Chrome Dino an. Und die fünf mit den weitesten bzw. den meisten Punkten haben die Chance, im Spiel zu bleiben. Und das sind ... aktuell ... ähm ... sind das eben ... ähm ... Menschen wie zum Beispiel Peter. Genau. Peter, Leo und Janina sind unter den spitzen drei Plätzen. Wir haben bisher aber auch erst fünf Runden gesehen. Ganz unten Christina mit 168 Punkten. Und kurz darüber die Lisa mit 171 Punkten. Also, es ist noch viel drin, aber so langsam aber sicher wird's eng, weil natürlich die 532 von Lars hier schon eine Einladung sind, ähm, sich zumindest an den unteren beiden vorbeizuschieben. Und auch an Janina. Da ist der Vierer. Er hat im letzten Moment pixelgenaue Abfrage, die hier natürlich einprogrammiert wurde. Ja. Das war ... Da hat er selber nicht daran geglaubt, dass er das schafft. Hat er aber. Ich kenn Lars gut genug, um das einfach so aus der Ferndiagnose festzustellen. Ja, er hat's doch gleich. Das schafft er doch. 572 muss er schlagen. 532 ist sein eigener. 532? Ja, ist sein Score, aber ... Oh, da spielt er! Er möchte ja auf Platz zwei landen, damit er einer der beiden Green Cards, äh, erwischt. Und, ähm, das wäre dann 572. Genau, aber er muss ja nur unter die fünf kommen. Das ist ja eben das Schöne daran. Ach so, sorry. Dann hab ich das nicht mitgeschaltet gerade. Es müssen einfach nur ... Vier Leute müssen schlechter sein als er. Und mit 554 ist er jetzt eben auf Platz drei aktuell. Und das würde reichen. Dann würde das reichen. Dann hattest du nur die Top Two. Nee, wir haben's ja richtig spannend gemacht. Also das ist die Chance, weiterzukommen. Und das macht natürlich auf der anderen Seite die Blamage für die, die es nicht schaffen, umso größer. Also die Chance, weiterzukommen, ist höher, als hier rauszufliegen. Guck mal, er kann sogar noch munter moderieren. Bewirbt er sich hier vielleicht gerade als Caster oder sogar als Streamer? Man weiß es nicht genau. So, da ist er nicht gesprungen. Und jetzt ducken. Das war schön. Also Browser, Game, Streamer gibt's wahrscheinlich nicht so viele. Da hast du wahrscheinlich eine Marktlücke offen. Das ist eigentlich ein praktisches Unterfangen, oder? Ich stell mir das geil vor, wenn jemand einfach acht Stunden lang das hier macht, am besten nichts sagt und irgendwann so nach, keine Ahnung, nach ein paar Minuten einfach mal kurz ausrastet, dann wieder nichts sagt. Ich würd's gucken. Ja. Das ist die Definition von Second Screen. Bitteschön, auch für dich einmal wird refreshed. Und das Spiel ist soweit klar, denke ich. Zwei Minuten Zeit auch für dich. Und bitte! Christina ist raus, denn wir haben jetzt eben sechs Partien gesehen. Und Christina mit 168 Punkten die letzte platzierte. Das war's für Christina. Und jetzt hat Alex die Chance, sich noch ein Ticket zu lösen. Sie macht es gut. Sie hat so einen Gesichtsausdruck, als ob sie auch keine Angst kennt, ne? Das haben wir bei Sarah gestern gesehen. Das habe ich auch in den anderen Spielen von Alex schon gesehen. Das ist so absolut stoisch, ähm, nicht lesbar für mich. Mhm. Also, sie beißt schon irgendwo drauf, ne? Also, beißt du irgendwo... Also, das machst du, wenn du dich sehr anstrengen musst, geistig. Das kommt so selten vor. Sieht man das, ja... Sieht man das, ja... 405 Punkte würde im Moment noch reichen. Und hast noch über eine Minute Zeit. Hast du gesehen? Sie hat gelächelt. Mhm. Ah, jetzt kaut sie so ein bisschen rum auf den Lippen. Ja, wird einmal kurz trocken geschluckt. Ja, und sie ist wieder voll im Modus. Und das wird sie vielleicht zu hohen Punkteweiten bringen. Macht's gut, macht's gut. Ich finde, Leos entsetzten Blick, äh... Ja. Dem ist das wirklich... Dem liegt das am Herzen hier, ähm, besser zu sein. Ja. Aber ich meine, er hat ganz gute Chancen, weil er eben aktuell... Bängt sieht auch sehr, ähm... Bängt... Hat auch sehr Ehrgeist im Blick. Ja, Bängt sieht so aus wie die holen mich von der Zeche. So, und damit, in diesem Moment schiebt sie sich an Janina vorbei. Ja, jetzt wird's eng für Janina. Ja, und, und... Jetzt hat sie sich an Leo vorbeigeschoben. Der nächste wäre 793 Punkte Lars. Das... Oh, voll in die Vogelvisage. Ganz, ganz schwierige Abfolge. In den Schritt gepickt. Ja, absolut. Da war der quasi auf Torpedo-Kurs unterwegs. Aber 692, das ist eine sehr respektable Zahl. Äh, Zahl. Also das reicht, das kann man an dieser Stelle schon mal sagen. Ja. Ein paar Sachen. Ich trag das hier mal in mein Ranking. Mhm. Sie will ihn zu Ende machen auch. Das ist auch... Ich finde auch diese Heavy-Battle-Musik, die wir da runtergelegt haben, die gefällt mir sehr gut. Es passt total zu diesem urzeitlichen, ähm... Äh... Das war eigentlich dein Genre, oder? Ja, schon ist... Kann ich mir schon geben. Ich sag auch gar nicht. Country-Metal? Wie heißt das? Ja, es hat so ein bisschen... Ich weiß, so ein bisschen Southern-Einfluss, oder? Southern, genau. Ich seh die Lederstiefel und die Klapperschlangen schon. So, pass mal auf. Und in diesem Moment zieht sie vorbei an Lars und wird sie die Spitze reißen können. 945 Punkte stehen ganz, ganz oben auf dem Tableau. Eieieiei! Eieiei! Jetzt muss sie immer... Sehen wir die Tausendung? Nein, wir sind... Wow! 54! Wahnsinn! Bangt! Kommt schon freiwillig. Heieiei! Auch für dich einmal refreshed. Warte, gib mir noch die Chance hier einmal. Und... Jetzt musst du diesem Pfund folgen, musst dich in die Top 5 katapultieren. Bist du bereit? Und... Bitte! Jetzt ist langsam kriminell spannend. Muss man sagen. Denn... Janina sitzt gerade auf dem Schleudersitz. Ihre 452 Punkte... 92, wenn ich es richtig geschrieben habe. Wie auch immer die... Die Digitalschrift in der Regie kann ihre Klau sicherlich besser lesen. 492 waren es. Ähm... Sie ist noch drin. Aber sie ist auf Platz 5. Und damit auf dem Schleudersitz. Wenn Bengt das jetzt hier reißt, ist für sie als erstes Zug Richtung Feierabend. Wie viele treten hier noch an? Bengt und... Bengt sind noch dran. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Bengt ist der vorletzte. Acht, neun. Also es ist durchaus noch machbar. Das ist noch machbar. Bianca kommt noch. Ganz genau. Das heißt, sie muss jetzt hoffen, dass sie Nerven zeigen, Bengt und Bianca. Sonst ist ja Nina... draußen. Ja. Christina und Lisa, von denen müssen wir uns an dieser Stelle schon verabschieden. Und jetzt werden wir sehen, wen Bengt im Blick hat. Sieht gar nicht so schlecht aus. Also? Aber das ist... Ich hab's geahnt. Das sind diese fiesen, ne? Diese... Zu lange die Sprungtaste gedrückt halten, da kommt das Hindernis schneller, als man hofft. Hat dann vielleicht auch... Es scheint so eine, ähm... So eine flache Tastatur zu sein. Also so eine Laptop-Tastatur. Na klar, ist ein Laptop. Und manche Leute da sind ja eine Mechanische gewohnt. Dann ist das Druckgefühl anders. Das kann dann schon was machen. Ja, meinst du denn auch, dass das bei diesem Spiel ein entscheidender Faktor ist? Also, ich würd ihn ungern vorbringen als Ausrede. Ja, du kannst ja viel besser steuern, wie toll man hüpft sozusagen. Also, ich würd's als Ausrede durchaus benutzen in jeglichem Videospiel. Ich würd ja dann überlegen, ob ich's durchgehen lassen würde oder nicht bei Chrome-Dino. So, und jetzt mal schauen. 274, das würde nicht reichen. Wie gesagt, Janine hat 492. Das muss er schlagen, um weiter zu sein. Und er schafft es nicht, weil in dem Moment hat's ja kein Schluss ist. 272 oder 274 waren das. So, Bianca. Last but not least. Bist du bereit? Ja. Besser wird's nicht, höre ich da raus. Okay, na gut, dann geht's los. Bitteschön. Das können wir an dieser Stelle sagen, sind einerseits Alex, andererseits Peter, Lars und auch Leo. Janina, die muss noch ums Weiterkommen bangen. Und nur Bianca kann ihr die 492 Punkte, die Bianca jetzt holen muss, beziehungsweise die Janina geparkt hat. Ich muss sagen, das sieht jetzt schon ganz gut aus. Ich trau's ihr zu. Ich trau's ihr zu. Ich auch. Hat auch so diesen Blick, diesen... Ja. Keine Ressourcen mehr für Mimik-Blick. Das macht sie wirklich gut. Vielleicht auch der Vorteil, lange zugeguckt zu haben, ne? 400 sind gerissen und jetzt gleich werden wir's erfahren, dass sie... Ja, auch das Doktor ist ihr gelungen. Das hat sie geschafft. Damit ist Janina raus und Bianca müsste jetzt gar nicht weiterspielen, aber sie ist natürlich als gute Sportsfrau sehr daran interessiert, ihre Konkurrenten nicht nur zu besiegen, sondern auch zu demütigen mit einer außerordentlichen Punktezahl. Das könnte nach einer Tausend trinken. Ich sag, ich leg mich da jetzt mal fest. Es geht nur ums Weiterkommen. Aber wie gesagt... Kann man hier vom Zuschauen lernen? Also glaubst du, sie hat einen Vorteil, weil sie jetzt so viele Menschen halt lüpfen sehen? Genau das, was du gesagt hast. Ist das so? Dieses gedrückt halten, kurz drücken, lang drücken, all diese Faktoren sind wichtig. Und wir sehen, glaub ich, jetzt die Tausend. Wir sehen die Tausend, Bianca schützt. Hallo! Tausend! Wow! Okay. Reicht dir noch nicht so. Weißt du, ja? Weiß aber, ja. Eine kleine Dino, um es auch schön weiter zu erlöpfen. Ja, das ist jetzt, ähm, jetzt will sie noch mal pausen hier. Muss ja nicht sein. Ja, aber ich meine, warum nicht? So eine kleine Victory Lab, ne? Soll sie's genießen, soll sie Spaß haben. Das ist doch in Ordnung. Man soll aufhören, wenn's am besten ist. Jetzt ist sie direkt vom ersten Busch geknallt. War also alles nur... War alles nur... Alles nur Zufall. Ja, das ist natürlich... Ja klar, wenn natürlich so ein bisschen das Gas raus ist, dann fährt sich's halt nicht mehr so entspannt, ne? Das stimmt schon. Und dann ist das so die Zugabe, die keiner mehr hören will. Da hieß man schon am Vierträsen. Dreht sich nicht mal mehr um. Nee, sie wird's doch wissen. Also, wir nehmen uns die Zeit, klar. Wenn wir schon mal jemanden haben, der ehrgeizig ist... Ja, die Leute wollen noch einen Song hören. Nee, die sind doch schon... Da ist doch schon das Putzlicht angekehrt. Nee, 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 komm, komm, komm. Doch, einer hat gerufen. Einer hat doch gerufen. Ich hab's genau gehört. Wann, wir gehen doch mal raus. Ja, das war aber deine Mutter. Die ist doch immer... So, sie duckt sich noch mal. Aber ja, das ist... Ich glaube, sie hat's gar nicht so mitbekommen. Sie ist so im Tunnel gerade, dass sie schon längst nicht nur sicher weiter ist, sondern die Weltspitze quasi gerade auch hat erzittern lassen. Zumindest das, was wir bei Last Beans so definieren nach Punkten. Das ist wirklich so... Ja, man sieht bei Bengt auch so ein bisschen, ne? Der freut sich einfach wieder auf so eine Karte. Wahnsinn! 1013 ist damit der finale Highscore. Und wir haben auf jeden Fall hier sehr, sehr viele Schweißflecken auf dieser Klaviatur, hätte ich fast gesagt. Auf der Klaviatur für euch in neun. Aber fünf Personen haben's ja geschafft. Die Top Five in diesem Spiel, die haben ja die Chance und sind weiter in der nächsten Runde. Da haben wir das schon vorliegen. Genau, da sehen wir es. Also, Bianca natürlich weiter mit 1013. Alex ist weiter mit 954. Peter an dritter Stelle ist auch weiter mit 945. Lars hat's geschafft mit 793. Leo ist auch dabei mit 572. Leider verabschieden müssen wir uns von Janina ganz knapp. Von Bengt, von Lisa und von Christina. Tja, Leute, ihr habt das trotzdem alle ganz super gemacht. Also fünf von euch besser als die anderen vier. Und das bedeutet, wir haben insgesamt die acht Survivor in Team Colin bestimmt. Und diese acht Personen werden auch noch antreten gegen die Besten aus Team Micha. So viel kann ich schon mal verraten. Aber dafür müssen wir erst mal wissen, wer überhaupt die Besten aus Team Micha sind. Das finden wir raus nach der Werbung. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück hier in der Golden Toast und Fritz Cola Lounge. Denn hier bin ich nur umgeben von Siegern und Sieger. Die essen nun mal Golden Toast und trinken Fritz Cola. So wurde mir das als Kind schon beigebracht. Lars ist da, ist natürlich einer der Gewinner. Du sitzt in der Ecke, wo ich als drittes Kind sehr oft sitzen musste in der Couch. Diese Fläche, die eigentlich nie jemand so richtig nutzen kann, wo man irgendwie immer richtig dämlich da sitzt. Komplett unentspannt. Markus sagt ja, für mich reicht's ja. Das kann ich nachvollziehen. Wenn du geil im Schneidersitz da hinten in der Ecke sitzt. Was ist dein erstes Wort von Markus? Geil im Schneidersitz? Geil im Schneidersitz. Da hinten in der Ecke, dann hast du den meisten Platz von allen. Ja, aber wer will denn im Schneidersitz, weil der Familie sitzt. Na gut, Lars, dennoch. Und dann auch noch die Hände. Da weiß man auch nicht, wo man hin soll. Ich überlege, ob ich so irgendwie schon machen wollte. Weil erst war ich so. Ich bin grad irgendwie einfach pleb. Ich sehe grad, du hast dich gefreut über das, was gestern passiert ist mit SpaceX. Oder du bist Team NASA offensichtlich. Das war gestern ja auch schon, als wir live waren. Das ist glaube ich schon passiert. Davon wusste ich nichts. Jetzt wusste ich es. Aber hier ist halt der Siegesschweiß von gestern noch drin. Deswegen wollte ich das mitnehmen. Und das werde ich auch Freitag noch anhaben. Und auch nicht. Also ich werde es auch bis dahin nicht ausziehen. Genau. Schade. Du bist eine der wenigen Personen, wo ich sagen würde, doch, zieh doch ruhig mal den Pulli aus. Aber du wirst gleich noch antreten als einer der acht Menschen, die für Team Colin hier wirklich zu den Klassenbesten gehören. Wenn du dich mal so ein bisschen umschaust, bist du zufrieden mit den Leuten, die noch mit dir dabei sind aus dem Team? Ja, super krass. Also ich glaube, jede Person hier hat mich irgendwie schon mal richtig fertig gemacht im Laufe dieser Last-Bean-Standing-Session. Markus nicht. Das stimmt. Ne, aber alleine Laura gerade in dem Spiel. Das war Wahnsinn. Die hat da eine linke Kelle ausgepackt wie Podolski in den besten Jahren. Also das war schon krass. Gut. Leo, wie sieht es bei dir aus? Du hast es knapp geschafft. Ja. Also es hätte wirklich nicht mehr passieren dürfen, dass sich noch einer vor dich setzt. Bist du happy? Ein guter Dino hüpft nur so hoch, wie er muss. Ja. War das das Glück der Tüchtigen? Also du hast dich da schon so ein bisschen verbissen. Ja, schon, schon. Ich wollte meinen Flappy-Burb-Desaster vom letzten Jahr ausgleichen. Und hab alles gegeben und es hat ja geklappt. Danke. Janina. Wir haben einen Ehrengast hier in der Gewinner-Launch. Das ist Janina, die heute hier mal ein bisschen Beisitzer ist. Also Leo, du bist dabei. Ja. Weiterhin mal gucken, was du hier noch reißen kannst für dein Team. Und ich muss natürlich Bianca. Mit diesem Run. Über 1000 Punkte. Wirklich wie im Tunnel gewesen. Deswegen nochmal die Frage an dich. Was ist dein Lieblingskuchen? Und wie oft hast du Flappy Bird bisher gespielt? Weil das war offensichtlich nicht das erste Mal. Nee, wie heißt das, was wir gerade gemacht haben? Chrome Dino. Sorry, ich hab einen Internet Explorer zu Hause und wusste das nicht. Warum bist du da so gut gewesen? Äh, ich weiß es nicht. Ich hab das so nie gespielt. Vielleicht ist das so ein Anfänger-Glück. Nee. Obwohl ich super schlechtes Internet hab. Aber anscheinend macht mein Browser das nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Fingerfertigkeit bewiesen. Und hast du hier mit 1000 Punkten den ersten Platz geholt. Das sind die Mannen von Team Colin. Äh, Team Micha allerdings. Das muss noch dezimiert werden. Auf acht Leute. Micha, was glaubst du denn? Wer könnte es sein? Wer sind deine acht Besten? Meine acht Besten, naja, nach Gefühl sind es ja schon die, die hier liegen, die ich vorhin einfach mal so nach oberflächlichen Merkmalen eingeteilt habe, ne? Aber wir wissen es nicht. Also es sind alle geil. Es sind alle Team Micha. Es sind alle Premium und Top Gun und Best of the Superbest. Wen soll ich da aussuchen, ne? Ja, du musst es ja auch zum Glück nicht tun. Das wird sich ja gleich im Spiel entscheiden. Und wofür wir uns entscheiden können, ist jetzt für diesen Gruß aus der Küche. Ich muss nämlich noch kurz rekapitulieren. Dieses kleine Tellerchen mit diesem Fähnchen hier, ne? Da steht groß. Und da steht Colin. Und da steht groß. Und da steht Colin. Beziehungsweise umgekehrt. Der wurde uns hier hingestellt, weil, du erinnerst dich an das Klagenliegen von gestern. Du hast Soßenmangel. Ich Soßenmangel. Und da wurde sich im großen Stile entschuldigt. Problem ist immer sich zu entschuldigen, wenn es zu spät ist. Habe ich trotzdem angenommen. Ne, und jetzt wurde hier wirklich ein kleiner Gruß aus der Küche. Ich glaube Max Zählers, der hat das gehört und der hat nämlich ein bisschen geweint, weil er die Schnittchenstraße eben bei uns betreut hatte und in der Verantwortung stand, in der Schicht. Er hat gesagt, nee, das muss ich wieder gut machen. Ich muss den beiden was richtig Edles kredenzen mit angemessenem Soßeninhalt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wir können, glaube ich, mal herzhaft... Hat er jetzt quasi mit dem Soßenanteil überzogen? Hat er es übertrieben? Sifft das Ding jetzt quasi aus allen Löchern? Du bist nicht so ein Soßen-Mensch. Doch, eigentlich schon. Also es darf gerne tropfen. Aber ich sehe es nicht. Das sieht man. Das hat einen richtigen Glanz auf jeden Fall. Das ist ein Dreierdecker ist das hier. Genau, er hat es sehr wohlwollend gestapelt für dich. Ja. Schafft dein Kiefer das? Ja, tatsächlich. Also, deiner doch auch. Nee, ich hab eher einen kleinen Mund. Ich krieg das nicht so reingeschoben. War für dich jetzt. Ich hab nichts. Du hast selber auch erst gemerkt, als ich schnaubte. Ja, mal probieren, ob das wirklich so gut ist, wie die Spatzen von den Dächern schreien, was sich gierig auf den Boden gestürzt hat. So. Boah. Mhm. Ja, das ist ein gutes Sandwich. Das ist ein gutes Sandwich. Das ist ein gutes Sandwich. Wir können ja mal sagen, was drauf ist. Willst du das beschreiben? Ich glaube, es ist... Glaubst du, es ist vegan, respektive vegetarisch? Ich glaube nämlich schon. Ich glaube nämlich schon. Ich weiß, das ist zufällig. Ich war dabei, als ich es zubereitet habe, das Sandwich, mit dem Laser-Mensch, quasi geschnibbelt. Also sie haben sich höchste Mühe gegeben. Und ich meine, dass am Ende hat er sich über diese Senfschicht gefreut, die es auch tatsächlich ausmacht da oben. Ja. Dieser süße Senf, der nochmal so dieses Ding abrundet. Und ja, das sind vegane Soja-Dingsbumse. Schmeckt's dann auch sofort. Ja? Aber sie kauen sich... Also die veganen... Ja, findest du nicht? Mir schmeckt sofort, dass das kein Fleisch hat. Mich kann man täuschen, wenn man's in Senf und Soße ertränkt, dann kannst du mir alles als Bulette servieren, ehrlich gesagt. Aber ist nicht schlimm, denn das Ergebnis ist in diesem Fall tatsächlich überzeugend. Und die Absicht, die Geste zählt natürlich, vergangene Mankos auszumerzen. Ist fantastisch gelungen. Das können jetzt eben auch die Leute in deinem Team, denn es geht da ums Weiterkommen, um nicht weniger, in welchem Spiel genau das verrät uns jetzt Andreas. Genau, so ist es. Hier wird schon spekuliert, denn wir sehen ein Setup, ein Gaming-Setup. Ja, so sind wir bei Rocket Beans TV, vergisst man oft. Aber wir machen ja auch Videospiele. Ähm, wie sieht das Ganze aus? Vier Controller, denn wir haben ja Vierergruppen gebildet. Und für den einen oder anderen wird es vielleicht ein kleines Déjà-vu hier geben, lieber Eddie. Denn wir spielen... Stick Fight! So sieht das aus. Was ist Stick Fight? Stick Fight ist ein kleines Game, wo jeder von euch gleich ein Strichmännchen steuern wird. Dieses Strichmännchen geht es zu verteidigen. Denn, äh, ihr müsst die anderen drei Strichmännchen schlagen und vernichten. Das geht super simpel. Im Wesentlichen ist die Steuerung so, dass ihr springen könnt, dass ihr schlagen könnt, dass ihr blocken könnt und ihr werdet in den einzelnen Leveln auch immer mal wieder Waffen finden. Die könnt ihr natürlich nehmen, um eure Gegner zu maltretieren. Das macht ihr ganz einfach, indem ihr drüber lauft. Ja, wenn ihr die Waffe leer ist, dann könnt ihr die auch wegwerfen oder auf euren Gegner werfen. Und das ist es im Wesentlichen. Wir spielen eins gegen eins gegen eins gegen eins und spielen bis zehn Punkte. Ja, Eddie? Ich weiß gar nicht, wie war das damals bei Beef? Wie hast du da abgeschnitten? Haben wir ein Mikro? Sonst kommen wir hier kurz ran. Wie war das bei Beef? Ich habe die Folge nicht gesehen, glaube ich. Das ist ja schon ein Weile her. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, aber in meinem Kopf habe ich keine positiven Erinnerungen damit abgespeichert. Was erstmal nichts heißen kann. Das habe ich ja generell zu allen Themen. Aber ich glaube, ich war schlecht. Aber vielleicht weiß es Chat. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß wirklich nicht mehr. Floentin als Beef-Junior-Sieger ist ja noch nicht so lange her. Das ist ja eigentlich in deiner Lane, oder? Ja, werde ich dominieren. Steht auf seiner Karte, ist kein Spoiler. Also auf seiner Stärkenkarte. Sorry. Ja, werde ich gewohnt dominieren. Okay. Gut. Das ist meine Ansage. Dann gerne die erste Vierer-Gruppe. Thaddeus, Miriam, Luisa, Sarah. Bitte einmal Platz nehmen. Thaddeus, Luisa. Thaddeus gerne hier einmal hin. Auf Rot. Luisa, nehmt euch diese... Genau. Hängt euch das gerne um. Dann wissen wir, welcher Spieler ihr seid. Welche Farbe ihr seid. Genau so ist das. Und dann einmal auf die Bar. Hocker. So machen wir das. Genau so ist es. Muss ich hier irgendwas beachten beim Joinen jetzt? Nö. Weil da noch steht Press to Join. Oder sind alle schon drin? Alle sind drin. Genau. Ihr könnt einmal steuern. Einmal bitte alle bewegen mit B und so weiter. Genau. Funktioniert das alles? Unten vor euch seht ihr auch nochmal die Tasten. Genau so ist das. Es geht also darum, die anderen drei jeweils im Level zu besiegen. Genau. Und dann geht es gleich los. Das ist so ein bisschen quasi der Ladescreen. Und dann geht's gleich los. Einfach die anderen kaputt hauen. Müsst ihr jetzt gar nicht. Wenn ihr einmal tot seid, seid ihr tot. So jetzt geht's los. Jetzt ist das der Start. Jetzt verstehe ich auch lieber Micha, warum du dein Team so zusammengestellt hast. Einfach um möglicherweise das auch fair zu gestalten. Das ist ihr ja sehr gelegen. Also vielleicht Leute. Weil das behaupte ich jetzt mal. Taddle ist natürlich jetzt kein Core-Gamer. Ja. Und bei den anderen können wir es nicht so richtig einschätzen, ne? Ne, genau. Und es hat auch gleich den Anstrich von so einer wilden, schule, für einen ehrhaften Karate-Kampf oder so. Also da geht's turbulent zu. Hat nicht das Gefühl, dass jemand weiß, was er tut. Aber ich bin auch kein Profi in dem Spiel. Vielleicht sieht das immer so aus. Ich hab auch bei Smash Bros. immer das Gefühl, da weiß keiner, was er tut. Aber, ähm, ja. Ähm, zumindest hatte jemand schon mal eine Maschinenpistole gefunden. Und das scheint ihm zu nutzen. Also, ne? Ja, das ist... Da macht ordentlich was weg da. Und es ist Thaddeus, der auch jetzt schon einen Punkt schon hat. Vielleicht haben wir da die ganz falsche Schublade gesteckt. Also, die Farben sind natürlich entsprechend zugeordnet. Dieses, ja, wie nennt man's? Creme-lachsfarbene Männchen, was, glaube, um die Laterne rumtorkelt. Das ist Thaddeus. Der Kronenboy unten ist Sarah. Und die Krone bedeutet immer, ich habe in der letzten Runde den Punkt gemacht. Soll den anderen Mitstreitern natürlich auch einfach zeigen, okay, alle auf die Krone. Wie bei Game of Thrones. Und der zweite Punkt für Sarah. Wollte grad sagen, wie lange halten wir's durch? Oh! Oh, jetzt wird hier ordentlich rumgeballert. Abgeuzi. Medaille, die über sich behält. Ja. Wahnsinn. Man kann sich aber auch so ein bisschen... Also, auch hier wieder die Angsthasen-Technik. Ich favoriere die immer sehr. Sich irgendwo verschanzen oben rechts. Die anderen, die sollen sich mal abschlachten. Und dann kommt man von hinten. Das geht doch immer. Ja. Ja, natürlich so. Das ist auch sauber. Absolut. Oh, jetzt hier mal ein Level mit, ähm... Gut, da kann man sich weniger gut verstecken. Oh, 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 hast du das? Scheiße. Ja doch, da oben links der Grüne. Wer ist der Grüne? Die Farbe kann ich gerade auch nicht zuordnen. Miriam. Miriam, okay. Die muss auch jetzt... Die hat das grad versucht, sich da oben so ein bisschen auf den Turm zu verschanzen. So, Taddel. Taddel rettet sich nochmal. Sehr gut. Hat die Pistole. Wackelturm will sie stellen. Stürzt sich selbst in den Abgrund. Oh. Jetzt muss er sie nur... Oh, nein! Oh. Sie hat sich quasi hingestellt zum Schafott. Ja. Und man muss jetzt sagen, ich hab ja eben gesagt, Taddel mit dem Gamen und so. Guck dir das mal an, der Spiel der Mr. Uzi macht. Was geht denn ab? Punkt für Miri. Und Miri holt sie den ersten Punkt. Ich erinnere mich an Tilt, unser Flipper-Format. Und die Turniere, die wir hier veranstaltet haben, da muss man einfach mal sagen... Taddeus holt den nächsten Punkt. Taddeus holt den nächsten Punkt. Taddeus holt den nächsten Punkt. Taddeus hat beim Flippern auch eine Expertise laut eigener Aussage spontan entwickelt. Gar nicht, weil er die Hälfte seines Lebens, seiner Jugend und Kinder in der Kneipe verbracht hat und da gezockt hat. Oh nein, nein, nein! Ja. Sondern eben tatsächlich adaptiert schnell. Man muss ja auch sagen, er ist der Hausmeister und er ist in allen Räumen. Und bei uns auf allen Bildschirmen läuft ja unser Programm. Das heißt, er ist quasi den ganzen Tag mit unserem Programm ausgesetzt, weil wir uns so gerne selber sehen. Er muss drauf gucken, hat viel gelernt wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Von der 50.B-Fiederholung. Ja, und bei ihm liegt natürlich, wie du schon gesagt hast, die Betonung nicht auf Haus, sondern auf Meister. Mhm. Und äh... Ja, da hast du völlig recht. Es geht übrigens noch mal um das Verständnis, worum es hier genau geht und ab wann es so richtig spannend wird. Wer als erstes zehn Punkte holt, der ist weiter. Und das könnte in diesem Fall Miriam oder auch Sarah, die machst du untereinander aus. Sarah hat's geschafft. Ja. Also es geht hier wirklich dann um den letzten Frame sozusagen, auf dem du noch zu sehen bist oder eben, äh, bisschen später fällst. Da kommen die Uzi's runter. Äh, die Uzi's, die Bazookas. Bazookas, genau. Geiles Spiel, ey, muss ich sagen. Ich hatte das, äh... Oh, der Punkt geht an Miriam. Ähm, ich hatte da jetzt grade gedacht... Ausgeglichene Gruppe, oder? Ja. Habe ich doch schön gewürfelt. Ja, die wollen einfach jede Spielrunde mitnehmen, so wie früher beim Spielautomaten. Da musst du auch gucken, wie kannst du's ausmaxen. Stimmt. So, der kann ja auch sagen, dass du Street Fighter 2 zu 0 gewinnst, dann haben wir noch eine dritte Partie, wenn 1 zu 1 steht. Stimmt. Du kriegst halt mehr fürs Geld. Ich hab das da... Uh, Taddle is smashed. Wer hat denn jetzt hier den Punkt bekommen? Miriam. Miriam. Viertel zu 4, zu 3, zu 1. Und da ist der Nächste. Ist das jetzt schon so der erste Favoriten-Run? Man weiß es nicht. Also, auch hier sei natürlich gesagt, die Gewinnerin der Gewinner dieses direkten Vierer-Duells beziehungsweise Quartettschlachtfeldes kommt direkt weiter. Und auch bei dir ist es so, dass die übrigen drei noch mal die Chance haben, in einem Wildcard-Rettungsspiel quasi, um's weiter kämpfen zu kämpfen. Komm, zu kämpfen. Diese ganzen Karo. Die gute Sarah, die turnt da oben auf dem Balken rum und lässt die anderen sich, äh, äh, sagen. Ja. Hast du gut gemacht. Ja, würd ich einfach, guck mal, jetzt kannst du schön nach rechts da auf diesen Wackelpropeller. Na gut. Ist gut, schlechte Idee. Keine gute Idee. Also, man sieht hier, Taddle kommt mit der UC nicht so ganz klar. Aber Taddle ist halt jemand, der kann eben nicht stillstehen. Ja. Der geht ran. So, und jetzt hier. Und er holt es sich. Fünften. 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 Oh, da wird er aber geschottkannt, aber ganz wild geschottkannt. Taddel hechtet sich noch mal zurück da unten. Ah, da liegt aber etwas, was mal Taddels Spielfigur war. Jetzt wird's spannend, jetzt haben wir ein Waffenduell. Speer gegen Neuzeit, könnte man fast sagen. Und ... Schön in die Visage. Geschrotet. So. Acht Punkte für Niri, acht für Sarah, sieben für Taddeus. Fünf für Luke. Und man ... Oh, da ist Taddel auf jeden Fall schon mal raus. Noch haben wir keine Matchpoint-Situation. Ich find das auf jeden Fall schön, wie ernst das alle werden. Das sieht man einfach schon am Punktestack. Und jetzt macht Luda genau das, was man machen sollte. Stell dich doch mal dahin. Ja, das war ... Wahnsinn, nur noch eine, und jetzt hat sie die Shotgun. Oh, die hat aber einen Rückstoß. Musst du natürlich einkalkulieren, ne? Streut schön. Warte, 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 warte. Aber gut gezielt. Aber sie ist leer. Aber da kommt die Persuka. Was ist das denn für eine Warm-Calendary? Das ist halt wirklich das Schwierigste zu sein, aber gerade rauszuballern. Scheint nicht so einfach zu sein, wie man denkt. Oder man könnte mal da oben hinhüpfen, sich da Dinge schnappen. Genau, so. Da muss man erst mal hinkommen, ne? Da oben ist schon die Frau mit der Warm-Kasse. Wenn man wüsste, wo die greifen, muss man da irgendwie aktiv greifen. Au. Barzooka-Joe. Ja. Und weg. Ja, da beschwert sie sich über eine vermeintliche Taktik, weil sie einfach den Punkt mitgenommen hat. Was natürlich absolut richtig war. Wir wollen's möglichst lange spannend halten. Oh, da wird gebarzookat. Taddel ist raus aus der Verlosung in dieser Runde. Und das macht sie auch wieder clever, die Lüger, ne? Steht da einfach und wartet. Aber zu lange. Denn jetzt haben wir die Matchpoint-Situation. Jetzt hat Miriam, wenn sie den nächsten Punkt holt, die Chance, hier alles zu beenden und die anderen drei in Verlängerung zu schieben. Hier werden noch mal strategische Tipps gegeben, auf wie man sich konzentrieren sollte und so weiter. Das ist schön. Die Spieler müssen es selber machen. Können spielen. Das ist ja fies. Oh, und jetzt haben wir tatsächlich ... Ist das jetzt ... Ist. Ach so, Lü wartet. Lü wartet. Uiuiui, das wird jetzt natürlich ... Von diesen Statistiken oben kann man sich natürlich wunderbar ... Ich bin auch völlig abgelenkt davon gerade. Also, Gelb hat sich am häufigsten in den Abgrund gestürzt. Also, ähm, das ist ... Gelb ist Luisa. Ja, es ist wirklich noch nichts entschieden. Miri ist aber jetzt noch am Start, hat die Waffe, klammert sich an den Abgrund und schießt Taddle. Aber es reicht nicht, sie ist raus. Also, diese Runde wird es nicht entscheiden. Taddle, was machst du denn? Er springt wieder hoch. Guck mal, dieser hat sich noch gar nicht versägen genug, meine ich natürlich. Jetzt könnt ihr hier mal einfach ein bisschen ... Was für das denn jetzt? Was ist denn da los? Da ist ja die Krone und bleibt so am Thronhaut, ne? Ich glaub, Taddle hat nicht so ganz ... Ne, Taddle, aber warum auch? Da kommt die Waffe! Da kommt die Waffe! Ja, warum nicht? Man kann doch auch einfach kicken, oder? Nein, 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 nein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut macht er das. Aber das ist natürlich ... Was Luisa macht, das ist jetzt nicht ... Ja, und jetzt, jetzt, gut zielen. Erst mal, dass man sicher steht. So, jetzt geht's. Oh, er will Beigeben machen. Ohne Skill, ohne Mühe, sichert sich Luisa. Punkt Nummer acht, das war nicht schön, das war nicht fair. Aber effektiv, und dann geht's hier natürlich. Taddle jetzt wieder im Uzi, beziehungsweise im Badermann-Fieber. Was auch immer das für eine Waffe sein soll. Und schon wieder selbst selbst gerichtet. Und, oi, 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 oi! Und Taddle holt sich den achten Punkt. Das ist ja sensationell. Acht zu acht, zu neun, zu acht. Miriam ist raus, kann den Matchpoint immer noch nicht verwandeln. Das ist doch ... Oh, nee, 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 nee! Wahnsinn, ja. Also, Matchpoint-Situation für Taddle und Miriam. Für Lachsfarben und Grün. Und wenn die beiden, und die beiden anderen stehen da nur am Rand. Und jetzt kann Taddle ... Guck dir das mal an. Taddle kann ihn eher machen, das ist nicht ... Wieder mal mit der Giraffen-Taktik. Warte, neun zu acht. Oh, und jetzt gilt es. Also, Louisa ... Der Witz, der meint ... Es ist ... Miri. Wuhu! Dankeschön. Ihr könnt die Controller liegen lassen. Miri ist sicher weiter und die Bändchen einmal ablegen. Aber für euch drei, Sarah, Lou und Taddeus, gibt's gleich auch noch mal die Möglichkeit, weiterzukommen. Miri ist schon sicher weiter. Genau, einfach auf den Stuhl legen. Bitte? Im Finale? Nee. Noch nicht im Finale. Die nächste Vierergruppe. Ja, gerne. Genau. Ihr könnt einmal euch entspannen. Miri, Taddeus, einmal da mit. Alle, die eben gespielt haben, zweite Gruppe. Ja, Bens Gruppe nehmen wir jetzt einfach mal. Ja, komm. Ne? Was heißt das? Ich glaub, hier zwei Nasen, oder? Ich weiß es nicht. Wer? Ole? Ben? Etienne? Und wer noch? Ole? Ben? Etienne? Und noch ein Ben? Ah ja. Der zweite Ben? Genau. Genau. Oh, hey, this is gonna work out? Nee. Doch. Wartet doch mal. So, genau. Das Level könnt ihr erst mal so ein bisschen spielen, euch ein bisschen eingrooven. Genau. Spielt ruhig noch eine Proberunde. Noch eine Proberunde. Einmal zum Eingewöhnen, dass ihr die Steuerung draufkriegt. Ja, ja, genau. Ganz normal mit Schlagen. Y. Also, einmal zum Eingewöhnen. Und dann geht es ab jetzt los. Okay. Jetzt geht's los? Ja. So. Auch hier nochmal kurz die Farbenkunde. Etienne Lachsfarben unterwegs. Nee! Was? Ole Grün. Ben Koch, blau. Ben Wunders. Und Ben W. Gelb. Stück. Den ersten Punkt sichert sich Ole. Etienne verschwert sich über schwere Stages. Wupp, wupp. Da hast du eine leichte Stage. Aber er vergisst natürlich, die Stage ist ja für alle nicht schwer. Leute, was ist das? Er nimmt trotzdem den Punkt. Aber ich muss ihm recht geben, wie schlimm soll's denn noch werden? Das ist quasi die lebende Hölle hier. Ja, aber er merkt jetzt gerade, dass die Hölle ihm durchaus wohlgesomt ist. Im kleinen Diabolokus. Es gibt keinen Doppeljob. Einfach oben stehen bleiben, der Ben W. Jetzt schnell nach oben hüpfen. Ich hab das Gefühl, das fällt gleich alles runter. Ja, ja. Ey! Wir müssen alle hoch. Das wollte ich nicht gucken. Das ist schön. Das ist natürlich auch diese psychologische Kriegsführung. Wie geht ihr da gerade? Ja, ist er raus. Selbst rausgeschossen. Die anderen fertig zu machen. 2 zu 0 wegkippen oder so. Kann ich den? Ja, ich will nicht so viel fragen stellen. Ist ja ein Casual-Game, ne, Leute? Ich häng da in der Wand drinnen, Alter. Ah, jetzt geht's. Es ist natürlich ein Spiel, was potenziell auch Freundschaften oder zarte Bekanntschaften auch beenden kann. Das stimmt, ja. Dieses Absprechen. Weil ja, warum denn nicht? Man kann ja auch einfach mal versuchen, sich zu ... Also, Ole guckt auch relativ häufig zur Seite und lacht ein bisschen und so. Vielleicht hat er noch einen Co-Prozessor, den er noch anschmeißen kann. Wir wissen's nicht. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist das echt so die Mustache-Power, die er gleich noch auspackt. Edel, ganz gut dabei. Wie gesagt, er hat das Spiel schon mal vor Jahrzehnten gespielt, aber vor Jahrzehnten hat er auch mal das Leckermann-Turnier als Zweitplatzierter. Alter, was zwei beendet. Ich helfe dir eigentlich mehr. Was hat denn da ... Ich bin ein Sniper-Rifle. Das ist ein Sniper-Rifle. Das müsste man natürlich zielen können, ne? Aber das ist ja ... Jetzt mal schießen. Ich darf jetzt mal ausprobieren. Einfach mal in die Luftballern. Du kannst ja auch das Eis da wegballern. Ich hätte es einmal in die Luftballern. Ja, genau. Oder einfach draufsetzen. Ja. Einfach mal unten durchschroten. Ach, ist das? Ja. Was ist denn das, genau? Gute Frage. Aber warum passiert da noch was, wenn ich eine Tasse ... So, das ist nämlich das, genau. So, wunderbar. Und jetzt hat er die Wurm-Taste ... Diese Wurm-Gun, die ist ... Die ist mir noch rätselhaft. Ich hab, glaub ich, noch nicht gesehen, dass wir mal einen Kill gemacht haben. Oh! Er sollte mich hinsetzen. Keine Ahnung. Oh! Und da haben wir die Sitom ... Was? Er weiß nicht damit anzufangen da oben. Ja. Aber das macht er gut. Ben freut sich gerade zu Recht, denn er holt sich den dritten Punkt. Ede 3. Ben 3. Ben D 2. Und ohne immer noch bei der Null. Oh! So, Ede duckt sich oben weg. Sehr schlau, sehr schlau. Das war mein Trick. Da guckt nur noch der Kopf raus aus dem Schnee. Ja, jetzt muss er angreifen. Das hat er gut gelöst. Das hat er gut gelöst. So, jetzt bin ich kurz ausgestöpselt. So mies. Mies einfach. Also, das war ... Das war wirklich ... Das hat er richtig gut. So, Leute. Das wird eine Zeitlupe, wenn wir das bestimmt irgendwann ... Der, der das Hinsetzen erfunden hat. Der, der das Hinsetzen erfunden hat. Ja. Ede rettet sich links auf die Säule. Schlau von ihm. Jetzt einfach abwarten, bis was runterregnet. Ja, aber er steht da schlecht. Er hat nur so eine kleine Säule. Ah, ja, ja, ja. Uh, jetzt kann er wieder weg ... Wecke ... Ja. Und Ben schließt auf mit 4 zu 4. Bisschen übertrieben, Ben. 2 zu 0. Oh, was war das? Was ist da passiert? Nichts tun, Ben. Nichts tun. Der Punkt ging dann wohl gerade an Ben. Alter, was ist das für eine Schlange? Ja. Eddie hat irgendwie so eine Wurstkanone. Ja, ja. Die so da rausschlauen kann. Das ist natürlich krass. Aber die kann ich scheinbar auch selber zerkauen. Ja, 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 ja. Ich hab sie verschossen, die Schlange. Yes, yes, yes. Comeback. Warum wolltest du nicht in den Laser? Comeback. Also, Ole, ich möchte mal wissen, wie Ole sich jetzt fühlt, ne? Also, respektiert er hier quasi einfach das spielerische Dominanzverhalten seiner Mitstreiter? Plant er irgendwie das große Comeback? Erst mal analysieren, wie man das so macht als Mann, der mit Daten auch zu tun hat, ne? Bevor man wirklich sagt, yo, eins und eins ist zwei. Ich bin nicht sicher darauf erwartet, aber er sollte sich nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Ja. Was? Naja, er ärgert sich schon. Es ist nicht völlig latte so, aber, äh, fast. Vielleicht ist es auch der Respekt vor jemandem wie Etienne natürlich, muss man sagen. Weil wir alle wissen, Etienne Gardet ist ein hervorragender Gewinner, aber auch ein schlechter Verlierer. Ja, richtig. Und da will man natürlich potenziell, äh... So, jetzt schießt der Eddie schön über den Horizont. Nicht schlecht. Guter Schuss, guter Schuss. Das ist natürlich das, äh, Aim-Skill, was er hat. Fünf für Eddie, fünf für Eddie. Los, Alter! Ah, Alter! Einer für Ole, das ist der erste Punkt! Yes! Und es war keine Waffe, es war ein, ein wunderschöner Rundfuß, der Edes Ambitionen auf den nächsten Punkt vereitelt hat. Oh, jetzt wird hier ordentlich losgeschrodelt. Ist das so? Kann man sich auch kaputt kicken oder kann man sich nur zur Seite kicken? Das weiß ich nicht. Eddie scheint K.O. zu sein. Oh, das ist alle runter, aber es gilt wieder das Glück des Lackigen und das war Ole, der sich den zweiten Punkt holt. Komm her. So, zwei Waffen in der Mitte. Oh, 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 oh. Da wird Edelbeke gegen geschehen. Der Schlag ist doch auch komplett für'n Arsch, oder? Die ganzen Schlangen. Bei Waffen ja. Jetzt, Frau aufzunehmen. Du liegst einfach nur am Boden. So, Ben hat sechs. Das ist natürlich eine bunte Mischung da oben. Das sind schon quasi fast schon Lottozahlen am Werte. Also deutlich auseinandergezogener das Feld im Gegensatz zu der Runde davor. Ja. Also man kann sich scheinbar nicht kaputt drehen. Dort dreht sich die ganze Zeit ins Gesicht. Oh, 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 oh. Das wird dir noch dreckig. Weg mit dir. Oh, fuck, dauerhaft. Voll einfach runter, Eddie, komm. So, jetzt haben die beiden noch Ben W. und Edelbeke. Der geht erstmal da unten eine Runde. Was ist denn da unten los? Aber jetzt vielleicht mal ein paar Schlangen rüberballern. Ja, wollte ich gerade sagen. Oh, da kommt die Schlange, beißt ihm in den Kopf, aber er streift sie ab. Wie eine benutzte Plastikhülle. Punkt für Ben. Weil du dich nicht bewegt hast. 5 zu 5. 2 zu 6. So, ihr Freunde. Und der nächste Punkt für Ben. Er feiert sich selber. Etiens Laune geht minütlich gerade in den Kellern. Oh, oh, oh. Ich lebe, ich lebe. Nicht mehr. Oh, das ist natürlich Ben K., die beiden Sechser-Kandidaten. Domination für Ben Koch. Wallern sich jetzt hoch. Okay, okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, Ole hat eine Waffe. Da haben wir vielleicht mal einfach ein paar Schlangen loswerden. Der hat doch, glaube ich, die Schlangen. Yo, Eddie schießt aber gut. Muss man ihn lassen. Ja, das kann er, ne? Also, Aim hat er ja durchaus. Das ist halt ... Eddie gehört fast alle Wecke. Ja, ja, ja. Ja, ja. Die wurde gesmasht. Sechs zu sieben zu Ben K. Ole holt sich da den dritten Punkt. Oh, und da sind zwei raus. Ede ist noch drin und Ole ist noch drin. Jetzt bin ich gespannt, ob auch mit der Nahkampfwaffe er kann es. Und holt sich den sechsten Punkt. Puh. Schon wieder alles ziemlich knapp hier, ne? Red is on the lead. Okay, genau. So, guck der oben, der wird einfach gechillt. Das macht er richtig. Oh, das ist scheinbar zu sehr. Was heißt hier entdeckt? Die ganze Zeit gesehen. Also, Rot hat die meisten gekillt, stand da gerade. Das ist ja auch mal ganz interessant. Mhm. Hängt ja nicht zwingend mit den Punkten zusammen. Nee, also zumindest ... Genau, es gibt viele Arten, sich hier aus dem Spiel zu machen. Rot ist der beste Schütze, stand da auch gerade. Aber nicht gelb. Ben W holt sich die Sieben und zieht mit Ben K gleich. Oh, ich kann euch weglasern. Nein! Ich bin doch da! Ich bin doch da! Da kommt's mir wohl. Und das könnte natürlich der Jackie Pantstein Ole gegen Ede. Och, was war das denn für ein kleiner, äh, wie soll man sagen, hüftsteifer Kick mit dem Unterschenkel? So, jetzt bin ich gespannt. Oh, da ist ja noch ein Dritter am Leben, hab ich gar nicht mehr gesehen. Hab ich auch nicht, hat irgendjemand irgendwo gechillt? Oh, da fällt der Laser gegen. Und den Punkt bekommt Ben Koch. Acht Punkte. Und jetzt ... Acht Punkte für Ben. Zehn Punkte gilt es zu erspielen. Wer hier als erstes Zehnpunkt hat, der ist sicher weiter. Und der Punkt geht an Ole. Der noch nicht dran glauben will, dass das hier vorbei ist für ihn. Nur weil er punktemäßig noch ein bisschen was aufzuholen hat. Und das ist gut. Das ist Sportgeist, wie den hier muss. Ja, sehr gut. Jeder hat schnell geschaltet. Unagi. Ja, hat er wirklich gut gemacht. Sieben zu sieben. Zu viel zu acht. Ja, der Laser kommt, da willst du sicher sein, ne? Ja. Schnell unter die Plattform da. Ah, jetzt ist das krass. Oh nein! Hätte er noch schaffen können. So, Ole gegen Ben sind jetzt noch drin. Ole, im Rahmen der Spannung würde ich diesen Treffer natürlich wünschen. Einfach, weil ... Oh, da kommt der Große! Das ist doch wieder aufgelassen, Ole! Und die hat Hunger mitgebracht. So, und damit ... Hattest du nicht andere Spieler? Ben will gleich auf Schwenker. 8 zu 8. Guckt er da oben. Siehst du dieses Lasertrio? Ah, ja, ja. Meine Güte, wo versteckt man sich denn da? Am linkesten Zipfel des Spiels. Du wirst ja auch keinen Gefallen, wenn du die ... Links neben dem Dicken in der Mitte. Ja. Und das wird ja auch nichts bringen. Das hat er gut gemacht. Mit Eddy und die beiden Bands gleich aufmachen. Hat er ihn zur Laserrasur gezwungen quasi, ungefragt. Das sind Bomben! Das sind Bomben! Das sind Bomben! Die Barriere in die Ede reingetaucht ist. Ole holt sich den Punkt. Ole holt sich den Punkt. Ist das geil. 1 zu 8, zu 8, zu 5. Erdi ist mit dem Maschinen. Ja, aber das war natürlich nicht gut. Das war nicht gut. Ich hab die Laserplattform angeschossen. Der Laser hat mich abgeballert. Ja, er hat analysiert präzise und leider korrekt in seinem Sinne, was da gerade passiert ist. Oh, da ist er wieder! Gelb holt den Punkt. Und das heißt jetzt ... Neun! Neun! Alle auf Gelb! Alle auf Gelb! Alle auf Gelb! Nicht auf mich! Auf Gelb! Ja. Los, Gelb! Ah! Gelb auf Gelb. Ja, zu Recht natürlich. Ja, völlig richtig. Wenn wir hier den Punkt holen, haben wir vorbei für alle. Oh, ab da! Oh, nein! Oh! Oh! Und weiter geht's. Ole ist grün. Ede ist mit Achtung. Ja, was sitzt du denn da provokant da unten? Ja, weil Gelb sich selber aufregt und ich hatte recht. Was macht denn Gelb da oben? Gelb ist tot. Ist tot? Ja. Das sieht so lebendig aus. Oh! Und damit ist Ede jetzt ... Alle auf Rot! Alle auf Rot! Ede und Ben W bei den Matchpoint-Positionen. Und jetzt muss Ede sich natürlich überlegen. Jetzt würde ich Ede so. Ich würde nur noch weglaufen. Ich würde nur noch weglaufen jetzt. Ole und Ede. Holt Ede den Punkt. Oder kann Ole noch mal anschließen? Er schließt noch mal an. Das ist doch nicht wahr. Matchpoint abgewehrt. Okay, das ist wirklich an Spannung schwer zu überbieten. Ich habe schon viel erlebt in meinem Leben. Oh! Ede zwischen den Fässern eingeklemmt. Oh, lebt noch, lebt noch. Raus! Das ist sein toter Körper. Ich hab noch gelebt! Und jetzt könnte Ole es holen. No, 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 no. Das war ... In einem Herzschlag-Finale holt sich Ben das hier. 10 zu 9 zu 9. Wow. Aber ... Ohne dein Tutor, wie gestern auch schon. Starke Leistung, Ben. Aber, Eddy, du bist noch nicht raus. Alles für Engineering. Eddie, ey. Ben jedoch direkt weiter. Vier Personen haben wir noch. Nehmt gerne schon mal Platz. Ohne ... Boys. Nehmt die Gewinnerfarbe, gell? Ja. Einmal die Controller vielleicht abwischen, würde ich empfehlen. Sorry! Es ist natürlich aufgefallen, dass die Level immer krasser werden, ne? Aber ihr werdet ja auch immer krasser. Okay. Na gut, ja. Gut, gut. Akzeptiert. Okay. Ja dann, meine Herren. Ich wünsche euch viel Spaß. Ihr dürft euch ein Level genau ein bisschen eingrooven, ein bisschen die Steuerung checken. Ach, wie so groß. Ich will nur mal merken, dass zwei von uns das Spiel schon mal gespielt haben. Ich bin schon tot. Wer denn? Äh, nicht ich. Genau. Seid ihr bereit? Die beiden Äußeren haben das Spiel bereits schon mal gespielt. Ich wollt's nur sagen. Jetzt geht's los. Ist nicht verboten, Spiele zu spielen generell. Ich wollt's nur einfach zeigen. Aber wie fiel ich denn? Scheiße! Wie kommt's wieder raus? Hm. Hast du Bief gesehen? Ja. Floretin ist wirklich schnell im Adaptieren, muss man ihn lassen. Ja, aber ist auch schnell im Klagen, ne? Das hohe Lied des, oh, du habst ja schon gespielt. Ja. Dass er grade angestimmt hat, äh, schwierig. Und also, genau, Floretin versus Lukas ist für mich dieses heimliche Duell als hier. Komm, auf! Weil du, weil das quasi deine Gaming-Favoriten sind. Ja, die sind einfach gut. Ähm, ja, einfach gutes Geld so. Ich bin tot! Florentin! Ich bin tot! Ich bin tot! Ja, das, ich bin gespannt. Also definitiv, du hast vollkommen recht. Florentin ist schnell dabei. Lukas ist auch jemand, der gern und ausgiebig spielt. Was ja auch viele Menschen in der Firma regelmäßig wissen lässt. Und, äh, du auf jeden Fall natürlich auch ein Zocker. Henry kann ich nicht einschätzen, äh, an dieser Stelle. Aber, vielleicht ist das heute der Tag an den Legenden, die wir mal richtig künftig geboren werden. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich dachte, das ist auch schlimm, sind sie nicht. Ich muss richtig schnell richtig gut spielen. Okay. So, 2 zu 0, 2 zu 1 zu holen. Du bist doch verrückt. Ah, der 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 Anders gegen mich! Oh, ah! Nein! Nein! Die Schlange ist echt. Nein, jetzt, hör doch auf! Aaah! Dann ist es tatsächlich sehr schön zu sehen, wie die hier noch sich verbal noch bekämpfen während des Spiels. Die lassen alles raus, was ihnen kommt. Diese beschissenen Schlangen! Ja! Ich verstehe es nicht! Scheiße. Ja, Lukas ist immer schnell mit der Beschwerdetaste. Und ich schweiß auch irgendjemand nach fünf Schüssen meine Waffen weg! Oh! Wuhu! Was haben wir denn da? Oh, da hast du richtig Bumms hinter der Waffe! So, ich guck mir das jetzt an. Du machst das jetzt unter euch aus. Ha! Komm her, gell! So, Lukas jetzt kurz vor seinem ersten Punkt, möchte ich behaupten. Ja, komm mal her! Der bewegt sich nicht. Warte! Hat eine gute Position. Schöner Schuss. Zwei schöne Schüsse, aber reicht nicht. Ja, muss nicht mehr viel. Erst drei Schuss, dann ist Schluss. Hast du Angst? Ja. Wir können es auch verbünden und gegen Andreas gehen. So, Lukas möchte natürlich den ersten Punkt holen. Boah! Ah! Ah! Ja! Klar, also als Sales-Mitarbeiter kennt er sich mit Überzeugungsarbeit aus. Aber hier hat es auch gefruchtet. Er holt sich den ersten Punkt. Er hat die Krone und das ist natürlich erst zum Abschluss freigegeben. Das ist ja auch durchaus ein symbolischer Wert, diese Krone zu tragen. Florentin! Bei mir! Go! Und da holt sich Henrich den Punkt. Oh Gott! Oh, da ist irgendwie Lava, Laser. Pfff! Schön, dass das nochmal für alle gesagt wird. Auf jeden Fall Fair Play. Wird hier ganz groß geschrieben. Guck dir den Florentin an, ne? Ich weiß genau, was er macht. Genau das gleiche wie du. Beide spekulieren darauf. Ah! Ah! Guck dir diesen Florentin an. Und der Lukas, der Lanster, alles weg. Also wenn der erstmal rüberkommt, dann wird es schmerzhaft. Waffeln weg! Oh, jetzt hat er nichts. Das war nicht so. Ah doch. Okay, die Standard. Oh! Wer gegen Uzi getauscht ist. Ja. Gute Wahl. So jetzt mal, ne? Ach na, Flore. Sie hüpft da wie so eine Gazelle. Warum gehe ich in Nahkampf? Ich tue die Mann. Ja, es finde ich wie so eine Zelle. Und tatsächlich sichert ihm dieses flexible Verhalten in der Steppe. Punkt Nummer vier. Und Doom ist auch dabei. Hä? Hast du zwei da rein? Schön gemacht. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt ... Nein! Manchmal geht es zu schnell jetzt, dass ich ... Das ist auf jeden Fall ... Aua. Ja, ich glaube, das ist dieses Phänomen, das ich manchmal ... Ja, das heißt, laut gerumst. Mal gucken, wer übrig bleibt. Grün. Da liegt oben. Da liegt noch einer. So und ihn gibt's auch noch. Mh. Mh. Ah. Nee, Quatsch. Wer ist das? Guck mal, da wird die Lava gesenkt. Doom und ... Oh, oh. Was ist das denn? Oh, oh. Was ist das denn? Ich komm da nicht hoch. Modaka ist eine Waffe. Aber da musst du natürlich erst mal diesen Lava-Topf absenken. Irgendwie macht der Schar. Oh, ich hab irgendwas am Bein hängen. Das ist nicht gut. Nee, irgendwie hat's mich weggezogen. Jetzt hör mal auf. Was ist das denn für eine Stick-Gun, ne? Also irgendwie so ... Nice. Du mit dem ersten Punkt. Jawohl. Wir freuen uns doch genauso wie Doom selbst. Nein! 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 Lukas ist tot. Doom noch im Rennen und Florentin auch. Warum flieg ich denn da auch noch? Und das ist doch dann Dooms zweiter Punkt. Was ist denn hier los? Das ist echt ein Anspruch. Das stimmt. Was mach ich denn? Nein! Oh, guck dir das mal. Rot hat ja irgendwas ganz Feines in der Hand. Ja. Noch nicht genug. Scheiße! Und Raushalter Florentin holt sich den sechsten Punkt. Ich mach nochmal Komplex. Hatte ich gestern auch. Da hab ich auch Becher geflippt. Und dann hab ich ... So, okay. Komm da nicht hoch! Ich bin auf jeden Fall froh, dass nicht alle mikrofoniert sind. Sechs Punkte für Florentin. Drei für Henry. Zwei für Du. Einer für Lukas. Ja, und Lukas? Ich muss dich jetzt noch mal fragen. Lukas? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, das stimmt. Ich werde gleich getaddelt. Bei Eltenring reicht's, aber nicht für ... Bang! Siegstabang schon für Florentin. Alter. Also, ich würd ja auf Geld gehen. Ja. Da hab ich die Lava auch gedacht. Ui! Jetzt noch der Schlangenapparat. Was macht denn Florentin? Also, er hat anscheinend noch eine gewisse Möglichkeit, das Unvermeidliche herauszuzögern. Ja. Wo macht er denn da? Vielleicht ... Oh! Okay. Also, es ist noch nicht vorbei? Ich glaub, wir spielen seit 10 Sekunden, obwohl ich ... Ja. Achso, das ist nur seine Leiche, die ... Oh! 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 Oh, hier wird's heiß. Oh! Oh, hier wird's heiß! Ja! Aber nicht mehr lange. Oh, jetzt würd ich mal ein bisschen ... Oh! Oh! Die erledigen sich alle selbst, wo jetzt bin ich... Pass auf, einfach nur schießen. Oder was ist das für eine Waffe? Was ist denn da? Was mach ich denn noch? Ich springe die Nerven. Ja, da hätte er natürlich einfach mal schießen können. Okay, Fureskill, ja. Das Spiel kann sogar Zynismus. Wuhu. Achtung für Florentin. Wir müssen mal echt aus Florentin gehen, ne? Ja, mein Gott. Hallo, hol doch mal auf, Blau! Tja, yes. Du mit dem Dritten. Du kämpfst dich so ganz langsam aus dem Morast empfohr. Oh, da ist kein Blatt. Das hier rafft tückisch auch. Wuhu. Rafft tückisch. Ist das ein Wort? Nein. Okay. Doch. Nein. Doch. Rafft tückisch. So wie es von Schocken kommt. Ah, das ist die Credits. Nein. Florentin macht das tatsächlich oft, ne? Der hängt halt jetzt schon wieder oben links rum und guckt sich die Schlägerei von außen an. Wenn alle liegen, dann tritt er doch mal nach. Ja, aber ich meine, es ist ein Schlüssel zum Sieg, ein Potenzieller. Absolut. Gut, nicht ganz schön, nicht rätlich, ist nichts, worauf man stolz sein kann, aber effizient ist gesehen. Wär es, wenn wir uns alle eine Plattform machen? So, jetzt mal kurz rausgekickt. Naja, er macht dann schon auch was, ne, wenn's sein muss. Ja, aber ... Ich stelle auf alle Plattformen. So, Henry gegen Florentin. Florentin kann sich jetzt hier Punktnummer 9, den Matchball sozusagen sichern. Und er hat mehrere davon. Das hat er schön gemacht, ne? Dann einfach mit dem Jumpkick so. Und Florentin mit dem Matchball. Sogar mit fünf davon. Da will keiner so rechtlich ran, ne? Irgendwas passiert, oder? Swit. Achtung. So, da kommt irgendwas drunter, dass sie sich aufsammeln. Soweit waren wir noch nie. Oh ja, der Top, das sieht nett aus. Ich muss nicht mal an. Das macht so. Boom. Sit down. Ich weiß heute nicht, was damit passiert. Ich hab ... Toll. 9 zu 5, zu 4 zu 2. Wer hätte es geglaubt, dass Doom ausgerechnet derjenige ist, der hier noch am Nächsten dran ist, ne? Stand jetzt. Und jetzt vielleicht auch damit noch, denn Henry und Doom sind noch im Rennen. Da ist wieder die Schlangen-Party angesagt. Du musst doch hoch! Nein! Ich hab's nicht recht geschlankt. Riecht Lukas noch mal einen Ehrenpunkt? Lukas hat grad den Punkt bekommen, weil ich jetzt gar nicht auf dem Zettel hab. Hau doch ab! 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 Ich weiß nicht, wo der andere ist. Brod sollte sich wohl den Edge umbringen. Damit's hier weiter ... Steht er hinterm Baum. Das ist natürlich gut, sich die schnell die Waffe schieben. Schieße die Waffe weg, Alter, was für ein Ruf! Oh, stark! Ah! Oh! Oh, schöner Schuss. Schöner Schuss. Zwei davon. Naja. Hau doch auf! Scheiße kann doch auch in die Karte. Ja, so geht das. Was blocken? Für du. Ja. Genau, die rechte Taste. Hat aber mehr Kugeln geschluckt, als er vertragen kann. Das muss man sagen. Deswegen war es nur eine Frage der Zeit. Kann Loom das noch mal schaffen? Kann er noch mal ankommen? Drei Kills gehen hier schnell. Naja. Geht schon. Ich will wissen, was passiert, wenn diese Lava-Eule da explodiert. Das kann eigentlich nichts Gutes. Rums Bums. Ich glaub, da kommen gleich so Lichtstrahlen raus, die so ein Gefühl von ... Keiner will sie berühren. Oh. Oh, die Todeseule. Ja, aber was heißt die Todeseule? Nein. Nein. Ich mach euch alle kaputt. Diese Eule, die ist ja fantastisch. Das ist doch keine Todeseule. Das ist ein Racheengel. Direkt aus der ausgewurte Hölle, aus dem achten Bandkreis des Ferdus umflogen. Kommt der. Bin ich mir gefangen von dem Radboss? Ich bin der Boss oder was? Nein, ich bin der Boss. Okay. Ich bin der Boss. Who is the Boss? Nein. Florentin, neun Punkte. Und das scheint den allen noch nicht so ganz klar zu sein, dass es jetzt darum geht, Florentin vom Sieg abzuhalten. Ja, ja. Aber alle aufgeben, auf jeden Fall. Alle aufgeben? Ja, das hat einer was gesagt hier. Sieht alle vorbei. Ja, das müssen jetzt alle Florentin töten. Kannst du mal aufhören direkt immer? Ja, ich guck mir einmal, ich hab einmal Spaß an dem Spiel und da kommst du direkt von der Seite. Wuhu, Scheiße! So. Doom ist raus. Und Florentin noch nicht. Komm, auch nur in die Lippen. Ja, aber du gehst dann wieder ... Nee, komm, ich geh da. Oh, Kameran! Wir laufen weiter, wenn ich die Masse aufnehme. Tja, Florentin, die Frage kannst du bitte an Entwickler at Stickfight. Hör doch einfach auf zu spielen! Du darfst kaum richten. So, Grün hat hier noch mal Glück gemacht. Nein, Mama! Ja, ja, sieben Punkte. Alter! Okay, also, immer noch Florentin mit einer weiteren Chance auf den Match. Erst weiß er, dass da oben was Gutes von oben kommt. Hä? Na ja, was muss man denn machen damit? Muss man da irgendwie ... Da fliegst du, glaub ich, so rum und ... Ja, ich weiß, aber muss man da drauf springen? Ich dachte, du musst sie einfach nur nehmen und reingehen. Okay. Aber anscheinend war das doch nicht so toll, weil jetzt diese Zögerlichkeit, der Mut ist ja. Frank-Drebin-Moment gerade mit dem Schießen. Was passiert, wenn keiner sie nimmt? Oh, jetzt! Oh, 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 jetzt Florentin muss der Florentin aufschauen! Florentin muss sterben! Warum ist Florentin jetzt der Ball? Das haben sie nicht gecheckt. Ich bin der Ball! 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 Wir sind längere ... Ich bin der Ball! 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 Ihr könnt nicht weglaufen! Ich bin der Ball schon! Ihr müsst ihr halten und kriegen, der hat mich zerbrechen und greift dran! Ihr könnt nicht weglaufen. Machen Sie? Laufen doch! Oh, nun, Sterben! Ich kriege der Ball raus! Was ist das? Ich weiß gar nicht, was ich mache. Das ist gut, lass das so. Du musst jetzt am Leben bleiben, vielleicht werde ich dann auch wiederbleiben. Du, ich bin alleine! Jetzt gilt es also, Henry gegen Todesengel. Warum bist du der Boss, Mann? Er ist berauscht von seinen Fähigkeiten. Hör doch auf! Warum kriegt denn jetzt jeder? Das ist der mega Boss hier! Wow! Das ist doch wunderbar! Keine Chance! Keine Chance! Das kriegt doch jetzt nicht wirklich den Punkt! Herr Schapens! Also, ich kann... Oh, ich bin auf einmal der Boss! Ja, hab ich aber verdient gewonnen! Fair, fair, fair! Ich schnapp auf einmal zwei Kontrolle haben. Also, ich kann glaube ich mit Sicherheit sagen, dass noch nie jemand so tief in dieses Spiel eingedrungen ist, wie ihr, wie ihr das gemacht habt. Offensichtlich! So, Florentin! Aufhören! Hört auf, Jungs! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Ihr müsst das jetzt überwinden! Florentin hat sich das Ding hier geholt und ist damit schon sicher weiter, aber für euch drei gibt es nochmal die Möglichkeit weiterzukommen und wir müssen das hier verarbeiten, was hier der Erzengel Florentin hier für ein Unheil, die sieben Todesflagen hat er über die anderen drei Spieler gebracht, das hat dann gereicht. Micha, Colin, was nehmt ihr denn mit hier von Stickfight? Habt ihr da noch Skates entdeckt bei den Leuten, die uns vorher nicht bewusst waren? Nö. Also, ich glaube der überzeugendste Skill war grundsätzlich vermeiden, verstecken, passiv sein und gucken, was die anderen machen. Mhm. Oder Todesengel sein. Oder Todesengel. Und das haben sie glaube ich nicht gecheckt, dass man offensichtlich, wenn man diesen Leuchtaugenpumpkin aufsammelt. Ne, alle dachten so, der geht gleich in die Lüfte und so und alle sind drum rum getänzelt, aber den muss man natürlich schnappen und dann, ja, was muss man dann falsch machen, um nicht dann den Sieg nach Hause zu tragen, frage ich mich. Das ist eine sehr gute Frage, denn Florentin hat auf jeden Fall als wie ein guter Gott, der hat das nicht auf einmal selten. Wie ein guter Gott. Der hat das langsam in die Länge gezogen, weißt du? Feinchen und Ohrfeigen verteilt. Ja, der, 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 weißt du, der steigert sozusagen die Plagen, anstatt zu sagen, ich bring euch alle um. Ja. So, erstmal kriegt ihr Pocken. So. Und die haben es lang rausgezögert, aber ich glaube, wir haben auch alle nicht so ganz verstanden, ähm, was man hätte tun können, außer der vielleicht den Racheengel natürlich äh, von seinen Schwingen befreien mit gezielten Schüssen. Aber ich finde erstmal, äh, für mich, äh, auch gut gewählte Teams, oder? Das musst du mir lassen. Also ich hab die Teams sehr gut zusammengestellt, das ist ja individuelle Förderung, Inklusion, würde man sagen, im Schuljargon sozusagen. Alle, ähm, spielen nur mit Leuten, mit denen sie sich auch wohlfühlen, so. Wir, da hat sich keiner, das hat gepasst, oder? Ach so, du meinst, dass alle das Gefühl haben, obwohl sie rausgeflogen sind, trotzdem Sieger zu sein, weil einfach das miteinander so behaglich und harmonisch war. Ja, genau, ne, das war nicht so unfair, es war alles genau richtig so, ich hab meine Kinder in die richtigen Klassen gesteckt sozusagen, in die richtigen Schulformen so. Ja, wenn die Kinder das selber auch so sehen, dann ist ja auch alles richtig gemacht worden. Also auf jeden Fall hast du jetzt drei Leute, die es safe ins Finale geschafft haben. Florentin ist einer davon. Wer waren denn nochmal die anderen beiden? Ich hab's doch vor lauter Spannung direkt schon wieder vergessen. Also, Miriam und Ben Weigel, wie gerade aus der Regie gesagt, ähm, genau. Miriam, Florentin und Ben Weigel. Hätte ich jetzt vorher nicht direkt gesagt, dass das jetzt meine Favorites sind. Bei Florentin so ein bisschen, wie gesagt, aber, ähm, naja. Ja gut, ich meine, deine Favorites, du sagst gerade meine Favorites jetzt nicht. Im Sinne von Skill-Erwartungen. Ja, ist klar, also, das konnte man ja auch nicht ahnen, denn das war ja wirklich spannend bis zuletzt. Sie sind weiter, aber natürlich, die anderen haben auch noch die Chance, äh, gleich weiterzukommen. Also, die übrigen neun aus deinem Team, die jetzt gerade mit der Schmach der Enttäuschung dachten, ins Bettchen hüpfen zu können, zu müssen, zu dürfen, können nochmal antreten. Fünf von ihnen, ähm, können es potenziell weiter schaffen. Ich hab keine Ahnung, welches Spiel gleich gespielt wird. Ähm, weiß ich auch nicht. Ich hab auch den Ablaufplan, den wir hier nämlich liegen haben, noch nicht so weit gelesen. Aber lass uns die Spannung ein bisschen, ähm, aufrechterhalten. Hast du Stickfight schon mal gespielt? Also, ich schließe daraus nicht. Nee, aber in dem Moment, wo es so loswuselt und so losprescht, das ist nicht mehr meins so. Ich bin eher so Typ Scharfschütze, ich brauch mal eine Ruhe, und dann kann ich auch mal ein bisschen was abliefern. Aber in dem Moment, wo alles durcheinander geht, da bin ich eher so der, ich hätte fast gesagt Typ Ole, aber so ein bisschen abschalten und sagen, ja, komm, mach mal. Und vielleicht hätte ich dann auch die Taktik, entweder wild um mich ballern oder verstecken, so eins von beiden, ja. Also, schwer zu sagen, wir haben auf jeden Fall keine Skills im Spiel bewiesen, aber du hast jetzt die neun Damen und Herren um dich gesammelt, lieber Andreas, die jetzt nochmal nach dem letzten Strohhalm der Verzweiflung, nach der letzten Chance aufs Weiterkommen greifen. Andreas, was hast du denn Schönes mitgebracht? Hm, ich hab ein ganz schönes Spiel mitgebracht, ein bisschen Kindheitserinnerung vielleicht für den einen oder anderen und ein Geschicklichkeitsspiel. Es kommt auf jeden Fall darauf an, wer kann sich gut konzentrieren, wer kann vielleicht auch, ja, wer hat eine steile Lernkurve und kann sich hier sehr schnell auf dieses Spiel einlassen, denn wir spielen Labyrinth. Wir spielen Labyrinth. Worum geht's? Der eine oder andere hat's vielleicht schon mal gespielt. Man kennt das auch viel in so kleineren Varianten, wo man das selber kippt. Und es geht darum, diese Murmel hier möglichst weit zu bewegen im Labyrinth, indem man ganz einfach, das zum Beispiel nicht macht, sehr, sehr feinfühlig mit diesen beiden Reglern hier justiert. Ja, mit dem bewegt man die Platte von links nach rechts, hier nach oben und unten. Und es geht darum, die Kugel möglichst weit im Parcours zu bewegen. Also, wir sehen hier diese Zahlen, das sind die Punktestände. Das heißt, wenn wir die Kugel hier so weit bewegen, dass er erst hier reinfällt, dann sind das 10 Punkte oder hier sind es 12 Punkte. Und wir sehen bei einigen Löchern auch oben und unten Punktezahlen. Das liegt daran, von welcher Seite man in das Loch reinfällt. Also, ganz einfach gesagt, fällt die Kugel hier rein, gibt's einen Punkt, schafft man es einmal rum und fällt dann in dasselbe Loch, sind das 23 Punkte. Ganz einfach erklärt, ihr habt drei Minuten Zeit. Also, ihr könnt euch ein bisschen eingrooven, ein bisschen dran gewöhnen. Ich gebe den Tipp, auch wenn es vielleicht obvious ist, eher mit leichten Bewegungen zu arbeiten, mit leichten Drehungen, um hier die Kugel ganz langsam im Parcours vorzubewegen. Drei Minuten, die besten fünf, genau. Neun Verlierer haben wir hier, auch von euch kommen noch fünf Leute weiter. Und wir nehmen, ganz wichtig, nur den höchsten Wert. Also, wir zählen nicht die Werte zusammen, sondern euer bester Run zählt. Ja? Wenn der Timer vorbei ist, darf man auch nochmal... Den darfst du noch zu Ende machen. Doom. Und dann fängst du damit auch gleich an, würde ich sagen. Wer hier noch eine Frage stellt. So. Also, du hast es schon mal gespielt, Doom? Frag ich mich gerade. Ja, in anderen Größen und... Noch größer? Nicht so filigran wie das hier. Habs Respekt. Okay, sind wir bereit von der Regie? Ja, dann würde ich sagen, Doom, wenn du ready bist, dann laufen deine drei Minuten jetzt. Ja, ein Klassiker dieses Labyrinth. Hab ich auch gespielt als Kind. Und es war für mich eine Prüfung. Prostrierend, oder? Ja, es ist nicht mein Spiel, weil ich genau diese Ruhe, dieses Fimschige mit diesen beiden Drehreglern, diese beiden Achsen so zu bewegen, dass diese Kugel einfach safe ist. Also, man kann so viel falsch machen. Also, gefühlt mehr falsch als richtig. Ja, ich hab grad gesagt, ich kann solche Art Spiele gut, aber auch das kann ich nicht. Ich kann also gar nichts. Fällt mir grade auf. Nee, ich hab auch nichts, die Ruhe dafür, und bin dann auch richtig sauer geworden, muss ich sagen. Habst du letztlich, witzigerweise, in Resident Evil 7 gab's eine Abart davon. Kannst du dich daran erinnern? Da waren so komische Modelldinge, da müssen die was rollen und so. Das war im Grunde ja so ein bisschen daran angelehnt. Resi 8, glaub ich. Ja, Resi 8, Entschuldigung, Village Village. Das Schöne an diesem Spiel ist, das behaupte ich mal, hier hast du keinen, außer vielleicht den psychologischen Vor- oder Nachteil, wann fängst du an? Weil du kannst ja nicht viel abgucken. Der Weg ist sozusagen eingezeichnet. Aber dieses Gefühl zu bekommen, wie, welche Drehbewegung, welche Achse bewegt und was die Kugel dann macht, das ist, glaub ich, was, das musst du einfach, im wahrsten Sinne des Wortes, eher rollen. Mhm. Ich glaub auch, da kannst du nicht viel abschauen, ja. Offenspieler können drei Minuten sehr, sehr lang sein für die Teilnehmens. Sechs ist sein bisheriger Bestwert gewesen. Eigentlich ohne die Sechs. Kommt ja nicht dran vorbei, ja. Ist aber auch die erste, weil, ne, du musst im Grunde beide Richtungen austarieren an der Stelle. Ja. Gibt es auch in verschiedenen Ausführungen und Schwierigkeitsgraden dieses Spiel. Also, das scheint mir doch eher die anspruchsvolle Variante zu sein. Und wie die Lou da hinten sich freut, ne? So ein bisschen ... Ich verstehe es natürlich auch. Es geht hier ums Weiterkommen. Also, die fünf von den neun, die hinterherkommen, die hier die spätesten, ja, Löcher einlochen, sind die, die eben ins Halbfinale und damit in den Nächsten kommen. Und LBS einzigen. Und wird auch nicht weniger zittrig. Ah, ja, sehr gut gemacht. Schlimmes Faszinier. Jetzt, da, jetzt muss er mal die Strategie ändern. Dieser Sprung immer. Vielleicht so ein ganz bisschen mal antitschen und dann ... Ja, jetzt hat er es vielleicht. Jetzt muss er nur noch ... Ah. Ja, sehr, sehr gut. Super, super. Das ist viel. Ich würd schon jetzt behaupten, das ist gar nicht so schlecht. Das glaub ich in der Tat auch. Also, es ist schwer zu sagen, weil, wenn du hier mit vielleicht sehr, sehr viel Erfahrung hast und Nerven wie Drahtseile, mag dir das einen Vorteil bringen. Deswegen, ich kann es ganz schlecht einschätzen, wie das Skillset der Spielerinnen und Spieler ist, die hier antreten, ne? Also, ob man da vielleicht schon Vorteile aus der Vergangenheit ... Man hat zwar lernt, jeder hat irgendwie ein Pet in der Hand täglich. Ja. Aber mit so zwei Holzreglern irgendwie ... An der Stelle, dein Höchster war zehn. Zehn Punkte. Was diese zehn wert sind, das werden wir hier gleich sehen. Henry, bitteschön. Bist du schon wieder beruhigt von dieser Boss-Fight in Stick-Fights? Ja. Das kannst du jetzt machen. Das ist zum Entspannen. Hier kannst du wirklich eine ruhige Kugel schieben. Ja. Okay. Deine drei Minuten laufen ab jetzt. Der lässt nichts liegen. Der lässt nichts liegen. Der lässt nichts liegen, ja. 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 Er tut sehr, sehr so gut. Ja, erstmal reinkommen. So weit musst du dir gar nicht ankippen, nie. Erstmal das kleine Bällchen so ein bisschen aus Holz erkunden, selber ein Gefühl dafür zu bekommen, diese Drehrädchen angemessen zu fegen. Aber ich glaube, es gibt so Stellen, da musst du auch mal ein bisschen mutig sein. So, ne. Guck dir das mal an, ne. Es gibt einen zurück. Guck mal das. Jetzt kommt die türkische Sechs. Voll. Ja, ja, ja. Ui. Das ist natürlich ... Ja. Aber schönes Händchen jetzt schon. Ah. Ja. Ja, aber man kann auch wirklich sehr fein justieren. Es ist ... Ja. Man kann da sehr ruhig rangehen. Ja. Und das ist ja schon an der Zehn. Also ... Und wenn er in die Elf reinrollt, rechts, das ist er jetzt. Zwölf. Zwölf. Ich glaube, wenn du dir von diesem Spiel so eine absolute Sparvariante holst, wo das so ganz so ... Ja. Dann trefft sich noch mehr in den Wahnsinn. Das stimmt. Weil es einfach nicht gut verarbeitet wird. Also genau, hier lohnt sich das Öl an der Schraube sozusagen. Ja. Ach so. Ich sag jetzt mal. Sorry. 1,40. Ganz ruhig, ganz in Ruhe. Ja, genau. Er hat noch alle Zeit der Welt. Ben. Weil er hat zwölf. Damit liegt er schon mal vor Ben. Ich meine, wie Andreas sagte, was das wert ist, das dauert noch ein bisschen, das einzuschätzen. Schau mal. Er will auch wirklich ... Er will auf Linie bleiben. Ein bisschen ... Das ist der Rotkäppchen-Effekt. Das war aber sehr schön und sehr schnell. Bleib auf dem Weg, Rotkäppchen. Jetzt ruhig, ruhig. Hammer. Aber da durchkommen, Alter. Ja, ja, das ist wirklich ... Schräg und dann musst du ja quasi ... Ja. Das sah sehr, sehr gut aus. Ja, das ist ... Ich glaub, die zwölf ist einiges wert. Haben wir grade gesehen. Wenn du da vorbei bist, ne? Dann diagonal da vielleicht so Richtung 15 sich zu retten, ist ... So. Oh, ja, ja. Vielleicht landen einfach alle bei der zwölf. Ja. Wir müssen so ein komplett neues Spiel ausdenken. Das ist, glaub ich, auch so die ganz hohe Kunst, ne? Also, während sie rollt, die Bewegung so anzupassen. Weil du hast ja ganz kurze Zeit, musst super präzise agieren. Und nicht immer nur mit diesen ruckartigen ... Okay, von da nach da nach da. Ja. Gut gefangen. Sehr gut gefangen, ja. Boah! Er wird besser. Zehn Sekunden. Kannst noch ganz in Ruhe zu Ende machen. Ich würd hier sehr gerne mal die Weltspinze sehen. Weißt du? Oh, ja, ja, ja. Die das so richtig krass machen, ne? Stimmt. Den darf er natürlich noch beenden, diesen Versuch. Den hat er ja gestartet. Vielleicht kann man sogar zwischen der elf und der zwölf so liegen bleiben. Weißt du, was ich meine? An der Bande? Ja. Und dann langsam weiter. Nicht beten, bitte. So, und jetzt? So. Er betet den auch. Er ist durch. So, und da jetzt noch drüber was? Ich glaub, das wär ich so erfreut über mich selbst, dass ich einfach nur ... Die 14. Mal hin. Ich hoffe, dass wir heute gesehen haben. Vielen, vielen Dank, Henry. Super. Ist das wirklich so? Soll ich das ein bisschen korrigieren, liebe Regie? Dann wäre jetzt die Chance. Und Thaddeus, bitteschön. Nee, ich ne. Doch. So ist das nun mal. Also, bist du bereit? Dann auch für dich deine drei Minuten laufen. Und bitte. Da bin ich jetzt mal gespannt. Kann ich wieder gar nicht einschätzen. Aber wie gesagt, ich hab's schon mal erwähnt, beim Flippern hat er sich mit Kugeln extrem gut geschlagen. Das sind schon mal drei Punkte. Geschlagen. Kurzer Schummelversuch. Vielleicht kriegt's keiner mit. So ein Attitude-T-Shirt an heute, ne? Was ist denn das für ne Band? Ich weiß nicht. Ich glaub ich keine Band. Er hat ja auch ne eigene Band. Das kann natürlich sein. Echt. Screaming Hell Angels. Ja. Oh! Das ist dann doch nur die Eins? Killers. Irgendwas mit Kill. Hell Killers. The Killers. The Killer. Ja, aber das ist natürlich genau die geistige Einstellung, die er mitbringt. Also ey, die hat aber mittlerweile einfach fast ne Hellsichtigkeit entwickelt für das Gefühl, die Kameras auf mich gerichtet, ne? Ja, ja. Vielleicht hilft auch natürlich der Vorschau-Monitor im Set. Ja, den muss man auch im Blick behalten, im Augenwinkel immer. Ja. So, also Tuddles versuche bisher scheitern an der 3 respektive 1. Aber das ist dieses Gefühl bekommen. Du brauchst einen guten Run, um dich hier aufs Tableau zu bringen. Und dieses Gefühl dafür, wie viel Drehung macht welches Kippen und wie reagiert der Ball. Das ist schon mal ... Also, er ist die ... Okay, ja. Die 6 schon. Darauf kann man aufbauen. Und hast noch anderthalb Minuten. Also, ich behaupte mal, die 6 wird so ne Zahl werden hier ... Die 6 und die 12, ne? Also, wenn du die 6 geschafft hast. Jetzt wird es natürlich noch schwerer für den Tuddle, weil das Spielbrett schief steht. Ja, weil die 6 ist so ne typische Kugel ... Also, da hat man das Gefühl, ne? Da kommt mit so nem gewissen Wumms da runtergerollt. Hast du noch ne Minute? Und wenn du das erstmal hinter dir hast ... Kann man eigentlich zwischen der 2 und dieser Bande da durch? Das hat er eben gemacht, ne? Ja. Ja, ja. Nicht diesen langen Weg, sondern so ne Abkürzung. Schräg durch. Das hab ich nicht gesehen. Vielleicht war es auch nicht so. 30 Sekunden noch. Das ist ein bisschen ... Die sind zu extrem die Einstellungen, die er vornimmt am Spielbrett, ne? Da ist immer direkt diese ... Vielleicht auch diese Ungeduld. Bewegt sich nicht noch der Ball, da muss ich noch mal nachdrehen. Und dann bist du natürlich ratzfass in so ner Abwärtsspirale. Aber jetzt guckt er so wie ich, als mir das geschenkt wurde. Wieder kein Videospiel. Ja, wieder kein Super-Pro-Protektor. So, und jetzt aber. Letzter Versuch. Wird das hier höchstwahrscheinlich werden. Ja, ja, ja. Nicht irritieren lassen davon. Und jetzt wieder nicht zu steil. Jetzt schon mal ein bisschen wieder zurücklegen. Das Brett! Ja. Dankeschön. Die 6 war das. Lu, bitteschön. Als Nächste. Schon mal gemacht? Nee. Also, nee. Oder? Weiß ich nicht. Hatte ich schon mal so ne Pyramide, so ne Labyrinth vor mir? Okay. In der Form nicht. Alright. Dann kannst du die Kugel schon mal einmal nehmen. Genau. Und dann laufen deine 3 Minuten auch ab jetzt. Die Lu, die ja wirklich sehr begeistert zugeschaut hat. Konzentriert. Ich weiß auch nicht. Möchte man hier früher dran sein oder später? Ich tue mich wirklich schwer. Okay. Ach, das ist der Weg, glaube ich, ziemlich Latte. Aber, äh... Jetzt, bis du da stehst und merkst, das macht einen riesen Unterschied. Ah, nein, nein. Das macht mir so ein komisches Gefühl im Bauch dazu zu gucken. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein komisches... So eine leichte Ungeduld? Eine leichte... Ja. Macht mich ganz kirre. Aber was ich sagen muss, diese Konzentration und dieser Respekt, der aus den Minen der Zusehenden spricht, das ist schon toll. Also, sie sind alle drin, ne? Und respektieren mit einer Mischung aus Ehrfurcht oder auch Angst, wenn sie noch selber dran kommen. Das, was sie hier sehen. Sie müssen ja auch ein bisschen was merken, ne? Wo muss man schnell, wo muss man langsam? Vielleicht kann man sich doch ein bisschen... Au. Super. So, und das hat sie direkt... Das kann man sich zum Beispiel merken, wenn man da zu schnell ist, kann man eine heftige Bewegung zurückgehen, weil man wird ja gefangen. Genau das. Es hat leider... Taddel hat dieses Bandenspiel nicht umsetzen können. So. Und das ist die Sieben. Das ist die Falle, ja. Ja. Da sehen wir das, was Andreas gesagt hat. Diese Zahl, das ist ein Loch, zwei Zahlen. Je nachdem, von welcher Seite du sozusagen reinfällst, zählt die Zahl, die da steht. In diesem Fall die Sieben. Aber die Sieben ist schon mal besser als die Sechs, die vielleicht einige machen werden, ne? Mhm. Mhm. 1,30 auch für dich noch. Scheiße. Okay. Da ist noch viel drin, also die Sieben hier schon mal besser als die Sechs. Ja. Aber viel mehr Lob fällt mir spontan auch nicht ein. So ganz langsam zurückdrehen. So, jetzt. Ja. Oh nein! Wieder die Sieben. Das sind auch wirklich minimale Nuancen, ne? Zwischen, nix tut sich und es kommt eine Lawine auf dich zugerollt. Ja. So. Das ist so dieses... Da muss man doch sehr sensibel und ein gutes Gefühl dafür bekommen. Oder eben auch mal natürlich so ein bisschen mit dem Ablenken, das wahrscheinlich auch. Ja, dass man nicht zwischenspeichern kann, ist halt auch kacke, ne? Das ist mal wieder von vorne. Ja. Das ist halt wie ein Anfang zurückgepeitscht. Ja. Es gibt davon ja auch diese unsäglichen Billig-Varianten. Diese... Also, das sind die schlimmsten Spielzeuge für mich gewesen. Noch schlimmer als sowas. Weil hier hast du ja noch dieses Gefühl von so Kontrolle und ein bisschen cool. Mhm. Wenn du einfach nur so Kugeln, die man in so ein Bild so rollen lassen muss. Ach so, diese Geschichten. Ja, ja, ja. Einfach nur so alle Silberkugeln in das Antlitz von Rotkäppchen oder so. Und du die ganze Zeit nur ausflippen möchtest vor Wut. Ja. Ne, das stimmt, die waren... Davon gab es so viel, ey. Poltergeschenke nennt man sie auch. Und das war der letzte Run. Das nächste Mal sind aber sieben. Deine Höchstpunktzeit. Ohl, bitteschön. Schon mal gespielt? Es sieht ja ein bisschen aus wie ein Kalender eigentlich. So irgendwie, oder? A long time ago. In der Kinderzimmer far, far away. Nicht... In den letzten 20 Jahren. Okay. Gut. Dann holen wir das jetzt nach. Drei Minuten Zeit hast du noch. Und die Zeit läuft ab jetzt. Bitteschön. Was wir gestern die Folge nicht gesehen haben. Die Anspielung mit dem Kalender war natürlich darauf bezogen, dass Ole eine große Passion für das Erstellen und Optimieren von digitalen Kalendern offenbart hat. Nicht Passion, sondern eher eine Zwangspassion. Eine sehr, sehr große Leidenschaft entwickelt und bringt uns da im Kalender-Game auf jeden Fall in Sachen Pünktlichkeit, Verbindlichkeit, Automatisierung ganz weit nach vorne. Ja, ist bei RBTV tatsächlich, wenn wir was brauchen, dann Kalender. Also für so die Insights. Also was nicht im Kalender steht, existiert. Das stimmt. Oh, guck dir das mal an. Eieieiei. Der Linie tanzt. Hier ist das. Alter. Tollkühn. Also das ist doch nicht 20 Jahre her, das ist doch jetzt 20 Minuten. Jetzt mal einfach heftig nach oben reißen und dann hat er schon mal die 15. Ja. Das ist natürlich jetzt... Nein! Genau das, genau das. Das sind nämlich nur die 13. Und wir erinnern uns, Henry, der aktuelle Spitzenreiter hat die 14. Aber das hat mir jetzt bewiesen, der hat's drauf. Das schafft er nochmal. Ja. Aber vielleicht auch. Der hält sich sogar so in der Mitte, weißt du? Der nutzt gar nichts, der ist nicht angewiesen auf die Banden. Ey, der wirklich... Walk the Line, das ist sein Motto. Alter. Das ist... Ja, Welten. Ja, ja, guck dir das an. Das ist genau diese Geschmeidigkeit, die man halt wirklich nur als Digital Engineer hat. Man spürt so, wie er rollt. Er hat keine Angst vor dem Loch. Wie sich da teilweise hingezittert wurde. Weißt du, soll ich rein? Nein, soll ich nicht. Ich tanze nochmal am Kranz. Entschuldigung. Und zack. Hier, guck mal, wie er das macht. Hier, einfach nochmal zurück. Antäuschen. Nö. Ich komm gleich nochmal wieder. Und jetzt, das ist jetzt wieder, das ist der ganze Schamle. Oder natürlich, das ist der Catwalk des Wahnsinns. Das ist eine Legendenbildung, die wir hier haben. Ich rieche die 15. Ja, das haben auch gerade die Mitspielenden natürlich respektvoll nochmal zur Kenntnis genommen, dass die 15 aktuell ihn als Topscorer hier hat. Immer noch Zeit. 40 Sekunden. Eddy ist schwer beeindruckt. Ja. Zu Recht. Das ist, in diese Region zu kommen, ist schwierig. Ja. Aber, wie gesagt, es gilt hier unter diesen 9, nur unter den besten 5 zu sein. Auch hier wieder eine höhere Chance weiterzukommen, als kläglich zu scheitern. Und, ähm, ist ein bisschen, wo man sich auf die Schlechtigkeit der Mitstreiter verlassen kann. Aber nicht zu sehr. Der wird schon genießt. Oh, er darf noch weitermachen. Er darf natürlich noch weitermachen. Und jetzt ist es wieder hier. Kann er denn da vielleicht so schön durch? Erstmal so rechts an die Bande ran und dann ein bisschen warten. Aber da gibt es keinen Safe-Spot. So, ne? Das ist... Es gibt eben nicht diese Bande, in die man so knallen kann und erstmal... Alter! Oh, das ist doch nicht wahr. Da durch? Das wird die 21. Oder die 22. Ich sag's dir. Ich sag's dir. Ich leg mich fest. 20! Wahnsinn mit dem ersten Run hier. Setz mich an die Spitze. Respekt. Oh, da einmal zurück. Sarah, bitteschön. Ai, 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 ai. Also 20 ist hier der Highscore, den wir gesehen haben. Aber wir haben auch gesehen, die Leute werden tendenziell immer ein bisschen besser, je länger das Spiel geht. Hast du das schon mal gemacht? Irgendwas in die Richtung? Bestimmt in der Kindheit. Ja? Immerhin. Kugel hast du bereit? Ja. Dann laufen auch deine drei Minuten ab jetzt. Also, jetzt gilt es übrigens, wir haben jetzt fünf gesehen und Spitzenreiter Ole führt mit 20 Löchern. Taddel ganz unten mit sechs. Das heißt, Taddel ist der Erste, der sich verabschieden kann, wenn Sarah oder alle, die danach kommen, mehr als sechs schaffen. Und wir haben es bei Sarah ja gestern schon gesehen, ne? Mhm. Sie ist so eine Blackbox, so ein wenig, ne? Weil sie sich schlecht oder kaum anmerken lässt, ob sie gestresst ist, ob sie entspannt ist. Und das sagt sie auch selber, ne? Wie, glaubt Selbstauskunft, dass sie eben in angespannten Situationen trotzdem entspannt ist oder zu uns rüberkommt. Die Nervenstärke. Ich schätze, sie kommt auf die 12er. Glaubst du, ja? Ja, ja. Zwölfer-Kandidatin. Also, alle meine Prognosen lagen bisher falsch, deswegen, ähm, das überlasse ich dir. Stark. Ähm, 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 wir haben sehr gute Spannungsmusik rausgesucht, also hier auch nochmal, geht nochmal respektvoller Gruß an die Regie, an die Besetzung, die uns das hier optisch, hier auch akustisch fantastisch einfangen. So ein bisschen Carpenter-Style, ne? Ja. Ja. Heiner, der Berichter, das ist ein guter Tipp. Keine Ahnung. Goldsmith, Jerry. Ne. Über eine Minute Zeit. Nein. Noch weiter weg. Sag ich jetzt mal so. Äh, noch weiter weg, wer ist denn mal? Äh, Schubert. Ich, gut, ich, äh, Ennio Morricone. Ach. Ja. Hättest du nicht gedacht, ne? Hätte ich auch nicht gedacht, hört man nämlich. Hä? Ohne Gitarren? Ja, ja. Das ist wirklich ein ganz, ganz anderer Style. Da haben wir also eine progressive Phase gehabt, der Western-Mensch. Ja. Das ist auf jeden Fall ganz anders. Da ist die an der 6 vorbei. Und das ist auf jeden Fall, es sei denn, sie macht jetzt eine ganz bizarren Invertierung. Ja, ja, ja. Oh. Das war die 10, ne? Okay. Also, damit ist... Na, sie kann ja nochmal anfangen. Ja, aber Taddles Schicksal ist besiegelt, denn er ist mit Platz 6 außerhalb der besten 5. Damit darf er nach Hause gehen und kann nicht mehr Last-Bean-Standing werden. Ja, das war jetzt, das war jetzt, äh, Sloppy. Sie weiß, dass sie nicht mehr... Obwohl, man kann den Versuch ja immer zu Ende machen. Also, eigentlich wäre es dumm, das abzubrechen. Auf jeden Fall wäre das dumm. Du kannst ganz in Ruhe zu Ende machen. Weil es sind zwei aktuell eben schlechter als sie. Keine Sorge machen. Okay, kurz durchatmen. Ah. Sie hat also doch Nerven. Das ist geil von hinten, so ein Krap, 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 Krap. Sie weiß, ob sie ein bisschen Stress zu machen jetzt so. Der Timer läuft ab. Der Schnapper kommt. Ja, genau. Unfair war es jetzt niemand, ne? Niemand hat hier irgendwie, äh, im Nacken gehaucht oder was auch immer, was man machen könnte. Ehrenhafterweise. Ah. Oh. Oh. Dein bester Run. Vielen Dank, Sarah. Eddie. Also, ich sag's mal so. 12 Minuten. Schon mal gemacht? Ja. Wahrscheinlich schon, ne? Zuhause auch so ein Ding? Wahrscheinlich noch gar nicht so lange her, oder? Ja. Ist noch aktiv bei uns. Okay, du willst einfach nur spielen, würde ich sagen. Gibt's auch das für Linkshänder eigentlich? Nee. Das ist natürlich blöd. Du bist bereit? Mhm. Dann laufen deine drei Minuten. Bitteschön. Das ist immer wackelig. Hinter sich lässt sie Doom mit 10, Lou mit 7 und Taddel mit 6 Punkte. Deutlich schneller. Die sind alles schon mal schlechter. Ja. Und das ist natürlich top. Aktuell dritter Platz für Sarah. Und jetzt schauen wir mal, was Ede kann. Was muss Ede jetzt schaffen? Ede sollte mindestens 7 schaffen. Aber das ist eigentlich auch schon ... Hey, guck mal. Jetzt macht er das, was ich meinte. Er nimmt direkt die Abkürzung. Das war sicherlich keine Absicht, aber ... Ja, aber das Problem ist, er muss sich zweimal nehmen. Ich glaub, das ist zweimal. Ja, er muss das bei der 5 ganz rechts. Uah! Ja. Ich weiß, sich da durchzusneaken, ne? So zwischen dem Zweier- und dem Fünferloch, oder was das war. Ja. Das ist wirklich ... Dieses Spiel ohne Klack-Geräusch. Weil du es schaffst, auf der roten Linie zu bleiben. Ich glaub, das ist die absolute Puchenmaße. Hast noch viel Zeit. Ach so, ja, ja, stimmt. Weißt du, man hört ja immer ... Das ist ja eigentlich wirklich schön, ne? Ja. Das ist so wie der ungestüme Tanzschüler, der es nicht wirklich kann. Ja. Er trampelt wie eine Ochse. Ja. Er fliegen sollte wie eine Fee. Meinst du, es gibt irgendein fünfjähriges Kind, was von seinen Eltern genötigt wurde, dieses Spiel zu meistern? Ja. Gibt es bestimmt, ne? Mhm. Ich glaub, es gibt für alles Kinder, die von ihren Eltern genötigt wurden. Oh, 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 oh. Aber jeder tut sich schon mit dem dritten Loch schwer, ne? Das ... Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hab das Gefühl, da ist schon wieder zu viel Tempo drin. Mhm. Das zieht mich ... Ja, ja, okay, nee, hat er nicht als ... Ob er wirklich ... Also, die sieben reicht schon, sagst du, ne? Das ist ja schon mal gut zu wissen. Sieben wär er noch safe, aber was die wert ist, das ... Ich weiß auch, ich weiß auch. Nee, Mann! Oh, das ist ... Hast noch viel Zeit. Also, bleibt er bei sechs, ist er sicher raus. Bei sieben ist er zumindest auf einem Level mit Lou und hat damit die Chance. Aber sobald jemand acht macht, ist er dann für beide Schluss. Insofern sichert ihm das jetzt auch erst mal nur ... Ich kann sagen, er ist aber flott unterwegs hier. Ja, manchmal gibt's ja Sinn, weißt du, was ganz anderes auszuprobieren. Und plötzlich ist man supergut drin. In diesem Spiel ... Was? Sieben. Das war die Sieben. Wichtig. Wichtig. Ja, es ist ja im Club Lou. Und Camel stand jetzt, wenn alle anderen schlechter wären, wahrscheinlich in ein Stechen. Du hast noch eine gute halbe Minute. Ja, sehr schön. Du musst die Kugel fühlen. Du musst die Kugel fühlen. Ja, Herr Doktor. So, letzter Vorsicht für Ede. Den darf er. Was? Den darf er noch. Den darf er noch. Den darf er noch. Den darf er noch. Den ist bei den anderen auch sehr streng. Okay, der darf er noch. Okay, der darf er noch. Okay, der darf er noch. Er darf ihn ausnahmsweise noch. Andreas ist streng, aber weißt du, das ist die harte Hand, die auch streicheln muss. Genau, wir sind die netten Großeltern, die dann doch die Schoki verteilen. Hup! Oh, umsonst. Hat sich nicht gelohnt. Wir aber lieben sein erster Mann. Und nur noch Ben. Kann ich schlagen, richtig? Ben ist der Letzte. Und ich kann dir schon mal sagen, sieben solltest du schaffen. Lukas ist auch noch da, ne? Ach so. Ich muss auch nicht. Ben und Lukas sind noch da. Du bist bereit? Ja, ich bin bereit. Ja, ja, ja. Und bitte. Ei, ei, ei. Sprach Karl May. Da braucht man so viel Geduld, ne? Das muss man irgendwie können. Ist Ben ein Geduldsmensch, deiner Erfahrung nach? Ich hätte gesagt, ja. Aber... Ja, aber er wirkt so. Aber ich kenn ihn als jemanden, der während er Sekiro spielt noch einen Podcast hört. Wo steh ich? Also der... Hier vorne am Tisch. Und... Ja gut, heißer ist mein nächstes, stimmt. Kann auch heißen Multitasking und so, aber... Ja, ganz gut. Das kann alles bedeuten. Hast du viel Zeit. Das kann bedeuten, er kann über den Inhalt des Podcasts am nächsten Tag ein Referat halten und hat trotzdem hier schon Hischin gelegt. Ja. Oder... Wollte damit sagen, er langweilt sich recht schnell. Ah, okay. Er würde hier, glaube ich, nicht Geduld aufbringen, um das... Okay. Vielleicht kann er es aber einfach sofort. Ja. Sechs. Oh, Junge! Ja, er ist vielleicht noch so ein bisschen im Tischtennis viel. Wann hab ich denn noch ein Tischtennis viel? Zwei Minuten. Zwei Minuten. Und nur eine Ersatzkugel. Ah, das war doch schon nicht ungeschmeidig. Mhm. Das schon. Oh! Müsste man es mal langsamer machen, ne? Oh, Jesus. 1,30 noch. Immer noch einmal. Komm, einmal. Ah! Ist das jetzt die besagte Ungeduld, ne? Dass er haut das Spiel zwar kaputt und sagt, Weihnachtsmann, was hast du mir noch gebracht? Kein Bundes... äh... Bundes... Bundes... Bundes-Spiel-Set. Ist nicht kalibriert. Nicht genormt, sagst du? Ja, okay. Es ist keine Bundeswehr-Ausbildung gespielt. Aber sechs hast du schon. Stark. Ja. Tja, sechs haben viele, ne? Das ist echt die magische Hürde da. Ich hab auch das Gefühl, wenn man es langsam macht, ist das auch nicht unbedingt ein Geschenk. Doch. Nein! Du musst dieser Linie da folgen. Ja. Guck, Eddie hat sofort die Tipps am Start. Siehst du? Siehst du? Sechs. Ja, die sechs. Aber Ben gibt einem nicht das Gefühl, dass er selber an sich glaubt, ne? Nee. Einfach wie so ein routiniert abgespulter Hafenarbeiter, der sagt, komm, jedes Containerschiff ist gleich. Der könne sich Mühe geben, genau. Der lässt hier den Kahn mit Absicht sicken. Das kann doch nicht sein, da mal ein bisschen Ruhe bewahren. Ja, das ist schon schlecht, aber sonst ist nicht gut. Der hat sich nur auf. Der kommt jetzt auf. Der kommt jetzt auf. So, die letzten Sekunden laufen. Du warst so still bei Stickfight, dass ich dich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm habe. Ich bin ja so der ruhig gefokussierte Typ. Das stimmt. So, kalibriert das mal gerne. Für dich, hast du schon mal gespielt so was in die Richtung? Vielleicht irgendwann mal, als ich so mit sechs Jahren in der Apotheke saß. Ich glaube, das waren so die Spiele, die da irgendwie so für die Kinder in der Ecke standen. Ich frag's nicht nach. Wir starten. Ja, wenn man irgendwie mit den Eltern in der Apotheke war und dann waren da so Kinderspiele. Dann in drei Minuten laufen. Einmal noch kurz mit Blick auf das Punktetableau, worum es jetzt hier gerade geht. Lukas ist der Letzte, der eine Chance hat, sich das Ticket fürs Weiterkommen zu sichern. Dafür müsste er mindestens in Loch sieben kommen. Dann würde er nämlich aufschließen zu Lou und Ede. Er schafft es. Er kommt auf die zwölf. Ja. Wenn er mehr schafft, ist er sicher weiter. Und Lou, Ede, Taddel und Ben verabschieden sich aus dem Turnier. Und die sechs hast du sicher. Hast du auch mal eine Nachricht fürs Wochenende? Kannst du nicht zwei Witze mit? Nein. Na gut. Das war eine. Wieso? Du glaubst gar nicht, wie viele Zahlen... Ich weiß, da stecken eine Menge sind eine Menge. Ja, klar. Da steckt's. Sieben, sieben. Lass mich nicht lügen. Kommt hier acht, sag ich gute Nacht. Zwei Minuten. Ach, die neun. Lang nicht gesehen, tu mich freuen. Keine Aufforderung zum Reimen jetzt hier. Wollte ablenken davon. So, jetzt. Also, erneut steht er, beziehungsweise rollt Richtung Loch. Sechs. Das scheint ja, ähm, ja, so von oben herab, ist immer leichter gesagt, ne? Ja, aber es ist auch schön, also leicht sagen, ist auch richtig gut. Ja. Ja, da kommt er schnell hin, ne? Und dann zögert er so lange und man denkt, die Spannung steigt ins Unermästige und zack, ist er am Loch. Ja. So. Und jetzt gilt es natürlich. Hey. Und hier jetzt auf das zu setzen, was man lernt und besser machen kann. Und nicht auf das, was einen in den Wahnsinn treibt. Ich glaube, das ist für Lukas speziell schwierig, weil wir ihn ja schon kennengelernt haben, im Verlauf von Last Been Standing als jemanden, der durchaus seine Nerven nicht immer im Griff hat. Ja. Stimmt. Die letzte Minute läuft, 40 Sekunden hat er noch und er steht eben auf Loch Sechs. Ja. Ja. Eine unüberwindbare Hürde für ihn. Sechs. Ja. Das kostet halt natürlich auch Zeit, dieses Zuzögerliche. In seinem Tempo wird das jetzt der letzte Versuch. Was überhaupt nichts bedeuten muss, weil wir das in jedem Fall zu Ende machen. Aber... Jetzt ist es der letzte Versuch. Definitiv. Und das war's. Du bleibst dir treu mit der sechsten. Du bleibst dir treu mit der sechsten. Du bleibst dir treu mit der sechsten. Und das, wer mit gerechnet hat, heißt, wir haben ein Stechen. Haben wir die Tabelle schon parat? Dann schauen wir einmal drauf, was das gleich bedeutet. Wir haben jetzt all eure Runs gesehen. 20 war, glaube ich, das Beste von Ole. Klar, du bist auf jeden Fall schon weiter. Aber da hinten wird es sehr spannend. Wir haben einige Sechsen gesehen, einige Siebenen gesehen. Und es geht ja immer noch darum, hier Team Micha zu komplettieren. Denn nur noch fünf Plätze sind frei. Einer geht auf jeden Fall an Ole. Wer sind die anderen vier? Eddie, war das wirklich so verkehrt zu sagen, das könnte dir gefallenes Spiel? Ja. Okay, gut. Dann spare ich mir den Mikrofon. Aber wenn ihr mal Bock habt auf dieses Labyrinth, könnt ihr euch holen. Könnt ihr euch schön hinstellen. Ich finde es auch besser als die Kipp-Variante, wenn ihr einfach hier diese Regler habt. Macht auf jeden Fall süchtig. Und Eddie hat es auch gesagt, man hat immer Bock, nochmal eine Runde weiter zu spielen. Außer jetzt wahrscheinlich die Kandidaten. Ja, dann warten wir auf das amtliche Endergebnis. Da wird noch gerechnet, da wird noch telefoniert mit Labyrinth-Experten. Das ist so. Lukas, Ben und Thaddeus sind raus. Und Eddie, Lukas, Ben und Thaddeus sind raus. Eddie und Lu beide gleich mit sieben. Und da es nur noch einen Platz gibt, müssen wir nochmal ins Stechen mit euch beiden. Da haben wir es nochmal gesehen. Zeigt es ruhig nochmal. Um hier, genau. Ole mit 20. Klar weiter. Henry ist weiter. Sarah ist weiter. Und Doom sind safe weiter. Vier von fünf Plätzen. Aber einen Platz, den geht es noch auszuspielen zwischen Luisa und Etienne. Wenn ihr kriegt... Ja, was machen wir? Eine Minute nochmal. Genau. Und es geht nochmal um den Highscore. Wer möchte beginnen? Eddie? Hahaha. Luisa, möchtest du beginnen? Traust du dich? Ja. Müsst du ja. Also, dann noch einmal geht es darum, im direkten Duell, wer es schafft. Eine Minute Zeit läuft ab jetzt. Bitteschön. So. Also, beide mit sieben Punkten dürfen jetzt gegeneinander an. In der Reihenfolge, wie sie gespielt haben, zuerst Luisa, dann Ede. Und jetzt sind natürlich alle Punkte genullt, das muss man nochmal sagen. Es gilt einfach im direkten Stechen darum, wer jetzt hier im höheren Loch landet. Und unter Zeitdruck muss man auch sagen. Ja. Das ist jetzt wirklich... Fehler versucht man nicht. Und man muss erstmal wieder das Gefühl zurückfinden. Oh! 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 Und die 16? Was war das? Das war die 8. Achso, die 8. Ja. Genau. I am legit. Acht Punkte. Das ist natürlich eine Vorgabe. Ja. Das kann sie ja nicht produzieren. Also das ist ein Zufallsprodukt jetzt gewesen. Ja. Du kannst noch einen entspannten Run machen. Okay. Ja, ich dachte, vielleicht geht's dann besser. Aber Ede hat mit der 7 natürlich dran geschnuppert, ne? An der 8. Ähm. Ja, aber diese Ecke da, die ist schon echt stödlich. Ja, die ist stödlich. Ja, das stimmt. Man muss es eigentlich nur dran, wenn das schafft, zwischen 6 und 7 runterzufallen, dann schafft man auch die 10 zum Beispiel. Ja. Meistens. Und das ist die 6. Und das ist die 6. Vielen Dank. Aber die 8 dein bester Run. Und das geht es erstmal zu schlagen für diesen jungen Herrn. Etienne. Wir quatschen nicht. Wir quatschen nicht. Wir legen los. Und bitteschön. Ja. Also, das wird jetzt spannend. Ich bin... Ich traue mich nicht, eine Prognose abzugeben. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ich kann jetzt eben jetzt schon. So, und jetzt hier das... Ei, 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 ei. Ich würde ganz langsam... Ja, wirklich so. Ein bisschen ganz müde anfangen zu rollen und dann... Dann schon... Dann rechts einschlagen. Ja. Krass, das war fast gut, weil wie du es gesagt hast, dann an der 8 vorbeizukommen... Man kann ja auch rabiat einschlagen dann. Ja. Relativ. Obwohl, naja, dann kracht man wieder in die 7 und das reicht ja jetzt nicht mehr. Ne, genau. Also, du müsstest schon in die 10 fallen. Das wäre so der Nächste einigermaßen... Mann! Ja, und das gehen die Nerven. Das gehen die Nerven. Er kommt nicht! Ja, weil ich natürlich auch erstmal in die Winkel passieren muss. Leute... So, das ist der letzte Versuch, wenn du nicht jetzt direkt wieder reinplumpst. Ja. So, jetzt soll da den Biebser nicht durcheinander bringen. Ja, 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 so. So. Das ist jetzt wirklich spannend. Das ist wirklich saumäßig spannend. Also, wenn du das jetzt schaffst, das kann ich mir nicht vorstellen. Er darf nicht, wenn man da vorbeikommen soll. Ja, aber man kann sich ja mal so rantasten. Ja. Er hat ja keine Zeitpunkte. Ja, ja, genau so, genau das. Ey. Alter, ich halte das nicht aus. Ich kann das wirklich kaum ertragen. Ich hab wieder das komische... Ja, ja, das ist jetzt nicht schlecht. Aber die 7 ist natürlich jetzt tückisch. Jetzt einfach mal rechts einschlagen. Aber nicht zu sehr einschlagen. Ja. Weil die 7 reicht nicht, wenn wir da reinkommen. Ich weiß, ich weiß. Vor allem, wenn ihr jetzt gegen die Bande knallt und dann doch in die 6. Oh, ja, ja, ja. Und jetzt aber erstmal entspann dich, entspann dich, Edith. Leicht. Ja, Wollo. Nein. Das darf doch nicht sein. Alter. Das war die 7. Das war die verflixte 7. Da war er safe. Da war er safe, ja. Damit ist Lou weiter mit der 8. Aber meine Güte, was für Emotionen hier. Ei, 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 ei. Also. Ja, musste man. Also nicht unbedingt über die Linien. Wir müssen das Ganze hier einmal sacken lassen, einmal durchschnaufen. Was für ein Herzschlag-Finale. Eddie, ganz knapp geschlagen. Lou holt sich den letzten Platz. Und ja, jetzt kommt es aber eigentlich erst richtig dicke für die beiden Teams. Team Micha gegen Team Colin. Das sehen wir gleich in verschiedenen Gruppen nach der Werbung hier bei Last Bean Standing. Bis gleich. Was für ein spannender zweiter Tag hier bei Last Bean Standing. Wir kommen jetzt zum großen Aufeinandertreffen der beiden Teams. In jedem Team sind noch acht Kontrahenten am Start. Und wir haben jetzt die ehrenvolle Aufgabe, diese Teams jetzt nochmal in zwei Vierergruppen zu unterteilen. In dem nächsten Spiel geht es, das wissen wir, ums Thema Wissen. Und wir legen jetzt einfach mal verdeckt für uns die Teams, so wie sie passen. Oder wir hoffen, dass sie gegeneinander antreten sollten. Wer war bei dir nochmal drin? Ja, vielen Dank an dieser Stelle natürlich auch nochmal an unsere Freunde von Golden Toast, denn ein langer Abend mit vollem Bauch ist gleich viel schöner. So, apropos schön. Nein, es geht ja um... Okay, pass auf. Also es ist ja im Grunde... Ich mach das auch wirklich verdeckt, weil... Ja, natürlich. Man möchte ja nicht sagen, wen man für klug hält. Nee, du brauchst ja... Also du brauchst zwei Teams, ne? Ja, ja. Eins gegen Team... Aber ist doch die Taktik jetzt. Ich will ja... Also was... Macht man's gleichmäßig? Verteilt mit Intelligenz quasi... Ich würde ganz klar einen Schwerpunkt legen und nicht gleichmäßig machen. Wenn ich du wär. Aber ich bin ja nicht du. Naja. Ja. So, pass auf. Ich hab ein sehr gutes Gefühl. Nicht luschern. So, pass auf. Das ist mein Team 1. Team 1 liegt hier bei mir oben. Und damit ist ganz klar, dass Team 2 hier unten liegt. So. Ja. Ich bin ready. Ich bin ein Mann der Tat. Nicht immer viel reden, einfach machen. Machen, machen, zack, durchziehen. Taten. So, ich hab jetzt hier auch Team 1. Okay. Und hier liegt Team 2. Pfff. 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 Wie machen wir das jetzt? So. Ich würde sagen, wir geben mal runter zu Andreas. Denn der hat ja die hoffnungsvollen Kontrahenten und Kontrahentinnen hinter sich versammeln. Mein Team war natürlich einerseits das Team der Herzen, Team der Befähigung, Team der Reflexe, aber auch einfach Team der allgemeinen Greatness ist. Also riesengroß geht raus an meine Jungs und Mädels. Ihr seid absolute Favoriten, nicht nur in meinem Herzen, mindestens aber so lange, bis das Spiel beginnt. Genau so ist das. Ähm, ihr wart brave Paten, äh, Pateneltern, Patenväter. Ihr habt eure Kinder aufgepäppelt, aber jetzt müssen sie raus in die weite Welt. Und man kann sagen, ja, bei Gaming und Geschick, da sind so ein bisschen die Meinungen auseinandergegangen. Aber bei Wissen waren sich alle einig, oh ne, das ist hier für alle die Achillesferse. Aber es gehört natürlich dazu, zur Last Meen Standing auch ein bisschen was drauf zu haben. Äh, und das wollen wir hier einmal überprüfen. Zwei Vierergruppen brauche ich von euch. Wer sind denn die ersten beiden Vierergruppen, die wir hier sehen werden? Wollen wir das schon sagen? Tja, dann würde ich sagen... Denk mal auf hier. Denk mal auf. Also pass auf, meine erste Kandidatin oder Kandidatin, ich war in die Reihenfolge, weiß ich nicht mehr, ist Team 1, Nummer 1, Sarah. Da einmal schon dahin. Sarah tritt an im ersten Team. Willst du, komm, wir lassen mal... Mal abwechseln wir was. Ja, komm. Okay, Kandidat 1 in meinem ersten Team ist Dom Minik. Dom Minik. Das sind ja gleich zwei. Voll gut, okay, lassen wir es mal gelten. Mit Sarah in Team 1 wird antreten... Leo. Leo! Neben Dominik spielt Florentin. Oh, okay. Auch in Florentin wird nicht alles können. So, wir machen weiter. Zu Leo und Sarah gesellt sich... Markus! Bei mir tritt neben Dom und Florentin noch die Sarah Linke. Und Nummer 4 und damit Completionist für Teil 4 ist... Laura Reumann. Ist das ein Team? Das ist Hammer. Mein Team wird abgerundet von Benjamin Weigel. Ja, damit ihr auch seht, dass es alles mit rechten Dingen zugeht. Hier nochmal die anderen Namen. Also für mich treten an Lars in Team 2. Peter in Team 2. Ihr dürft ruhig applaudieren. Weil es jetzt schneller geht, heißt das ja nicht, dass ich... Also, Gott behüte. Alex ist natürlich dabei. Und Bianca. Das wisst ihr schon. Aber ich setz auf euch. Daumen sind gedrückt. Genau. Bei mir sind's Miri. Luisa. Henry. Und Ole. Sehr gut. Also, die Teams stehen fest. Und ich kann schon mal sagen, jeweils nur eins der beiden Teams kann weiterkommen. Also, sprich, diese Vierergruppe oder diese Vierergruppe. Genauso auch nur diese Vierergruppe oder diese Vierergruppe. Und das Ganze passiert bei folgendem Spiel. Nämlich vier aus acht, heißt das Ganze. Und das ist ja wirklich passend auch für euch. Ihr seid jeweils vier von den acht. Worum geht's? Das Ganze ist ein Wissensspiel. Und ihr könnt euch aber auch gleich beraten. Wir schauen hier auf diese Karte. Die seht ihr gleich auch groß eingeblendet. Das sind so Fragen wie, welche Tiere sind nachtaktiv? Dann sind hier acht Tiere vermerkt. Von diesen acht Tieren, da seht ihr es, sind vier richtig und vier Antworten falsch. Ihr habt gleich 90 Sekunden Zeit, euch zu beraten. Das passiert alles nacheinander. Also, erst kriegt ihr eine Karte, ihr habt 90 Sekunden Zeit. Dann sagt ihr mir, welche vier Antworten ich wählen soll. Und welche vier Antworten somit wegfallen. Dann lege ich hier diese Schablonen drauf auf die vier Antworten, von denen ihr sagt, die sollen weg. Und mit dieser Antwortschablone überprüfe ich dann quasi, aha, welche Antworten wären es denn gewesen. Ja, je nachdem sind also bis zu null oder eben maximal vier Punkte pro Spielrunde drin. Wir spielen insgesamt vier Runden alternierend und schauen dann, welches Team mehr Punkte geholt hat. Was heißt alternieren? Abwechselnd. Das wäre schon die erste Frage gewesen. Also, vielen, vielen Dank hätte ich fast gesagt. Viel Spaß mit diesem Spiel. Ja. Ihr habt 90 Sekunden Zeit, euch auszutauschen. Ihr könnt euch laut beraten, da ihr nur diese Frage stellt. Genau. Erstmal verabschiede ich mich aber von den anderen beiden Teams. Genau. Ihr bitte einmal und ihr bitte einmal raus. Nur die spielenden Teams verbleiben. Also, wir bringen Wissen aus verschiedensten Gebieten mit. Ich finde das sehr okay. So. Und, ihr habt auch die Wahl. Florentin und Sarah, bitte einmal kurz schnick, schnack, schnuck. Sarah und Florentin, einmal schnick, schnack, schnuck. Kannst du das? Ja, die Runde geht an dich, denn du, Sarah, hast noch die Möglichkeit, dir hier einen Briefumschlag auszusuchen. Das sind eure Fragen gleich. Es ist eine Farbe. Ja, es ist einfach nur eine Farbe. Wir haben die. Genau. Der bleibt aber bei mir. Orange für euch. Und ihr könnt auch einen Fragenkatalog wählen. Wir haben die. Ja. Bleibt aber bei mir trotzdem nicht. Die Frage ist nur eine kleine Wahl. Okay. Also, dass die Fragen vier aus acht heißt das Ganze. Und ich würde sagen, wir fangen an. Sarah hat das Ding gewonnen mit der ersten Fragerunde. Jedes Mal 90 Sekunden Zeit. Ihr könnt euch beraten und mir dann sagen. Vier Mal. Insgesamt vier Runden. Okay. Dann die allererste Frage an euch ist, welche Zutaten sind überwiegend in einer Mayonnaise enthalten? Also Öl, Butter, Eigelb, Essig, Senf, Sahne, Eiweiß und Milch. 1,30 Uhr laufen ab jetzt. Ihr könnt euch laut besprechen. Also, nein. Nein. In der Regel schon? Nein, lieber das Eiweiß. Das ist kein Milch. Aber Ei. Aber Ei. Aber Eiweiß. Öl und zwar Eiweiß ist drin, ne? Es ist Eiweiß. Es ist Eiweiß. Eigelb. Aber die vier halte ich für am realistischsten. Aber überwiegend, ne? Ja, oder ist das Senf drin? Überwiegend aus Senf. Nein, nein, aber es sind die vier Zutaten. Ja, weil es ist hauptsächlich für Öl, glaube ich. Ja, empfehle. Wünschst du einen? Ich würde Eiweiß machen. Also machen wir Eiweiß, Eigelb, Öl und... Habt noch 40 Sekunden. Essig. Und Essig. Nee, Senf. Senf, Senf. Ja, aber überwiegend? Ja, überwiegend. Das ist ein wichtiges Wort, ja. Nee, überwiegend heißt, glaube ich, einfach nur was da drin ist und was nicht, oder ne? Ja, Öl, Eigelb, Essig, Eis. Boah, Mann, das müsste ich wissen. Das stimmt. Da ist wirklich nicht viel drin. Okay, Öl, Eigelb, Essig und? Ja, 50-50, ja. Dann machen wir Eiweiß. Eiweiß klingt wahrscheinlich, ja. Ist okay? Ja, klar, ja. Sarah, komm ans Mikro, ne, ans Mikro gerne. Welche Antworten braucht ihr? Also wir nehmen, wir locken ein, was drin ist, ist Öl, Eigelb, Eiweiß und Essig. Das heißt auf Milch, Sahne und Senf die Marker. Ja. So sehen wir das, dann nehme ich hier die Antwortschablone. Habe ich das gerade richtig rum, liebe? Ja, ne, mit der Seite war das, oder? Ja, irgendwas mit Senf habe ich auch im Kopf, aber. So, ne? So, dann lege ich das hier an und wir sehen, oh, oder habe ich es falsch rum? Nee. Drei richtige Öl, Eigelb, Essig und wir sehen hier, Senf wäre noch richtig gewesen, aber drei von vier Punkten. Florentin, hättest du es gewusst? Ja. Okay, wir haben das Spiel verstanden. Also, das war die erste Runde. Nein. Drei Punkte. Es gibt keine Minuspunkte. Drei von vier Punkten geholt. Wir möchten noch kurz was zwischendurch ankündigen. Das ist ja wie wenn man Mayo zum Ketchup herstellen braucht. Florentin? Ja? Wir möchten noch was kurzes ankündigen und zwar, wir haben uns auf einen Teamnamen geeinigt. Oh. Und zwar sind wir die Knusperknäuschen. Knusperknäuschen. Okay. Dann knuspert mal an dieser Frage hier. Wobei handelt es sich um eine italienische Pastasorte. Ja. Okay, okay, okay. Also, auch für euch. Mattanelli, Cavatelli, Cavorette, Albanoni, Buttaccini, Malfignale, Fettuccini, Linguini und die Zeit läuft jetzt. Bitteschön. 1,30 für euch. Ich kenne auch nur die zwei, die Florentin schon gesagt haben. Die Florentin ist glaube ich auch nicht. Und Alboni ist auch nicht. Aber bei unten Fettuccini, Linguini sind wir uns das. Da sind wir uns sicher. Ja, safe. Ja. Ich glaube, das Cavatelli... Das ist die Moodle und drei sind so, wenn wir... Ich kann keiner teilen. Ich glaube, Mattanelli nicht. Bleibt gerne am Mic, am Mikrofon. Also, Cavorette würde ich rausnehmen. Wie am Ende? Glaub ich nicht. Sorry. Nee, glaube ich auch nicht. Fettuccini auch gut. Aber alle anderen mit E sind raus. Sonst gibt es keine mit E. Nee, nee, safe. Okay, gibt es noch irgendwas? Irgendwo. Ganz tief drin. Ich warte jetzt. Es sind vier mit E und vier mit I. Also, lasst uns die vier mit E nehmen oder die vier mit I? Ey, super. Lass uns alle vier mit E nehmen. Lass uns einfach die vier mit E nehmen. Weil wir wissen, Fettuccini und Linguine sind da. Ja, genau. Aber es gibt Spaghetti. Genau. Oh, die Spaghetti. Und Tortillini. Die kommen immer von hinten. Es gibt ganz viele Passeladen mit I am Ende. Vor allem INI. 30 Sekunden noch. Aber du hast gerade gesagt INI. Wie wär's mit einem Bucatini? Geil. Weiß ich nicht. Nee, 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 nee. Tortellini? Nee, das ist nicht. Aber wir haben sonst nichts. Also besser als Rater ist es eine Mahle. 30 Sekunden. Sonst noch jemand was? Nein. Nein. Nee, ich hab so ein Gefühl bei den... Cavatelli oder... Cavoretto. Da geht mein Gedanke auf. Cavatelli nehmen wir. Ich fühl das so. Also ich weiß auch nicht. Irgendeinen random müssen wir ja dann. Dann nehmen wir Linguine, Fettuccine, Bucatini und Cavatelli. Cavatelli. Und alle anderen. Also alle anderen. Aus. Ne? Genau. So richtig? Ups. Dann schauen wir einmal bei der 18. 10. Ich hab so viel Super Mario gespielt. Hör auf jetzt. Komm schon. Leg ich ja einmal an. Ooooooh! Oho! Das ist richtig! Das ist richtig! Cavatelli, Bucatini, Fettuccini, Linguine und Popeye Handel. Eure häuschen wurde kein Knusper. Knusper Knut! Vier Punkte. So einfach kann es gehen. Vier zu drei. Vier zu drei. Vier zu drei. Runde eins. Einfach nur gefühlt. Was läuft da? Dune, sehr gut. Sehr gut. Und die nächste Runde für euch, ihr Lieben. Welche dieser Wörter werden im Englischen genutzt? Biergarten, Wanderlust, Zwieback, Schadenfreude, Fitnessstudio, Einschulung, Mobbing, Zeitgeist. Zeit läuft und bedürft. Es gibt Wanderlust und ich wäre für Biergarten und Schadenfreude. Ja, Schadenfreude gibt es nämlich auch und ich meine, ja, Biergarten, oh Gott, ich sage, das ist wie bei diesem Zuschauerjoker, wo man erst seinen Scheiß raushaut und alle anderen dann sagen, ja, ja, ja. Naja, sagen wir mal so, Zwieback, nee, sowas gibt es gar nicht da. Nein. Also sage ich, behaupte ich jetzt einfach mal. Fitnessstudio ist Gym. Richtig. Was haben wir noch, Einschulung? Einschulung und Mobbing. Mobbing ist, ähm, ähm, Mobbing ist, haben sich so Deutsch. Bulling. Mobbing ist Bulling. Also gehen wir auf Wanderlust, Schadenfreude, Zeitgeist und Biergarten. Ja. Hat irgendjemand noch, äh, Doubts? Doubts. Doubts? Nö. Nö, dann kürzen wir das Ganze ein. Dann lock mal das ein, dann sag mir, welche ich rausnehmen soll. Äh, rausnehmen kannst du das Fitnessstudio, den Zwieback, die Einschulung und das Mobbing. Denn das wollen wir nicht. Ups. Mobbing. Und ich checke das mal. Mach ich es richtig rum? Ja. Okay. Zehn. Was? Was? Und Schadenfreude, wanderloses Zeitgeist ist richtig. Aber Zwieback gibt es in der Tat. Nö, nö. Drei von vier Punkten geholt. Naja, also das kann keine Chance sein. Aber Kindergarten machen sie, ne? Ja, das machen sie ja. Ja, ja. Und ruchst das auch. Zweite Runde für euch. Ach, schön. Ja, das ist doch toll für euch. Welche sind die häufigsten Buchstaben in der deutschen Sprache? Oh, das ist, das weiß ich. Für euch A, T, E, S, R, N, S, L, I. Zeit läuft. Es ist Enes. Es ist Enes? Zeit läuft. Ja, es ist Enes. Das ist das, was du beim Glücksrad immer machst. Das weiß ich. Das ist Enes. Ja, dann lass ich das machen. Sollen wir dann direkt einloggen? Enes Radduel. Wir vertrauen dir jetzt, ne? E, N, E, S, R, A, D. Also ich glaube, es ist E, Ängel, S. Ich weiß nicht, welche Daten es sind. 2021, 2022. Ja. Es steht 25 immer noch. Und ich denke... 20 müsste das sein. E, N, E, S. Alle drin? Könnt einloggen. Wir haben Zeit. Also gibt's... Gibt's Gegenständen? Nein. Nö, ich hätte nur gedacht, A wäre doch auch. Es ist Enes. Nein, nein, es ist es safe. Ja, ist es. Ja, dann machen wir da. Es ist Enes. Hauptsächlich durch ein Wort. Aber es ist Enes. Ich hab lang mit Markov-Ketten... Wollt ihr euch? Ja, drin und rein. E, N, E, S loggen wir einen raus. Also alle anderen raus. Alle anderen raus. Easy. Komm schon, komm schon. Easy. E, N, E, S. Weggeknuspert. Worentin, das muss jetzt stimmen. Und wir gehen auf die 25. Nein. Doch, doch. Und sehen, das ist komplett richtig. Vier Punkte für euch. Vier Punkte für euch. Und wir machen direkt weiter. Damit man das sieht. Mitte dritten Runde. Und ich frage euch, in welchen Ländern herrscht Linksverkehr? Du bist so böse. Ich muss mich hinstellen. Russland, Malta, USA, Island, Südafrika, Südkorea, Japan, Irland. Auch eure 90 Sekunden laufen. Japan, Irland safe. Tja, Südkorea. Also USA nicht. Und ich weiß nicht, ob die irgendwas gesagt haben wegen Linksverkehr. Fuck, Entschuldigung. Ist es Japan oder Südkorea? Japan ist safe. Irland ist auch safe. Oh nein. Und die USA ist es safe. Nein, ich meine, bei Island hat man über Linksverkehr geredet. Ich sage, Japan. Dann hat sie da nicht viel erlebt, offensichtlich. Also was haben wir jetzt gerade? Japan? Geht gerne ins Mic auch, Leo. Wenn ihr was habt. Ja, aber ich weiß nicht, ob es super dumm ist. Das ist egal, das will ich trotzdem hören. Ja, ich würde sagen, Südafrika und Malta. Und Malta? 30 Sekunden noch? Malta ist so random, dass es da steht. Das ist wirklich recht random. Was du das fühlst, Malta? Ja, weil das, warum sollte das dastehen? Was haben wir in Japan? Was haben wir noch? Irland auf jeden Fall. Irland. Südafrika. Südafrika. Ja, und Südkorea ist aber... Ja, das ist die große Frage, ja. Das... 15 Sekunden. Aber wir müssen uns entscheiden. Ich kann mich nicht erinnern, leider. Also, lockt ein. Okay, also wir nehmen Irland, Japan, Südafrika und Malta, okay? Das heißt, welche raus? Welche raus? Rausland, äh, Russland, Rausland, Island, Südkorea und Island auch raus. Südkorea und Island raus. Und das sind die vier. Und wir schauen uns das Ganze an. Das ist die... Auch mal einzelne Buchstaben kriegen. 3,20. Schnell. Und wir sehen... Yes! Vier Punkte. Vier Punkte für euch. Und damit schauen wir mal auf den Zwischenstand nach zwei Runden. Sehen. Ich habe nichts dazu beigetragen. Jetzt müssen die aber auch mal nicht vor der Winther schauen. So, nächste Runde für Team Florentin. Ja, wir bleiben. Wir bleiben in den internationalen Fragen. Und ich möchte wissen, welche Länder haben keinen Euro als Währung von den Knusperknäuschen? Zeit läuft. Bitte schön. Schwedische Kronen. Also die Schweden haben nicht den Euro. Okay. Wirklich nicht? Nee, schwedische Kronen. Schweden rechnen den Kronen. Aber haben die nicht die Gans auf dem 2-Euro-Stück? Ich habe die mal gesammelt als Kind. Die Gans? Nee, die Münzen aus verschiedenen Euro-Ländern. Gern hinter das Mikro, Florian. Du hast was für dich hören. Aber warum? Das ist doch Tschechien, oder? Auch. Kronen gibt es aber in vielen Ländern. Okay, also wo seid ihr euch sicher? Tschechien? Tschechien, kein Euro. Nee, Tschechien hat... Nee, Tschechien hat kein Euro, genau. Tschechien hat Kronen. Tschechien hat Kronen. Estland? Nee, was soll Estland sein, oder? Da bin ich... Also da weiß ich nicht. Dänemark... Wollen wir nicht eher überlegen, welche haben denn... Also Spanien hat es durch den Euro, Polen hast du hier. Nee, Polen hat es Wotte. Polen hat es Wotte. Tschechien hat die tschechischen Kronen. Können wir schon mal die Marke legen, auf denen wir uns sicher sind? Ja. Portugal, Spanien, ne? Die sind auf jeden Fall drin. Portugal, Spanien, Finnland kannst du schon mal drauflegen. Ja, wäre ich dabei. Ja, ich brauche ja die anderen dann, ne? Ja. Du legst doch da drauf, die ist nicht sinnvoll. Die wollen wir auch weghauen. Welche wollt ihr weghauen? Portugal. Die Frage ist, wo ist kein Euro? Exakt. Genau. Also es ist ja Estland, wo wir rauskriegen. Genau, die mit keinem Euro müssen übrig bleiben. Also wir kicken raus, wir haben safe Portugal, haben wir gesagt, oder? Was haben wir gesagt? Ja, Portugal, Spanien, 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 Finnland. Tschechien. Einen Marke habe ich noch. Nee, warte mal, was legen wir jetzt? Ja, Tschechien. Haben keinen Euro. Kein Euro muss übrig bleiben. Also Polen hat auch kein Euro, safe. Moment, wir machen das halt falsch. Ende. Nee, nee, wir legen falsch. Ja, falsch rum, falsch rum. Letzte brauche ich. Wir legen jetzt nochmal neu. Das ist falsch rumgelegt. Letzte brauche ich, ich brauche die Letzten jetzt. Also, wir legen auf Polen. Ich bin verwirrt. Nee, wir müssen... Welche Länder haben keinen Euro? Ja, Polen ist einfach schon. Salz abgelaufen. Yes. Wir gucken drauf. Das ist jetzt falsch rumgelegt einfach. Nein. Nein, nein. Das ist aufgezockt. 27. Ja. Und... Alle vier richtig, aber es fehlt natürlich jetzt ein Out, ne? Aber ihr seid ehrlich, der hat noch jetzt eine Chance mehr gehabt, es nicht zu schaffen. Äh, es zu schaffen. Genau, also, sie kriegen die volle Punktzahl, weil einer wäre ja quasi... Den hätte ich ja noch verteilen müssen, das heißt, drei Punkte sind's. Ne? Okay. Nehm ich, nehm ich. Und gerne hinter das Mikro flohen, die macht sonst gerne so einen Hype-Preis, dass ihr alle zu hören sagt. Wir sind ja... Genau. Wir wollen, wir wollen. So, all right. Dritte Runde. Ich merke auch, wie jeweils das andere Team immer sagt, ja, das ist ja leicht. Dann mal gucken, wie leicht das ist. Ist das unser letztes Jahr, ne? Ja. Welche Tiere können leuchten? Nein, das ist nicht. Leuchtquain, Kugelfisch, Glühwürmchen, Zitteraal, Anglerfisch, Barracuda, Regenbogenfisch und Vampirtittenfisch. Einmal Ruhe bei euch, bitte. Und die Zeit läuft. Sprechen wir... 90 Sekunden. Na ja, was heißt denn leuchten? Dass die von sich selber aus leuchten können oder dass man die anstrahlt und die glitzern oder sowas? Ja, ich glaube, wir können... Von sich selbst aus leuchten. Bestimmt. Aber ich war nicht in der Fragenredaktion. Weil, also, Glühwürmchen kennt ja jeder von uns, dass Dinge sind die... Aber können die das wirklich? Anglerfisch angelt mit Licht. Das ist ein Tiefseefisch, der auf seiner Glocke mit Lichtfische angelt. Ja, also, würde ich auch sagen... Ich würde den Kugelfisch ausschließen, weil was leuchtet an dem? Leg da mal was drauf. Ja, Kugelfisch, weg mit dem Ding. Barracuda ist halt so ein echt Ding. Barracuda kann man... Das kann man bei Dredge fangen. Das kann man bei Dredge fangen, das leuchtet nicht. Weg mit dem Barracuda. Weg mit dem Barracuda. So Zitteraal. Also, ich glaube, wenn das Licht aus ist, kann man schon seine Elektrizität sehen. Aber ich würde ihn noch nicht wegmachen. Also, der Regenbogenfisch, das ist so ein Kinderbuch, der ist so bunt und der hat so Glitzerdinger drauf, aber der leuchtet nicht von selber. Mach den weg. Okay, Regenbogenfisch raus? Ja, also ich mit dem. Ich kenne nur die Yu-Gi-Oh-Karte, das kann ich nicht. Wieso dreht sich das jedes Mal, wenn ich das ablege? Na gut. Ich hätte so einen ausgedachter Fisch, naja, egal. Einen Out habe ich noch. Gibt es bei Yu-Gi-Oh? Kann er da leuchten? Der hat Regenbogenfarben. Egal. 20 Sekunden. So, Vampir-Tintenfisch oder Zitteraal, Freunde? Ja, Zitteraal, also wie gesagt, der kann schon Dinge herstellen. Der kann Strom, aber der kann vielleicht nicht leuchten. Ja, ich weiß nicht, was ein Vampir-Tintenfisch ist. Machen wir den Vampir-Tintenfisch weg? Ja, ja, ja. Fünf Sekunden. Moment, ich würde den Zitteraal weg. Vier Sekunden. Echt? Zitteraal ist halt so... Ich brauche eine Antwort jetzt. Zitteraal weg. Antwort drauf. Zitteraal weg. Naja, Tintenfische haben aber auch die Fähigkeit dazu. Es ist gar nicht so dumm. So, warte mal, Zahl. Tintenfische sind. Tintenfische sind. Tintenfische sind. Ähm, was brauchen wir? Die 29... 29... Yes! Oh, das sind vier Punkte. Stark. Das sind vier Punkte. Oh, komm. Zum Glück, ich hab's nicht gehört. Ich hätte den Zitteraal durchgebrochen. Jetzt müssen wir vier schaffen. Ja, scheinbar. Holy shit. Wie viel habt ihr gespielt? Drei Karten habt ihr gespielt, ne? Nee, das war die letzte. Das war die letzte? Hm? Seid ihr sicher in der Regie? Ja. Habt ihr das mitgetrackt? Habt ihr schon vier Karten gespielt? Ich glaube ja. Habt ihr angefangen? Ach ja, ihr habt 14? Genau, okay. Machen das vier? Ich hoffe. Okay, dann kommt hier die letzte Karte. Das ist eine schöne Frage. Wir bleiben in der Tierwelt. Welches dieser Tiere ist ein Schmetterling? Oh Gott, ey. Oh shit. Was ist denn? Wasserkalb, Blödauge, Pupo-Bär, Bienenwolf, kleiner Eisvogel... Das ist nicht dein Faktor. Großer Fuchs ist auf jeden Fall eins. Großer Fuchs ist eins. Den lassen wir. Also ich glaube, Blödauge... Du kennst die? Ich würde sagen, ja. Es gibt auf jeden Fall Fuchs als Schmetterling. Okay. Ich würde sagen, ja. Zeit läuft. Der Bienenwolf? Der Bienenwolf? Was ist das für eine Frage? Das Grau-Gelb-Schwarzes. Scheiße. So oder so werden gerade all diese Sachen gegoogelt. Grasgespenst. Also bei Blödauge sehe ich mich aber... Kleiner Eisvogel. Kleiner Eisvogel. Also... Ja, keine Ahnung, lass... Der C-Falter? Aber Blödauge nicht. Also ich würde das Wasserkalm... Ist der C-Falter die Abkürzung für Zitronenfalter? Ja, er hat C-Stick für Zitronen... So, Vitamin C. Der Zitros weiter. Vitamin C. Ist die übergeordnete Gattin. Also das Grasgespenst... Eine Minute noch. Was klingt am dümmsten? Wir müssen mal was sagen. Wir haben noch 50 Sekunden. Was klingt am dümmsten? Blödauge und Wasserkalb? Aber... Wasserkalb? Ich glaube, das ist noch dumm. Wasserkalb? Ich bin mir auch bei Keim sicher. Ich bin mir auch bei Keim sicher. Ich bin mir auch bei Keim sicher. Dann leg mal. Also wir nehmen den großen Fuchs auf. Welche soll ich rausnehmen quasi? Lass die sagen, die raus sollen. Ja. Ähm... Gute Frage, ey. Purpur-Bär... Der Purpur-Bär... Der Purpur-Bär kommt weg. Ich finde den komisch. Hä, ne... Das würde ich nicht rausnehmen. 20 Sekunden, ich muss strecken. Blödauge! Dann leg, dann sag was raus muss. Dann sag was raus muss. Blödauge? Ja, Blödauge. Äh... Der kleine Eisvogel. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Ja, komm. Und Wasserkalb? Ja, 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 ja. Geil. Die vier draußen. Kleiner Eisvogel. Okay. Ja? Ne, keine Ahnung. Ey, wenn das stimmt, dann sind wir uns einfach glücklich. Und wir lösen auf mit der 25. Es geht um alles. 14 zu 11 steht's. Ihr müsst alle richtig haben, um hier noch weiter zu kommen. Ansonsten ist das Team von Sarah, Markus, Leo und Laura weiter. Und wir schauen auf die Auflösung. Das ist die 25. Und wir sehen... Nein! Es sind nur zwei richtig. Es sind nur zwei richtig. Großer Fuchs, C-Falter. Kurpur-Bär. Kurpur-Bär und kleiner Eisvogel wären noch richtig gewesen. Schön. Man kennt sie. Team Colin. 14 Punkte für euch. Nur 13 Punkte für euch. Einmal durchatmen. Ihr vier. Euch sehen wir auf jeden Fall im Finale wieder. Einmal durchatmen. Colin, Micha. Colin, dein Team ist weiter. Eins davon zumindest. Ja. Was soll ich sagen? Also, die haben es spannend gemacht. Also, als die beim Eiweiß abgebogen sind, wollte ich das Studio schreiend verlassen, weil ich dachte, wie geht denn das weiter? In der zweiten Runde war es dann auch knapp. Ähm, und ich hab wirklich... Die Hoffnung hatte ich fast aufgegeben. Aber fairerweise muss man sagen... Die Schmetterlingsfrage war ja wohl verarscht. Das war ja getürkt hier. Was war das denn bitte? Hab ich auch noch nie gehört. Ich mein, Schmetterling haben manchmal ja wirklich absurde Namen. Aber irgendwie, das ist tatsächlich... Ich weiß schon nicht mehr, was es gibt und was nicht. Nee. Aber das war schon schwierig, ne? Das war richtig hammerhart, ey. Hätte man auch nicht gedacht, weil die ersten beiden Runden haben sie ja volle Punkte geholt, deine. Bei mir dann nur mit sechs und ich hab wirklich an nichts mehr geglaubt. Ja, das ist jetzt eigentlich mein... Das war jetzt mein, äh, Dream-Team. Es soll nicht heißen, dass das nächste Team nicht auch unfassbar stark ist. Aber, ähm, auf dem Zettel dachte ich jetzt, okay, die reißen jetzt hier die Hütte ein. Hätten sie auch gemacht ohne die Schmetterlinge. Ja, die Buchstabennummer war so irgendwie klar, ne? Florentin, der sofort sagt, so ist es, wird sekundiert von den anderen. Mhm. Ähm, ich war dann sehr überrascht von... Ich hab auch auf Südkorea beim Linksverkehr gesetzt und nicht auf, äh, Malta. Also da war ich in dem Moment dann mal froh, dass ich nicht dabei war. Ähm, was war denn in der zweiten Runde bei... Bei, bei meinem Team noch? Ich hab schon wieder... Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall hat's nicht für die vollen Punkte. Da war auch so eine, so eine Antwort, so eine Halbseite dabei. Ähm, aber es war, war schön, ne? Ja. Und es ist ja noch nicht alles vorbei. Also vier von meinen Jungs und Mädels sind schon mal sicher im Finale. Mhm. Aber du kannst ja noch gleich ziehen. Ich kann noch gleich ziehen, aber ich find's interessant, wie die Teams unter sich diskutieren. Das ist ja auch eine Diskussionskultur in den Teams, um auf die Antwort zu kommen. Und, ähm, da waren sie gerade teilweise auch ein bisschen wirr, ne? Du musst dann irgendwann sogar sagen, so, okay, du sagst einfach die vier Antworten. Ja. Aber wenn du's auch nicht besser weißt, dann ist es vielleicht auch mal sinnvoll, einfach darauf zu setzen und dann sind's alle gleich schuld. Ja. Äh, aber wir sehen, äh, natürlich die nächsten Paarungen, die gegeneinander antreten. Lieber Andreas, ich bin sehr, sehr, sehr wohlgesinnt. Wir haben, ich lieg hier mit 1-0 mit meinem Team der Herzen vorne. Ähm, also meinem Team der Herzen. Ich bin gespannt, wie das zweite Duell ausgeht. Andreas, zurück zu dir und dem Adrenalin in Studio. Genau so ist das. Ähm, die nächsten beiden Teams sind bereit. Und auch hier gibt's zwei Umschläge. Äh, und das können offensichtlich Baumarten sein oder Schmetterlingsarten. Also auch für euch die Möglichkeit. Wir haben grad schon Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Miri, du kannst einmal auswählen, ob blau oder gelb. Welche Pille soll's sein? Gelb, aber bleibt trotzdem bei mir. Blau ist für euch dann. Und wir fangen auch bei euch an. Ähm, Regeln sind klar. Da wart ihr ja noch dabei. Und wir schauen einmal, ob ihr hier die volle Punktzahl vielleicht sogar holen könnt. Welche Begriffe sind Akronyme beziehungsweise Abkürzungen? Also, PIN, HIT, Radar, Casino, Laser, Jet, Azubi, Vertigo. Sprich, was sind Kurzworte? Wo steckt eigentlich ein längeres Wort dahinter? Zeit läuft. Also, Azubi auf jeden Fall. PIN, sag mal. PIN und Laser. Für was? PIN für was? Äh, hier Laser aus auf jeden Fall. Ihr könnt euch laut unterhalten. Okay. Und geht gerne ran ans Mikrofon. Wir würden gerne lesen. Hä? Laser. Ja. Ja. Ja, save. Was haben wir noch? Da haben wir PIN, Laser, wir haben Azubi. Wofür steht PIN? Personal Identification Number. Top. HIT? Was ist HIT? Ist auch recht kurz. Jet. High, Intense. Nee. Ich hab mich nicht zu Ende ausreden. Das hätte sein können. Ähm, was ist da rechts? Casino? Casino. Nee, Reader ist Range and Distance. Sie kommt euch entgegen ja gerne noch näher ran, ja. Jetzt kann ich's lesen. Also, wir haben Laser. Laser. PIN. Azubi. Azubi. Jet oder Jet? Jet kann ich mir nicht vorstellen. Casino kann ich mir nicht vorstellen. Vertigo kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nee. Casino und HIT sind raus, oder? HIT. Oder? Nee, aber HIT. HIT oder was? 30 Sekunden. Moment. HIT ist einfach nur Treffer. Ich muss mich channeln. Ich will Radar nehmen. Ich will Radar nehmen. Hast du mich irgendwo? Genau, du hast irgendwas gesagt mit Radar? Radio, Range and Distance something. Aber ich kann's mich nicht vorstellen. Welche soll ich rauslegen? Welche vier muss ich verdecken? Die sind keine. Wir müssen jetzt gucken. Vertigo. Genau, Vertigo. Jet. Äh. Casino. Casino. Und HIT. Und HIT. Also Pin, Radar, Laser und Azubi sind laut euch Kurzworte. Wir gucken auf die 17. Legen das Ganze an und sehen alle vier richtig. Wir haben's gehört. Was war das? Personal Identity Number. Identification Number. Range and Distance something. Light and I don't know. Azubi. Stark. Wirklich stark. Vier Punkte. Verdiente, schwere vier Punkte. So. Dann machen wir weiter mit euch. Auch bei euch gerne nah ans Mikrofon ran. Besonders, wenn ich folgendes wissen möchte. Welche internationalen Vorwahlen verbinden euch mit einem europäischen Land? Also auch von euch möchte ich wissen. Vier brauche ich und vier verdeckt. Die Zeit läuft. Gerne noch ein bisschen ranzoomen, wenn wir können. Auch hier sind einige Nicht-Brillenträger dabei. Die eine als Haugen sind voll meine Schwäche. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ja. 39 klingt irgendwie plausibel, finde ich. Das sieht schon überall in Plus aus, ne? Das ist so ein Minus heimlich, oder? Ja, ja. Plus. Ja. 43? 41? Ja. 39, 43, 41. Einfach aus der Logik. Eine Minute. Also 39, ja. 41, 43. Die 353 ist viel zu exotisch. Dann nehmen wir noch. Und 91 sieht auch irgendwie Englisch aus. 60. Was ist die 1? Wir haben alle quasi keine Ahnung. Ja. Korrekt. Ich hab noch nie ein anderes Land angerufen. Du musst das doch mal googeln. Vielleicht sieht Plus 1 aus wie Vatikanstab. Oh ja. Stimmt, das erste Land. Ich finde Plus 1 auch sehr... Wollen wir uns einfach als random picken? Ja, ja. Ich würde auch sagen, das ist eh egal. 30 Sekunden. Okay. Habt ihr schon welche, die ihr ausschließen könnt? Die 40er, die 1 und... Welche? Die 39. Also 91 raus. Also die, die raus sollen, ne? Ja. 91 raus. Ja. 353 raus. Ja. 81 raus. Ja. Und die 60 raus, ne? Ja. Ja. Bleibst du? 5 Sekunden? Egal. Keine Hektik, aber nur 5 Sekunden noch. Okay, dann go. Dann schauen wir uns die 22 an. Oh Gott, das wird... Und wir sehen 3... Ey Leute. Oh, warte, 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 liegt falsch, sorry. Ich hab's falsch gelegt. Ändert trotzdem nix. Ändert, nein, gar nix. Offensichtlich ist das Spiel komplett kaputt. 3 Punkte. Super, 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 super. Von 4 stark. Was wär's noch gewesen? 81. 81 England? Nee. Ach so, ja, das kann auch sein. Gut, wir machen weiter mit euch. Ihr führt 4 zu 3. So, und von euch möchte ich Folgendes wissen. Welche Schokoladensorten sind laut dem Lebensmittelverband Deutschland die beliebtesten? Traubenuss, weiße Schoko, Zartbitter, Nougat, Vollmilch, Marzipan, Pfefferminz, oder mit Keks. Ja, gut. Also, wenn es nach mir geht, nur Speise Schokolade. Oh, das ist schwierig. Also, Vollmilch auf jeden Fall. Zeit läuft. Nougat? Traubenuss, einfach super eklig. Nougat würd ich jetzt auch sagen. Ich würd sagen, Vollmilch, Nougat auf jeden Fall. Weiße Schoki ist, glaub ich. Ja. Was gibt's als Atomschokolade in jeder Eigenmarke? Ja. Zartbitter ist natürlich... Aber Zartbitter ist, glaub ich, auch so ein Ding, das mögen, glaub ich, nicht alle. Also, Pfefferminz würd ich nicht sagen. Nee. Das ist super weird. Marzipan, umstritten, aber populär als Keks. Nee, würd ich auch nicht sagen. Marzipan. Ist, glaub ich, so ein... Traubenuss. Und Traubenuss ist eher so ein Ritter-Sportding, oder? Irgendwie schon, ja. Was sieht man denn am öftesten im Laden stehen? Also, ich würd sagen, Zartbitter, Vollmilch, Nougat auf jeden Fall. Und Weiße. Ja. Weil Keks ist, glaub ich, noch... Also, wenn man überlegt... Ja, gut, was ist die beliebteste? Weiße Schokolade. Ja, das ist eher so ein Zwischending. Ja, aber es gibt doch immer so die Leute, die so entweder voll... Ja, aber was... Also, entweder Po, weißt du, oder... Oder... Was ich meine, die... Aber das werden nicht viele sein, oder? Aber was es am meisten gibt, sind halt einfach nur Vollmilch, Zartbitter, Weiß. Das ist am häufigsten. Und Nougat? Ja, also Nougat auf jeden Fall. Würde ich auch nehmen. Gibt schon welche, die ich ausschließen kann für euch. Teferminz? Ja, Marzipan. Ja, Teferminz und Marzipan. Ja, Teferminz und Marzipan. Traubenuss. Traubenuss würde ich jetzt auch wegmachen. Und jetzt halt die Frage, was... Ja, aber ich glaub, Weiße Schokolade gibt's auch öfter als mit Keks, oder? Ey, wenn das gleich Keks ist, ne? Zehn Sekunden. Wer wurde denn gefragt? Das ist natürlich auch wichtig zu wissen. Ja, ähm... Laut dem Lebensmittelverband alle. Schokolade. Ich wurde nicht gefragt. Was nehmen Sie? Letzte Antwort. Wir machen Keks weg. Oder? Ja. Ja. Mit Keks weg. Ist das so Keks? Gucken wir uns an. Und legen auf die 5. Ja. Und schauen uns das an. Alle für richtig. Weiße Schokozartbitter, Nougat und Vollmilch. Damit 8 zu 3. Aber ihr habt natürlich auch eine Runde schon mehr geleistet. Nö, aber da gibt's überall. Nächste Frage für euch. Welche Wortbildungen mit Welle existieren im Duden? Schock, Samt, Hitze, Rhein, Sturm, Donau, Stau, Nocken. Zeit läuft. Was war? Was hast du gesagt? Donau, Hitze, Nocken. Was ist denn Nockenwelle? Samt. Das ist Motor. Okay, dann haben wir drei. Und noch eins. Schockwelle vielleicht? Stauwelle. Ja, easy. Nehmen wir. Ja. Ihr seid schon safe? Ja. Stumm raus, Rhein raus, Sand raus. Na, was denn? Nur Rhein raus oder? Hin und her. Immer mal wieder. Sand raus und Stau raus. Stau raus? Ja. Aber es kann natürlich sein... Können wir kurz noch überlegen? Ja, warte mal kurz. Also Hitzewelle? Donauwelle ist halt so ein... Donauwelle ist Essen. Ja. Auch ein guter Kuchen übrigens. Aber es ist ja ein Eigennamen. Nee, komm, wir nehmen noch mal. Das ist... Bleibt ihr dabei? Schockwelle ist safe. Schockwelle würde ich auch sagen. Also Nockenwelle ist ja auch safe, Donauwelle auch. Rheinwelle ist so random. Ja, Rheinwelle ist so random. Ja? Ja, ja. Nehmt ihr. Okay. Dann leg ich einmal an... Nein! Oh, nee. Falsch. Es ist wirklich nicht so leicht. Nein, es ist toll. Oder? Na gut, alle richtig. Dann machen wir es halt so, wenn das jetzt so ein Unterschied ist. Dabei bin ich einer der wenigen Moderatoren, die nicht farbenblind sind. Aber das ist offensichtlich zu schwierig um die Uhrzeit. Nun gut. Vier Punkte für euch. Beide haben zwei Runden gespielt, meine ich. Wir machen weiter bei euch. Und es steht... Wie? Es gibt zwei Runden, ne? Aha. Ja. Schöne Frage. Sieben zu acht höre ich aus der Regie. Und das ist die nächste Frage für euch. Welche Tiere sind für die meisten Todesfälle von Menschen verantwortlich? Eine Umfrage unter Tieren. Vier brauche ich. Vier antworten fliegen. Das ist vier aus acht. Zeit läuft. Also Haie fällt weg. Ja. Das ist ja immer so ein Gerücht. Ja. Aber Mücken? Mücken würde ich... Also Mücken übertragen ja Malaria. Ja genau. Also ich würde schon sagen, das ist ja eine... Also ich würde auch sagen Mücken auf jeden Fall. Schlangen. Ja klar. Gift und so. Ja. Was steht da unten? Was für eine Fliegen? Fliegen? CC Fliegen. Was ist das denn? Die übertragende Krankheit. Wahrscheinlich in die gleiche Richtung wie Mücken. Mücken. Und Hunde? Hunde? Hunde steht da auch. Hunde sind sehr verbreitet, aber... Naja, aber zu... Nee. Okay, das heißt, wir haben Mücken. Ich glaube, wir dürfen die Elefanten auch nicht unterschätzen. Aber wie viele Elefanten kennst du? Oh Gott. Das ist ein wichtiger Satz in dieser Zeit. 50 Sekunden noch. Also würde ich sagen, wir sind Zitze fliegen? Zitze fliegen würde ich sehr gerne. Ich weiß nicht, was die übertragen. Aber ist übertragen was? Bestimmt pfeifisches Drüsenfieber oder so. Okay. Oder Gelbfieber. Also Mücken nehmen wir, Zitze fliegen nehmen wir. Wir nehmen Schlangen. Ich glaube, ich wäre eher bei Elefanten oder Krokodilen. Nilpferde sind halt super gefährlich. Ja. Wir werden gerne unterschätzt. Aber ich weiß nicht, wie viele davon davon sind. Aber meinst du, die greifen nicht oft da als ein Krokodil? Ja. Kann ich schon Sachen ausschließen für euch? Echt? Krass. Ja. Ja, Haie. Und Hunde, ne? Ja, Hunde. Scheiße. Nehmen wir die Elefanten weg? Ich weiß nicht. Zwei müssen noch raus, ne? Hm. Ich werde Elefanten rausnehmen. Echt? Ja. Okay. Ja. 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 Was nehmen wir jetzt noch weg? Krokodil oder Nilpferd? Vier Sekunden. Und bei Schlangen seid ihr euch? Ja. Was sagt ihr? Krokodil. Welche raus? Krokodil. Tja, wie rum muss das jetzt? Also auf die 12. Gelb an 12? Ne, so rum ist es. Auf die 12 geht es jetzt für euch. So beide fliegen gerade. Oder habe ich es falsch rum gemacht? Falsch rum, oder? Falsch rum, ne? Da sind noch gar keine Wörter. Das ist die 21, keine 12. Stimmt. Sag mal. Ach ja, stimmt. Für mich ist es auf Spiegel. Ich guck da mal hin. Hä? Wow. Nein. Drei Antworten sind richtig. Schlangen. Mücken. Cici fliegen. Was ist denn das andere? Ne, hä? Oben links haben wir es als erstes. Es sind doch Hunde, ne? Hunde? War das Hunde? Nein. Hunde doch. Hunde. Hä? Hunde? Hunde. Ja. Guckt mal auf der Couch. Wer da neben euch liegt. Ein Schwerverbrecher. Und dann noch der Hund wahrscheinlich. Ich weiß nicht was. Ich meine hier so. Nun gut. Guckt in die treuen Augen von eurem Bello. Er hat schon gemordet laut dieser random Quizkarte. Wir sind bei euch wieder. Und spielen die nächste Runde. Ich weiß wieder nicht, ob Gabe oder... Naja, gut. Oh, spannend. Okay. Die Promifrage. Wer wurde in den 1980ern geboren? Wie erkläre ich Bianca jetzt, was die 1980er sind? Zeit läuft. Macaulic Horkin, Ryan Gosling, Christian Lindner, Adele, Bill Kaulitz, Emma Watson, Lena Meyer-Landrut, Magnus Carlsen. Kommt hin. Adele würde ich auch sagen. Lena Meyer-Landrut war 18, als sie beim Eurovision Song Contest mitgemacht hat. Oder nicht? Oder 19? 2009 war das, glaube ich. Da war ich in der 5. Klasse. Da stand ich in Hannover vorm Rathaus. Dann würde es nicht hinhauen. Emma Watson ist raus. Die ist, glaube ich, irgendwie 90 oder so geworden. Oder 91. Die war ziemlich jung, als Harry Potter angefangen hat. Ich glaube, es war 9 oder 10. Oder? Ich dachte, die ist so alt. Oder? Okay, ne. Vertraut mir nicht. So, wir sind eins. So, wir sind die beiden Dudes da. Nee, nee. Dann nicht. Macaulic Horkin ist doch Kevin Alleyne zu Hause. Der wird älter sein. Nee, nee, der ist aber in den 80ern. Der ist nicht froh. Ich bin raus. Ich glaube, Adele ist nicht so alt, wie man denkt. Ich glaube, Adele ist auf jeden Fall in den 80ern geboren. Ich glaube, Christian Lindner ist älter. Mhm. Magnus Carlsen ist auch noch älter. Ryan Gosling. Ist Magnus Carlsen so alt? Nee, der ist eigentlich auch... Keine Ahnung. Okay, Chris, wen nehmen wir definitiv raus? Kann ich schon Sachen ausschließen für euch. Lena Meyer-Randt raus. Lena Meyer-Randt raus. Emma Watson eigentlich auch raus, oder? Mhm, okay. Die ist knapp an der Ganze. Kevin Alleyne zu Hause. Ja, den würde ich rausnehmen. Würde ich schon sagen, dass der da drin ist. Macht ihr. 10 Sekunden. 15 Sekunden, sorry. 2 Minuten. Das ist ja Linda Rausen. Ja, der ist zu alt, glaube ich. Wen raus? Christian Jürgen. Chris raus. Wer ist Magnus Carlsen? Ähm... Schacht. 5 Sekunden. Magnus Carlsen. Magnus Carlsen raus. Schachtwitzendruck. Nee, nee, nee. Mach das. Ist der nicht laut? Magnus Carlsen raus. Okay. Sorry. Dann Grüße an Jan Gustafsson an der Stelle. Der kennt den Magnus ganz gut, glaube ich. 17. Lege ich an. Mach ich das richtig? Oh. Und wir sehen... Ja! 4 Punkte! Für euch. Geil. Alter, das war so leicht. Warte. Also im Fact-Check sehen wir nochmal, wann da jeder geboren wurde. Ist jetzt aber völlig irrelevant. Und wir machen weiter. 2 Karten noch. Und wie steht's? 11 zu 11. Herrschaftszeiten. Na gut. Dann machen wir doch weiter. Bei welchen Sportarten gibt es ein Tor? Wasserball, Curling, Speedminton, Feldhockey, Bowls, Hurling, Lacrosse, Kabaddi. Ich kenn die Hälfte nicht. Passt das so? Ich kenn die Hälfte nicht. Wir können die Hälfte nicht lesen. 90 Sekunden laufen. Was ist Bowls? Schon längst. Bowls. Was ist Hurling? Hurling. Speedminton. Lacrosse. Was? Badminton auf Speed. Das stell ich mir irgendwie ein bisschen lustig vor. Kein Tor. Also Speedminton kann man schon rausnehmen, oder? Wasserball. Ist Curling nicht das, wo du auch mit so einem Ding... Schieben und... Mit so einem Besen, ne? Ja, das fällt weg. Ja, genau. Curling ist raus. Okay, Curling kannst du schon mal wegmachen. Curling weg. Aber wartet mal. Wo muss man... Man curlt so die Lane lang, aber der muss ja auch irgendwo hin, oder? Ne, auf ein Ziel möglichen. Ja genau, da sind solche Fältchen. Du hast ein Zielpunkt und der muss möglichen da ran. Okay, wir müssen weiter... Hockey ist das privat? Ne, aber kenn ich einfach. Feldhockey hat auf jeden Fall ein Tor, oder? Ja, Hockey. Ja, Hockey. Safe. Speedminton... Speedminton... Eher nicht. Ich werde auch mit einem Schläger und einem Badminton-Ball, weiß ich nicht, wie man den einen Tor erschießen würde. Kein Tor. Ich glaube, Speedminton auch raus, mach mal raus. Ja. Speedminton raus. Okay. Wir können aber auch erst mal über alle Optionen reden, bevor wir schon die Erstbesten rauswerfen. Ach so, okay. Äh, äh, äh. Was ist Kabbaldi? Keine Ahnung, was Kabbaldi ist. Also Feldhockey haben wir. Kabbaldi Kampfsport. Okay. Kampfsport? Hat kein Tor. Kabbaldi raus. Äh, Kabbal... Ja, genau das. Wasser... Ist indisch. Wasserball hat doch safe ein Tor. Ballsportart. Ja genau, okay. Was mit diesen komischen, geschwungenen Schlägern? Zehn Sekunden. Scheiße, 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 Leute. Eine Sache muss noch raus. Was? Drei, zwei, einen brauche ich noch. Eine Sache, Leute. Letztes Wort. Hör ich jetzt. Lacrosse raus. Das tue ich doch nicht so stressen. Meine Güte. Ist doch ein ganz normaler Vaterarm. Dann... Schauen wir auf die 30. Und sehn... Drei Richtige. Doch, Lacrosse. Und wo wäre hier... Lacrosse hätte noch ein Tor gehabt. Ah. Drei von vier Punkten geholt. Trotzdem gut vorgelegt. Und... Ja, wir spielen natürlich die Karte. Für euch geht's um alles mit dieser Frage. Welche Ortsnamen gibt es tatsächlich? Kissing, Rotzloch, Saudorf, Uruguay. In Österreich allerdings, ja nicht das Land. Nasloch, Petting, Bulabü, Katzenhausen. Und die Zeit läuft ab jetzt. Ihr braucht... Ja, cool. Vier Punkte, um zu schaffen. Okay, da haben wir schon mal zwei. Mhm. Und der Rest ist... Uruguay würde ich ausschließen, wenn ich... Ich find's irritierend, dass da auch noch die Länder kürze drunter schüren. Ja, lass uns die noch ignorieren. Okay. Saudorf hört sich halt an wie was, was es schon geben könnte. Katzenhaugen? Ja. Bulabü ist jetzt ein Trick. Deswegen sieht's auch... Ist das dieses Kinder von Bulabü? Was? Sag mal, kannst du da einen Liegtext oder so? Nein, das ist, glaub ich... So eine Buchreihe oder so? Oder ist das was anderes? Bulabü? Hä? Kennst du das jetzt gar nicht? Nee. Das ist die 50 Sekunden Sache. Aber wenn du das Gefühl hast, das gibt's... Aber ich weiß halt nicht, ob das fiktiv ist. Also wir haben Kissing, Petting, wir nehmen... Die Kinder von Uruguay. Sardorf hört sich aber auch an, so in der Schweiz. Ja. Ich find, Sardorf hört sich so unoriginell an. Das gibt's nicht. Uruguay nimmt raus, oder? Wirklich? Keine Ahnung. Dann nehmen wir Sardorf und Uruguay raus. Oder wollt ihr Sardorf... Ich dachte, wir nehmen Sardorf rein? Nehm mal Uruguay als Uruguay. Lass mal Uruguay. Lass mal Uruguay. Lass mal Bulabü als Fake-Titel. Mhm. Und? Rotzloch. Was ist... Rotzloch find ich auch dumm. Katzenhausen klingt gut. Ich find Nasloch eher als Rotzloch, oder? Rotzloch klingt eher noch mal Rot als Nass. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden! Rotzloch oder Nassloch? Schnell! Ich würd... Ich muss einmal hören, bitte. Welche zwei noch? Nasloch. Nasloch und... Ja. Schnell! Katzenhausen. Das war richtig Scheiße. So. Komm schon. Also einmal auf die Elf. Ihr braucht wie viele Punkte? Vier. Vier bitte. Um es zu schaffen. Ob das wirklich reicht? Drei. Sehen wir. Jetzt! Und ihr habt alle gefunden! Kissi, Rotzloch, Saudorf und Petting bringen euch hier den Sieg für Team Colin 2. Was für eine Leistung. Was für ein Herzschlag-Finale. Wahnsinn! Alle vier Teams waren super gut. Auch hier setzt sich Team Colin durch. Team Colin! Team Colin! Team Colin! Und das heißt Team Colin. Micha, ich glaub Team Colin ist komplett weitergekommen, wenn ich das richtig sehe. Und da seh ich doch zumindest ein zufriedenes Gesicht. Ja, ich will nicht sagen, dass ich es gewusst habe, aber ich tu's trotzdem. Okay. Es war eine überzeugende Leistung. Genauso, dass es spannend ist, aber am Ende natürlich dann ganz klar mit einem Punkt Abstand. Aber ist auch fies, weil da sind auch, wir waren uns ja auch einig hier beim Carsten, oder beim Zuhören, um genau zu sein, denn wir konnten ja mal wirklich nur genießen. Da waren schon einige wirklich schwierigere Runden drin, einige waren deutlich leichter. Also wir hatten immer eine gewisse Einigkeit. Völlig beliebig hier, ne? Kannst du alleine Carsten den Bumster haben. Also entschuldige mich, ich versuche dir gerade in die Hand der Versöhnung zu reichen, obwohl du mit einer Null oder doch mit einer Null hier ins Finale ziehst. Naja, also mit Fairness hat das ja nichts zu tun, aber es soll ja auch brutal sein. Und Unfairness ist ja auch mal ein Unterhaltungsfaktor, kann ich nur sagen. Ich wollte gerade sagen, davon hast du ja schon reichlich gekostet in der Vergangenheit. Ja, also wir haben die Halbfinalisten für den großen Finaltag. Acht Leute aus meinem Team. Wie gesagt, es wundert mich nicht, aber deine waren auch alle super. Die waren toll, ja. Andreas, was meinst du denn? Dann geht es weiter mit diesen acht Finalisten. Und die haben alle die Chance auf den Titel Last Been Standing. Jetzt haben sie sich gerade zusammengefunden als Teams, aber jetzt ist jeder hier ein Feind. Inklusive mir natürlich. Ähm, das sehen wir nächste Woche also. Da wird sich weiter gebettelt durch verschiedenste Disziplinen, um am Ende nur noch eine Person zu finden, die würdig ist. Last Been Standing. Nummer zwei zu sein. Schaltet auch das nächste Mal ein. Vielen, vielen Dank an Micha und Colin und das ganze Team hier hinter den Kulissen. Und gratuliere an diese. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal bei Last Been Standing. Tschüss. Tschüss. Cha-culos Sekunden. Tschüss. trials gender extend jobs. Thäde hat sich innen. theokios Answering staat並en ist immer noch lange. Vielen Dank.